hallo liebe leute und ein herzlich willkommen wieder zurück auf den keine Ahnung des Hundes. Wir sind wieder weg am Start. Heute als Homeland Security bietet wir das Homeland Polizei. Das heißt, wir werden uns heute wieder um die ganzen Admin-Fälle kümmern. Und jetzt machen wir auch deshalb, weil heute ein paar neue Leute eingereist sind. Vielleicht brauchen wir Hilfe oder vielleicht passiert heute irgendwas. Deshalb sind wir heute hier auch im Dienst. Hab mir gedacht, komm, schau halt mal ein. Und es ist tatsächlich heute der dritte Stream in der Reihe. Ich glaub, das gab's schon lang nicht mehr. Wobei vielleicht das erste Mal sich drei Tage hintereinander streamen. Vor allem gestern, Alter, der Stream gestern ging ja richtig lang. Der ging richtig lang rein in die Früh. Auf jeden Fall, wärst du nicht wussten, kurz noch von dir eine Mille zu knackeln, würde mich sehr freuen, wenn wir abonnieren können. Vielleicht den Leuten Bescheid sagen, sie sollen hier mal abonnieren, dass wir mal mit die eine Million zusammen knarzen können. Ich meine, es fehlt nicht mehr viel. Zehntausend Leute oder nicht mehr mehr Zehntausend. Vielleicht knacken wir heute sogar, dass wir nur 9000 Abonnenten brauchen. Ich weiß es noch nicht. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da, was ihr nicht gemacht habt. Und sonst sagt euren Freunden Bescheid, sie sollen hier vorbei wuppeln und mal ein schönes Abo dalassen. Würde mich freuen. So, und jetzt starten wir durch, Leute. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt alle schön eingeschalten heute. Relativ spontan habe ich mich heute dazu entschieden. Relativ spontan. Weil ich wusste heute gar nicht, dass heute die Einreise ist. Und dann ist mir aufgefallen, ich bin morgen nicht da. Jetzt wollte ich aber nicht zwei Tage auslassen. Ich bin so gut, dann streame ich heute. Weil ich morgen nicht da bin, ne? Deshalb. Ja, deshalb heute mal der 3-Tage-Stream. Also wirklich, seit 3 Tagen wird hier gestreamt auf dem Kanal. Aber so muss das, ne? So muss das. Kann man auch mal machen. So, ich gebe erstmal die Kiste Tune und dann starten wir durch. Dann gehen wir in Dienst. Tune mal voll auf. Ach, warte, ich muss mein Geld weglegen, was mir gehört. Das ist ganz wichtig. By the way, wer gestern noch eingeschaltet hat, ich bin ja gestern aus dem Ding runtergefallen. Ich habe da noch 15 Minuten Krankenhäuser-P mitspielen müssen. Ähm, ja. Der liebe Herr Rainbow war Gott sei Dank noch da. Ja. Und der hat mir da noch geholfen. Ich glaube, wobei war es der Rainbow? Das war der Rainbow, der noch da war am Ende. Ich glaube doch, ich glaube das war der Rainbow. Doch, der Rainbow war das. Der war am Ende noch da und hat mich noch mitgenommen. Also, äh, ja. Schande hätte mich sonst auch noch übertragen können, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Gut. Erstmal alles einzahlen und dann erstmal schön was aufs Konto legen. So. Äh, ach nee. Set Shop mal schon. Äh. Set Money. Für 5, 7 Cash. Dir mal ein bisschen was drauflegen hier. So. Ah, das ist so schön, wenn wir Ender und Judy sind. Kannst du dir um nichts kümmern. Kannst du einfach spielen. Kannst du einfach mal spielen. Hab dich heute bis 4.35 Uhr verfolgt, ja der Streaming halt echt rein in die Früh, ne? Ja, das war, also gestern war echt heftig. Andel ist Commissioner geworden. Na, Andel ist nicht Commissioner geworden. Andel hat sich selber Commissioner gegeben, ja. Ich wusste davon auch nichts. Aber anscheinend gibt es den Rang noch über Chief. Äh, weiß zwar nicht, für was wir das brauchen genau, aber, äh, ihr habt eh letztes Mal gesehen, die Polizei funktioniert so oder so nicht. Kurz geht raus an Andel. Ne, Andel wird nicht befördert. Andel befördert sich selber. Das ist, äh, das ist ein Unterschied, Woody. Das ist ein Unterschied, so. Wurde auch mit mir nicht abgesprochen, ja? Ja, ich hab Commissioner, wurde nie abgesprochen. Ich war, ich wusste nicht mal, dass es den Rang gibt. Ich hab's erfahren durch, äh, durch Schandl. Die hat mir heute gesagt, es gibt jetzt anscheinend Commissioner und ich wusste davon gar nichts. Gut. Ich glaub so langsam, dass, äh, dass, dass, äh, die Leute, also die, die nicht ohne mehr wissen als ich mittlerweile. Ist halt wirklich so. Gut, ich glaub tanken, achso tanken muss man nicht. Sehr, sehr, sehr früh. Sehr, sehr, sehr früh. Wir waren ja, äh, aufdiensten. Dann passt das. Gut. Brauchen wir noch irgendwas? Vielleicht der geile, ach, geile Fergüter drauf war. Ja, genau. Das, das fehlt noch. Das fehlt noch. So, Stone Man Arm, wie geht's? Bin auch wieder da mit dabei. Hashtag, like, hab, Kuss, geht raus an dich, lieber Stone Man. Und James ist auch dabei. Zu spät auf dem Geil des Zubikar. Ich war heute ganze vier Minuten zu spät, Bruder. Äh, immerhin heute mal ohne, ohne, ohne upcrashen. Enten befördern sich selber, war sowas von. So. Äh, erstmal selber befördern, Bruder. Man kennt ihn. Gut. Äh, ich muss mal gucken jetzt, ja. Äh, was? Ach, scheiße, da sieht man die Felgen nicht hier drin. Ah, ich fahre woanders tun. Kack drauf, komm. Ja, fahre woanders hin tun, die Kiste. Weil da sehe ich gerade die Felgen nicht, weil sonst baue ich mich hier dran und dann sieht's kacke aus. Wann kommt wieder Dead by Daylight? Weiß ich nicht, mal schauen. Mal gucken, mal gucken, wann. Ich muss auch mal wieder, äh, Five Nights at Freddy's weiterzocken, ne? Das weiß ich eh schon. Five Nights at Freddy's fehlt nämlich. Das, äh, da kam auch ein fettes Update raus. Da hab ich eh mal gesagt, Leute, da zocken wir mal gemeinsam. Heute ist richtig chillig, heute kann ich mir richtig vorlesen hier, das ist schön. Heute kann ich mal ein bisschen auf euch eingehen, weil jetzt bin ich gerade, also, ich muss sagen, wobei, die letzten Male, Admino in Duty war relativ heftig, vor allem beim letzten Stream ging's dann eigentlich am Ende, war nicht mehr so viel zu tun. Jetzt ist aber gerade relativ easy, jetzt ist gerade nicht so viel. Ich fahr mal Richtung, ähm, ja, Tuna fahr ich mal hin. Der Zocker-Junge, hier, was Kleines zum Start, vielen Dank. Und was zuckst du denn so, ist auch wieder dabei dann für 1,07 Euro und der Luca Gamer. Guten Abend, schön, dass du heute wieder streamst. Ist auch ein schönes Stream. Kurs geht raus auch an dich. Vielen Dank, mit kurzem recht ist alles auch dabei. Flumaro aus 25 Euro raus, wird auch gleich eingeblendet. Schau, heute bin ich schneller als die Donations, Alter. Heute bin ich schneller als die Donations, guck mal. Flumaro, vielen Dank. Guten Abend, auch ich hoffe, die geht's gut nach einem, nach einem Sturz gestern, ja. Ja, äh, Mark Rumpel hat sich, äh, den Kopf angehauen, also angeschmissen. Da müssen wir mal, äh, zum Krankenhaus mal fahren, wenn wir wieder im RP drin sind. Heute mach ich ja keine RP so richtig. Also, naja, wir können schon, theoretisch, wir könnten in RP spielen, weil wir sind ja eine Einheit. Wir könnten uns theoretisch der Polizei anschließen, wenn heute nicht so viel zu tun ist. Weil die, ähm, ich sag mal, wie es ist, die Homeland Security gibt's ja in Real Life auch. Bei uns auf dem Server ist die halt dafür da, dass, wenn, äh, so ein Admin-Fall ist, ersetzt das den Admin, damit man sich so etwas ins RP einbauen kann. Weil wenn so ein Admin mit so einer Admin-Vestor kommt oder noch schlimmer, kennt ihr diese, ah, kennt ihr das auf ganz schlechten Server? Ich sag's immer wieder. Wenn du einen schlechten Server hast, dann erkennst du daran, dass du tanzende Admins in Raum, äh, Raumanzüge hast. Das sind diese Space Suits, ja. Daran erkennst du einen schlechten Server. Kennt ihr diesen ganzen Server? Irgendwie diese Space Suits immer? Boah, Alter, da krieg ich immer die, das ist die Krise krieg ich da, wenn ich das seh. Er kriegt die Krise. Und damals haben sich schon die Leute bei uns aufgeregt, dass wir Admin-Vesten hatten, die so ganz dezent waren. Und, äh, jetzt haben wir uns halt dazu entschieden, ne, wir machen jetzt richtig AP mit hier, äh, Homeland Security. Zehnmal besser. Zehnmal besser, Alter. Hätten wir schon viel früher machen müssen. Gehen wir hier lang? Erstmal holen die Kiste. So, da hast du mal geile Felgen drauf, schade auf das Ding, ne? Dass das Ding auch mal gut aussieht. Aber wir fahren ja auch extra mit Blaulicht heute, ne? Heute hat man schön mit Blaulicht gefahren. Das ist auch so. Anders Schabe kommt auch mehr Lohn als deiner. Ja, das ist sowieso klar. Du, die Polizei kriegt insgesamt mehr Lohn. 1 zu 7 und so, die ganzen illegalen Leute kriegen weniger Lohn, weil die ja die ganzen illegalen Sachen machen, die viel Geld machen. Die Polizei darf ja nichts anderes machen. Die muss ja im Dienst sein. Und deshalb haben die ganzen Blaulicht-Jobs bei uns relativ guten Payout. Weil, äh, ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist jetzt ein Cop und kriegst keinen Payout. Kannst dir nichts leisten, weil du kannst dir nichts anderes machen. Wir, uns ist lieber, die Cops haben viel Payout, damit sie mehr auch in Dienst kommen, weil sonst kommen die vielleicht nicht in Dienst und sagen so, ach, da kriege ich hier und hier mehr, wenn ich in die Mine gehe. Ähm, deshalb haben die Cops eben mehr Payout, damit sie auch mehr da sind. Und vor allem, es ist, es ist wirklich ein dezentes Payout, kann man schon sagen. Von daher kannst du dir mal ein Haus und ein Auto kaufen. Das ist gerade so perfekt. Ich weiß nicht, was ein Commissioner jetzt verdient. Wie gesagt, ich wusste nicht mal, dass der Rang da ist, bis heute Schande mir das gesagt hat. Keine Ahnung, was der verdient. Äh, ja. Aber ein Chief, der verdient, ist ja nicht schlecht, das weiß ich. Ein Commissioner vielleicht verdient ja gleich viel wie ein Chief, glaube ich, ich kann mir vorstellen. So, fangen wir mal hier vorbei. Ja, gut, sieht ja alles lässig aus. Da fangen wir mal zur Türngarage. Gerade nichts zu tun, kein Einsatz, kann gar nichts. Alter, uiuiuiuiui. Mein lieber Scholli. Huch, das ist ein Daukrad passiert, aber wo ist denn der Lowe's? Den gerade gesehen? Komplett crazy. Komplett crazy. So, ich gehe mal tunen jetzt. Geile Felgen dran machen und dann geht's los. Dann geht's los heute. äh, Zockerjuge, hier, das habe ich ja vorgewiesen. Da, auctionsrechts, das ist auch immer vorgewiesen. Flumaro, was zuckst du, so hat zweimal gespendelt. Dankeschön, Kuba. Äh, das habe ich auch vorgelesen, genau. Gut. Aber das, ach, die Doni war von Kuba, ich habe es nämlich nur vorgelesen. Hab, hab nur nicht dazu gelesen, dass es von Kuba ist. Ja, komplett los, Bruder. So, jetzt mal geile Felgen dran und dann passt das. Dann haben wir ein gutes, äh, Polizeiaudelchen. Oder wisst ihr was, wir machen, wir schauen mal unter, äh, das ist glaube ich unter Muscle, die ganz normalen Polizeiregelchen, die es hier gibt. Die können wir draufballern. Also hier gibt es ja Chargerfelgen, kannst du komplett die Chargerabteilung durchgehen. Die in schwarz wären geil, ne? Weil ich möchte ihn schon so etwas original getreu lassen. Weißt du was, ich hau die drauf und schau, ob man die umändern kann in schwarz. Ach komm, das ist jetzt aber ein Witz. Alter, das macht mich jetzt aber nett, gell? Jetzt habe ich die extra gekauft. Jetzt habe ich die extra gekauft, die Felgen. Ja, in Chrom gibt es die sonst noch, das macht mich gerade etwas traurig. Ich dachte nämlich, die gibt es hier nicht in so einem schwarz, aber die Felgen in schwarz dachte ich mir so. Gut, gibt es nicht. Perfekt. Da weiß ich das jetzt auch. Okay, die gibt es. Ich hatte nicht übernommen in schwarz. Ich habe doch Felgenfarbe schwarz gekauft. Achso, habe ich nicht. Achso, gut. Ich vergesse immer, dass ich ja kein Geld dafür ausgeben muss. Dann darf ich mich gar nicht so aufregen, wenn ich hier was ausgegeben habe, was ich nicht wollte. Kann ich eigentlich 50 Mal hier beim Auto umlockieren, das ist doch vollkommen egal. Das denke ich mir überhaupt manchmal. So, ähm, aber wobei, die würden passen. Aber die werden so schnell dreckig. sowas. Ne, also, die Charger-Felgen waren perfekt gewesen. Muss ich sagen, die wären perfekt gewesen. Ach, Meno. Ja gut, dann haue ich mir halt nochmal unter dem Muscle-Car schaue ich nochmal durch. Vielleicht finde ich doch nur was anderes, sonst haue ich mir die Chrom rauf. Ach, komm, ich hole mal diese Chrom-Farmen raus. Passt schon. Mein Gott. Oh, ne, die Eier am Cook. Oder? Nö. Oder? Ne, das sind die Reifen, die so komisch eiern. Guck mal, die Reifen eiern. Das ist die Textur eiert so ein bisschen. Aber der Reifen an sich selber nicht. Ja gut, dann lassen wir das so. Das passt schon. Das soll ein bisschen anders aussehen, weil die Kiste will nicht immer, dass der Standard aussieht. dann fahren wir mal rum. Geht so wenigstens mal auf dem Hauptplatz und gucken, wer kommt. Oh, wir fahren mal Richtung, ähm, wobei ich weiß nicht, ob die Einreise noch ist. Ich glaube, das ist ja schon beendet worden. Einreise war nämlich um 17 Uhr. Ich fahre sonst mal Richtung Hauptplatz und schau mal, was da los ist. Und sonst gehen wir mal in den Dienst rein. Weil da würde ich hier muss ich nochmal gucken. Das Ding hier steht schon öfters ziemlich schräg und ich weiß nicht, woran es liegt. Das Ding hier vorne. Das steht, das stellt sich immer wieder quer hin, das Teil. Ich habe keine Ahnung, warum. Hier. Das Ding, das, 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 das steht hier komplett quer. Ich habe aber nicht, Leute, ich habe hier nichts geändert, ne? Nichts. Ich stehe einfach quer hier rum. Als ich frage, kann man das überfahren, das Teil, oder nicht? Na, schau mal. Schau mal. Okay, man kann es anfahren. Gut, dann hat es vielleicht irgendwie angefangen, aber es steht hier immer schief, das Ding. Das wundert mich halt. Das wundert mich halt ein bisschen, weil es wurde auch schon reported, dass das Ding hier immer schief steht. Und hier vorne hast du halt auch dieses, äh, das Ding hier. Wo ist das denn hier? Hier gibt es auch manchmal Probleme, dass die, die zwei hier zwar stehen, aber der eine backt manchmal den Boden rein. Aber es ist anscheinend, äh, so ein 5M-Bug. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Passiert anscheinend manchmal. 5M ist leider nicht immer perfekt. So, ich stelle mich hier mal rein. So, bis jetzt kein Support-Ticket. Ist das nicht schön? Bis jetzt kein einziges Support-Ticket. Butterbrot mit Nutella. Danke für 90 Cent. Und danke für das nichts dazu beschreiben. Äh, JX, ne, JXST, DX, mir danke für 4 Euro. Auch nichts dazu beschrieben. Don, Chris. Äh, Hexun, äh, ich verehre deine Videos auf einem guten Stream. Hab mir extra eine Hundemaske bestellt, um dir zu ehren. Bleib wie du bist, liebe Grüße, Hamburg. Ich hab auch so eine Hundemaske. Ich hab so eine Shiba Inu-Maske hab ich zu Hause, Alter. Dich hab ich bestellt bei AliExpress oder so. Wie gab's dort? Für einen horrenden Preis. So. Wie komme ich einen Like und kennst du mich noch? Ghost Assassin kenn ich noch? Jawohl. Like Hype? Ach komm, wir hauen mal einen raus. Ist gerade nichts zu tun. Ich hab mich im Einsatz heute. Hau mal einen Like Hype raus, wenn wir es können. Was schreit? Wie wär's mit dem Aktien-System? Aktien find ich unnötig, aber vielleicht mal... Oh, schau. Hallo. Hallo. Ich wollte dir nur was sagen. Hallo? Da ist hier jemand bei mir an der Tür, ganz persönlich. Schon wieder? Ja, ja, natürlich. So nervig. Das Ding ist so nervig. Es ist unglaublich. Ja, es macht er aber erst seit Neuem, du. Na, er macht er immer schon so. Aber er wird immer nerviger, der Kleine. Immer nerviger. Ja, ja. Alles klar. Dankeschön. Katze kratzelt an der Tür. Ich sag erst mal, Schadl, kommt vorbei, soll die Katze mitnehmen. So. Also sonst fahre ich auf Einsatz, wenn hier gerade nichts ist. Dann mach ich schon eine Einsatzfahrt. Dann mach ich mich so ein bisschen um... Okay. Und ich sitze gerade gegenseitig eins drüber einfach so. Okay. Okay. Was machen die denn? Ihr schaut einfach mal zu, was die hier machen. Hat der den gerade einfach so umgeputzt? Hä? Ich glaube, ich jetzt noch mal zu. Warte mal ganz kurz. Ey, das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Das glaubt mir keine Sau. Das glaubt mir keine Sau. Ich streame jetzt seit... Warte mal. 14 Minuten. Ich wurde heute den ganzen Tag weder angerufen noch angeschrieben. Wer ruft an? Genau jetzt. Meine Mutti. Gestern. Dasselbe. Ich fange an zu streamen. Ich streame eine Minute. Wer ruft an? Meine Mutti. Und ich glaube sogar, diese Woche ist mir das schon dreimal passiert, dass mich meine Eltern irgendwie immer dann anrufen, um 19 Uhr, wenn ich streame. Aber die wissen das. Die wissen, ich streame um diese Uhrzeit immer. Und ich werde immer um diese Uhrzeit angerufen. Immer. Immer jedes Mal. Und ich verstehe nicht, warum. Warum werde ich immer um diese Uhrzeit angerufen? Das ist saurwesig schlimm, ey. Ich werde den ganzen Tag nicht einmal angerufen. Ich habe den ganzen Tag Zeit zum Telefonieren. Ruft mich jederzeit an. Entweder ich sitze am Scheißhaus. Ich werde angerufen. Ich stehe wieder da, tue ich. Ich werde angerufen. Oder ich starte gerade meinen Stream und werde angerufen. Nicht am Ende des Streams. Nein, direkt, wenn ich starte. Immer. Jedes Mal. Jedes Mal, Alter. Schauen wir mal, was hier los ist. Ist das der, die? Das gibt es einfach nicht. Das kann... Ey, das... Die muss doch... Die muss doch... Die muss doch Abonnentin bei mir... Also meine Mutter muss doch Abonnentin bei mir sein. Muss dann warten. Sieht dann so... Oh ja, schau, Nachricht. Er streamt gerade. Ich rufe ihn jetzt an. So in etwa kommt es mir langsam vor. Es ist kein Choke. Die macht das doch mit Absicht. Die macht das doch mit... Letztes Mal eine Minute gestreamt und ich wurde angerufen. Das ist kein Choke, Leute. Das ist kein Choke. Boah, das... Ne, weil da denke ich... Jetzt ist nichts gegen meine Mom oder so. Alles lieb und so, aber... Die weiß das ja. Die weiß, ich stream um diese Uhrzeit. Und es ist jedes Mal dasselbe, ne? Und ich schreibe mir auch immer, du, ich stream gerade. Das ist gerade schlecht. Komm, wir spielen das jetzt. Und dann so, ja. Und sie sagen, es ist halt jedes... Es ist einfach jeden Tag so. Ich schwöre, jedes Mal, wenn ich streame. Ich verstehe es nicht. Muss ich auch nicht verstehen. Ich rufe dann mal zurück. Ich rufe dann mal zurück. Ich bin netter, Junge. Ich rufe dann zurück. Aber irgendwie denke ich mir, der hat da ohne Scheiß ein Abo. Abonnenten und dann so mit SMS-Benachrichtigung, ne? Oder so irgendwas eingestellt. Wo ist denn der jetzt hin? Bin irgendwo gespawnt. Da wäre cool. Ach, weißt du was, wir machen mal Names an. Stimmt eigentlich. Aber es ist... Ey, Leute, es ist immer so. Egal, ob ich am... Am Scheiß... Ah, da hinten ist er. Ob ich am Scheißhaus bin oder in der Dusche, ich werde immer dann angerufen, wenn ich gerade keine Zeit habe. Und der Post-Pote kommt auch dann, wenn ich am Scheißhaus sitze. Es ist... Es ist no joke. Es ist so. Es ist genau so. So, jetzt gehen wir mal hin. Hallo, wie kann ich helfen? Ja, ich bin gerade angekommen mit dem Flieger. Aber an der falschen Stelle. Ah, ei, 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 ei. So, dann fahren wir mal rüber. Ach, gerade eingereist. Ja gut, dann muss man das aber schnell. Dann springen Sie mal ganz schnell zum Flughafen. Ja, danke. Ja, sowas passiert ab und zu noch. Wenn ein paar mehr Leutchen einreisen. So, aber schauen wir mal, da haben wir doch mal helfen können in der Einreise. Ja. So, dann gehen wir einmal rein. Ich bringe Sie dorthin, wo Sie eigentlich hin müssen. Bis zum Gate. So, hier einmal rein. Genau, und jetzt ist hier vorne an sich. Ich muss nur gucken, ob jetzt noch wer da ist für die Einreise. Ja, da hinten soll noch wer sein. Ich gehe mal schnell hin und frage. So, aber kennt ihr das immer, wenn ihr gerade keine Zeit habt? Klingelt das Telefon, Postbote klingelt. Die Zeugen Jehova klingeln. Es ist immer dann. Hallo. Ja, dann frag doch mal Oberbräuße hier. Äh, uno frage vor vor. Hallo, da ist der Experte. Ja, warte. Der Herr. Ich habe eine andere Frage, die Schnelle, bevor wir da loslegen. Ist noch eine Einreise da? So ein Beamter, der vorne steht? Äh, ein Einreisebeamter nicht mehr. Nur noch ich, der ein bisschen unterstützt. Okay, weil die kriegen noch einen Zettel, oder? Die kriegen noch was ausgestellt, oder nicht? Nur während dem Event, ansonsten nicht mehr. Genau, nur beim Event oder hinterher. Ja, aber heute war ein Event an sich. Oder ging das nur bis 18 Uhr? Es ging ja von 17 Uhr bis... 18.40 Uhr haben wir Feierabend gemacht, weil das Supreme Court verhandeln musste. Äh, okay. Ja, aber da hinten ist jetzt eine Dame. Soll ich die jetzt einfach rauslassen, oder? Haben wir bis jetzt so gemacht mit denen. Also jetzt auch die beiden, die jetzt noch kommen, die betreue ich noch eben so mit normalem Support. Okay, okay. Und helfe denen dann eben noch. Du kannst dann zu der Dame gehen, und der das sagen, dass sie gehen kann, weil ich habe jetzt hierher gebracht. Ja, mache ich. Ich habe eine Frage. Ja, bitte. Kannst du schauen, dass Glumander wieder geht? Kannst du das FireScript stoppen und wieder... Ich? Ja, ich weiß nicht, wie das heißt, gerade weil du hast es ja umbenannt, irgendwie. Hört. Weil ich kann die Feuer nicht stoppen irgendwie, so als wäre es nie aktiv. Sollte es gehen. Ja? Okay, dann muss ich sagen, sie müssen neuen Dienst gehen. Also. Dann ist das außerdem genauso wie das gerade ausgesprochen, nur mit RLO-Unterstrich. Ah, Unterstrich. Okay, dann heißt... Boah, Dario! So, bei ihm hätten wir das Problem. Ja. Er war zweimal in der Charaktererstellung, hat auch beide Male Enter gedrückt. Ich konnte auch sehen, wie er sich verändert hat. Das hat aber nicht gesaved. Also er wird immer wieder zurückgesetzt. Er hat auch schon mal gelöscht, noch mal neu alles gemacht. Ähm. Sobald er die quasi mit Enter verlässt, wird er resettet. Er wird dann resettet. Könnte er davon ein Video machen? Geht das? Bei sowas habe ich noch nie gesehen. Also so ein Problem hatten wir noch nie. Bei keinem. Ich kann es halt noch mal probieren. Also dass ich noch mal lösche und alles noch mal mache. Kannst du währenddessen dann irgendwie eine Bildschirmaufzeichnung machen? Äh, ich habe gerade kein Programm lassen, aber sonst kann ich es schnell schauen. Sonst könntest du mal probieren. Hast du den Charakter schon mal probiert zu löschen, um mal neu zu machen? Hm, schon der zweite Versuch. Ja, das haben wir jetzt. Der zweite Versuch. Zweiter Versuch. Okay. Sonst probiere ich es noch einmal und ja, dann schaue ich, dass ich das Aufnahmeprogramm starte und dass wir dann schauen. Oder über Bildschirmvertrauen könnte man es sich angucken für Discord. Das wäre auch eine Idee. Ja. Dann könnte man es sich direkt angucken. Der soll ja drinbleiben. Der soll ja drinbleiben. Kann ja auf die Schnee, einfach probieren, schnell zu kreieren. Ähm. Sonst kann ich ihn mal schnell in so einen Raum reinziehen. Kannst du mal in so einen Warteraum gehen? Genau. Ja, sonst kriege ich mir das schnell an. Ja, kann. Macht ihr das beide dann? Ja. Das ist nämlich wichtig, dass ich das sehen kann. Ja, klar. Gut, dann checken wir das schnell ab, was da los ist. Also das hatte ich noch nie gesehen mein ganzes Leben noch nicht. Vermute mal, dass vielleicht... Leute, wir hatten jetzt No-Joke, wir hatten schon Leute, die hatten an der Tastatur ein Problem. Und die Tastatur hat irgendwo geklemmt oder so und dann ging nichts. Gab's auch schon. Und meistens ist das Problem wirklich... Ah, der ist jetzt hier... Ich tue da mal in... Boah, wo tue ich denn hin? Plaudern. Ja, gut. Plaudern 2. Hallo, warte mal. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo. Kannst du hier Bitch-Ubertragung anmachen? Geht das? Äh, warte. Gut. Boah, 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 boah. Ich meine, sonst hätte ich noch eine Idee. Wenn es gar nicht funktionieren sollte, können wir dich auch sonst einfach ins Krankenhaus bringen und dort kannst du dich auch nochmal unoperieren lassen. Dann geht es auf die Schnelle, aber eigentlich... Hast du ein Bild? Ja, warte. Ich schaue jetzt. Jetzt bin ich drin, ja? Jetzt sehe ich es. Okay, äh, passt dann, äh, starte ich nochmal kurz und, äh... Jawohl. Jawohl. Das ist eine Schauung der Übertragung. Äh, siehst du was? Ne, er sagt nämlich gerade pausiert. Okay. Weil du irgendeine Anwendung animiert hast gerade? Achso, ja, bei mir ist jetzt gerade der... Also, bei... der Ladescreen. Ah, okay. Also, das habe ich auch nicht gehabt, dass man seinen Charakter stellt und dann wird man zurückgesetzt direkt. Ich weiß es nicht. Das war... Weil ich würde sonst einfach mal testen, ob er insgesamt irgendwas speichert. Ich würde gar nicht jetzt den Charakter komplett neu erstellen, sondern einfach mal probieren, äh, nur ein paar Sachen zu ändern und dann mal, äh, zu speichern, weil sonst tust du dir wieder 15 Minuten was an und, äh, tust du ihn umkriegen und dann geht es erst nicht. So, dann... Ja, aber wenn ich jetzt auf Spielen drücke, äh, äh, dann müsste ich ja trotzdem jetzt den Charakter löschen, oder? Ach, nochmal. Genau, und du löscht ihn jetzt? Genau. In der Auswahl und dann erstellst du nochmal neu. Und dann solltest du mal gucken. Aber ich sehe gerade deine Übertragung nicht, also du müsstest, glaube ich, neu starten. Ah, okay. Warte mal geht's. Mhm. Ah, steht, äh, Stream pausiert. Da steht, weil du die Anwendung minimiert hast. Kannst du sonst, äh, den kompletten Bildchen übertragen? Also nicht die Anwendung. Äh, ach so. Ja, warte mal geht's. Ja. Oh, nein. Äh, das ist echt ein Screen, jawohl. Warte mal, ich beende es nochmal und starte nochmal neu. Jawohl. So, siehst du jetzt was? Ja, ich sehe den Screen. Okay. Siehst du jetzt, dass ich drinnen bin im Spiel? Ich sehe nur den Discord. Ich sehe nur Discord-Linster. Hast du mehrere Bildschirme, musst du einen anderen übertragen, wenn du mehrere hast. Mh, mh. Warte mal drücken. Okay, jetzt sehe ich das, genau, genau. So, jetzt geht's. Äh, warte, was hast du, was hast du oben eingegeben? Wo? Das ist ganz oben, was ist denn das? Okay. Genau, am besten so. Jawohl. So, jetzt bin ich herinnen. Genau, und jetzt, jetzt stellst du nur mal, äh, äh, zum Beispiel mach dir jetzt mal Haare. Ja, mach ich. Hoppla. Genau, und jetzt drück mal Enter. Ah, jetzt hat's geglaubt. Komisch. Ja. Okay. Gut, ich mache jetzt folgendes. Ja, gut. Ähm, ich, äh, nehm dich mal mit. Okay. Und, dann kannst du, oder, willst du den Charakter, ach, du kannst den theoretisch nochmal löschen, dann nochmal so machen. Vielleicht, mir ist aufgefallen, dass bei der Charakterstellung, hast du den Vornamen klein geschrieben, vielleicht musst du den vorne groß schreiben, vielleicht geht's dann erst. Ach so, das kann natürlich sein, weil sonst, äh, lösche ich dabei nochmal alles und mach alles nochmal neu. Ja, dann machst du nochmal neu und dann soll's gehen. Okay. Weil es wäre jetzt das erste Mal, dass da jemand irgendwie nicht reinkommt, das Ganze. Nein, äh, na, schon gut. Aber sonst, äh, 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 schreibe ich. Okay, perfekt. Falls nochmal. Gut, dann sage ich danke. Jawohl. Danke, ciao. Bitte, ciao. So, manchmal muss man auch mal so ein bisschen reingucken. Also, ich schätze mal, der hat irgendwie, also meine Meinung war jetzt dazu gewesen, er hat, glaube ich, irgendwas falsch eingegeben in der, in der Auswahl. Hab ich die Vermutung, weiß es aber nicht. Gut, dann, äh, hat sich das auch mal nicht, weil manchmal muss man so auch helfen, ne, über Discord. Ach, nur 9.000 nur noch. Warte, jetzt gucke ich aber nach, ihr Jungs und Mädels. Tatsächlich. 991.000. Aber warte, dann ende ich das hier aber um, direkt um, Bruder. Dann tue ich das aber gleich mal um, ey. Dann warte mal, so. Es fehlt auch. Alter, ihr seid aber schnell. Ich hab, ich hab vorher noch nicht so viele Abos gehabt, Leute. Ihr seid ja verrückt schnell. So, warte, dann muss ich hier nochmal. Zack und zack. Es fehlt nur noch 9.000, Alter. So, dann kann ich das neu anpinnen. Ja, viel Spaß jetzt dabei, das hier nochmal zu knackeln, hier. So. Vielleicht muss ich es heute nochmal umändern, wer weiß das. Vielleicht ändern wir es heute noch einmal um, Leute. Nochmal anpinnen, so. Jetzt sind es nur 9.000, tatsächlich. Ey, ihr seid ja heftig. Ey, Kuss geht raus in die Community. Kuss, 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 Kuss. Geht wirklich raus. So, jetzt haben wir zwei Leuten geholfen. Einen muss ich noch helfen anscheinend, wegen dem... Wir sollten echt die Events rausmachen, von Leuten, die auf ATMs stehen, ne? Die mach ich auch noch raus, muss ich mir merken. Weil diese ATM-Events mit NPCs sind echt manchmal hart nervig, weil die spawnen dann an ATMs. Das ist dasselbe wie im Casino dann. Im Casino spawnen die dann halt auch einmal rein. So, einmal raus da. Gibt es einen 24-Stunden-Stream, wenn ich, äh, Ding mache, ähm... Ein-Millionen-Abo-Stream oder was? Ich glaube nicht, dass er 24 Stunden lang streamen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Ich kann es mir kaum vorstellen. So. Dankeschön an Magna Lump. Äh... Huge Chefness eigentlich... Äh, ist Englisch und bedeutet großer Hefeweizen. Genauso wie Kevin Spacey, auf Deutsch Kevin-Gräumig heißt. Dankeschön, Magna Lump. Hafen um vier... 45 gelber Gaming, dafür fünf Mobius haben schon. Äh, Justin, Justin, Dankeschön für deine Donation von 2,94 und Magna Lump. Was braucht ein Blinder im Schwimmbad? Einen Seehund. Also das wäre wieder so ein Choke, der war so... arg dermaßen flach und unlustig. Hast ja fast wieder eine Auszeichnung verdient heute. Ohne Witz jetzt. Da hast du aber echt fast wieder eine Auszeichnung verdient an dieser Stelle. So. Ach, warte mal, der hat keine Dings dran. Ähm, nicht Lackierung. Äh... Ja, wir könnten eigentlich... So, das können wir dran machen. So. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt sieht's noch was aus, das Ding. So, wo wolle ich denn hinfahren? Achso, da hinten hat wer ein Problem mit dem Briefkasten. Briefe abzugeben. Ich glaube aber, da war schon wer, weil der hat sich nicht mal wieder gemeldet. Es sind ja heute mehrere da, die sich drum kümmern. Deshalb kann sein, dass heute... Ich nicht direkt zu jedem Ort anfahren muss. Eine Million Abonnenten ist gleich Face-Reveal. Äh, ich denke mal nicht, Bruder. Ich denke mal nicht. Aber ich weiß nicht, ob der noch da ist an dem Ort. Ich schätze mal fast, der... Die Pizzerie hat geöffnet, wie schön. Das ist wichtiger. Ich habe hier Pflanzen nach dem Ernten nicht verschwunden. Nicht verlassen. Wobei wir machen das... Wir machen das auf die Cheater-Augendweise. Stille Anfahrt. Soll ich zeigen, wie die stille Anfahrt geht? Ich bin da! Das ist die stille Anfahrt, so. Ich muss jetzt noch was mit dem Auto kommen. Ach, du Scheiße. Oh, nee, da komme ich ja nicht drüber. Ich schon. Plupp, plupp. So, so, jetzt sind wir schon da. Hallo. Hallöchen. Sind wir Ihnen auch noch? Ja, stimmt noch. Die sind schon geerntet, aber die gehen nicht weg. Okay, ich kann sie ernten. Ich habe die schon geerntet. Weißt du, was sein kann, dass du die vielleicht... ...zwei nebeneinander hattest, so in etwa? Nee, weil die hier geht auch nicht weg und die da oben gehen auch alle nicht weg. Ich stehe da keine bei mir. Also bei mir kommen sie mal mit. Bei mir sind... ...hier noch... ...hier ist noch eine vor mir. Eine Frage, hast du dir öfters angebaut oder das erste Mal? Äh, heute das erste Mal hier. Das erste Mal in dem Spot hier? Äh, heute. In der Vergangenheit generell schon mal. Ich kann mir nur vorstellen, dass vielleicht jemand anderes hier angebaut hat davor? Äh, weiß ich nicht. Ja, das kannst du nicht wissen, aber ich gebe dir mal hier. Weil beim Aufstellen hatte ich keine Probleme, danke. Ja, klar. Habe ich aber auch noch nie so gesehen. Kann mir nur sonst vorstellen, einmal schlafen gehen, einmal zurückkommen? Hast du schon mal probiert, was dann passiert? Äh, hatte ich. Dann standen die immer noch hier. Komisch, aber bei mir sind die nicht hier. Ich habe jetzt nur eine hier gehabt. Die stand hier rum, die habe ich abgepflanzt. Sehr merkwürdig. Nee, hier steht wie gesagt noch eine, zwei weiter oben stehen auch noch und unten die eine. Nee, bei mir nicht. Äh, geh mal schlafen. Schau es dir mal an. Oh Mann. Geh noch einmal schlafen, geh noch mal, ja. Würde mich interessieren. Und wenn sie dann weg sind, kannst du kein, musst du kein Support-Ticket schreiben. Wenn sie noch mal da sind, dann schreibst du noch mal ein Ticket, bitte. Alles klar, mach ich. Also so ein Slash-Support rein. Jawohl. Jo, mach ich. Das ist, das habe ich noch nie gesehen, Alter. Dass die R-Sie-Pflänze, die ich nicht sehen kann? Weil das muss ja der D-Sync des Jahrhunderts sein. Oder jemand hat die Props gelöscht, das kann doch sein. Wir haben hier so ein Menü, da kannst du einmal durchgehen und komplett am Server die ganzen Props löschen. Dann sind die Pflänzchen, glaube ich, auch weg. Aber dann respawnen die wieder, wenn du neu reinloggst. Ich glaube, so funktioniert das. Kennst du, ich könnte es mal, wir könnten es ja sonst mal probieren. Wir testen das sonst mal, Leute. Wir testen das mal. Wir gehen jetzt mal den Sachen auf die Spur. Dann muss ich jetzt aber mal zum Weed-Shop. Ähm. Schnellreise, bitte. Ich jetzt alles hier hochgefahren bin. Bip, bip. Das ist so schön, die Schnellreise-Funktion, gell? Das ist schön. Das ist schön, die Schnellreise-Funktion. So, dann hole ich mir ein paar Weed-Seats, ja. Die mal ein bisschen anbauen. Und dann schauen wir gleich mal, ob die funktioniert oder nicht. Dünger brauchen wir dafür nicht. Ich brauche einfach nur ein paar Hanfs haben. Die pflanzt mal ein. Machen einmal einen Wipe drüber. Also Props wipen. Und schauen dann, was dann passiert. Ich habe nämlich die Vermutung, dass das vielleicht das auslösen kann. Und irgendwer vielleicht, weil da... Ich habe vorhin irgendwas gelesen, irgendwas mit Props weg. Aber die steht wieder, ne? Ja, da hat wer aufgeräumt. Das sehe ich gerade, weil die... Die, äh, Ding steht da. Die ist vorhin umgefallen. Ist das noch? Da habe ich vorhin vorbeigefahren. Da hat irgendwer aufgeräumt. Okay, die ist schon wieder umgefallen. Aber die fällt sowieso immer um. Die wird als erstes umgefahren. Ah, ne, wobei, die steht jetzt hier auch wieder. Hm. Halbwegs. Das ist ein 5M-Bug, by the way. Mit diesen umfallenden Teilen. Das geht mir richtig an, Poppes. Was haben die hier? Und Benzer? Benzer-Tour stehen. So, dann testen wir das gleich mal. Wir bauen an. Ähm, am besten bauen wir... Ach, wisst ihr was? Wir bauen mal irgendwo richtig offensichtlich an. Bei 1 zu 7 vor der Tür. Da baue ich jetzt an. Bei 1 zu 7 direkt in der Einfahrt bauen wir an, Leute. Dann testen wir das dort. Die sollten laut Datenbank einmal ein Respawn machen, wenn sie weg sind. BZW, ich glaube es passiert, wenn ich jetzt schlafen gehe. Also mich einmal auslogge oder so. Müssen wir nochmal gucken. Wann die reingespawnt werden. Oder, ne, bei ihrer Stage müssten die spawnen. Doch, doch. Das wäre... Das würde Sinn ergeben, wenn sie erstmal ihre richtigen Stage dann einmal spawnen. Und wenn du dann... Ah, ja, 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 ja. Doch, doch. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich glaube... Also, wenn ich jetzt nicht... Wenn ich jetzt nicht komplett dumm bin im Kopf, funktioniert das so. Die Pflanzen refreshen sich einmal ab einer gewissen Stage. Wenn du jetzt aber die letzte Stage erreicht hast, wie der Typ da hinten, dann respawnen die ja nicht mehr. Wenn du clearst. Die respawnen ja da nicht. Die machen ja erst den Respawn, wenn sie einmal gedingst werden. Ah, das teste ich jetzt aber, du. Weil wenn ich da jetzt anbaue. Auf Erdenbruder-Basis, bei 1 zu 7. Ich baue da jetzt mal 6 Pflänzchen an und schaue, was passiert. Ah, wisst ihr, was ich rausgefunden habe? Das muss ich euch zeigen. Ich hab's nicht gewusst. Mir das gestern Pacella gezeigt. Wer nicht weiß, was Pacella ist, ist es Toni. Man kann... Passt auf. Jetzt kommt's. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's jahrelang nicht gewusst. Doppelklick hier drauf. Und man kann einpflanzen. Man kann so Sachen... Ich kann hier jetzt auch Doppelklick, äh, Cola machen. Und ich kann die Cola trinken. Ich wusste das nicht. Ich wu... Leute, ich wusste das nicht. Wird das keiner gesagt, dass das geht? Keiner. Ich kann hier Doppelklick aufs Funkgerät gehen. Dann geht's Funkgerät auf. Ich hab immer wie ein Vollidiot hier gezogen auf Verwenden. Hier hab ich gezogen auf Verwenden. Es ist so easy. Doppelklick drauf. Einpflanzen. Fertig. Wer von euch im Chat hat das gewusst und hat's mir nicht gesagt, die Jahre? Ich hab's jahrelang nicht gewusst. Auf meinem eigenen Server. Ich hab's jahrelang falsch benutzt. Jahrelang, Bruder. Wisst ihr, wie viel Zeit mich das gekostet hat jetzt? Immer am Pflanzen da Verwenden ziehen, Alter. Das ist Zeit des Todes. Ja, Klinux auch, what? Was ist denn da los? Es wusste keiner. Pacella hat's mir gestern gezeigt, weil er hat's irgendwo gehört, dass das geht. Und ich, alter, Zeitverschwendung immer ja verwenden. Und Doppelklick, fertig. Und es bleibt sogar offen. Ich fühl mich so hart verarscht, Bruder. Ich hab, ich fühl mich wirklich hart verarscht. Komplett lost. Die Leute schreiben jetzt, ich, ja, da hättet ihr mir das ja früher sagen können. Mir hat's keiner gesagt. Niemand. Niemand von euch hat's mir gesagt, dass das geht. Keiner. Unehre geht raus, weil die das gewusst haben und mir das nie gesagt haben. Ich wusste es nicht besser. So. Habe gerade einen Wehrtransport. Bin mit vollem Tank gestartet. Nachdem ich ausgestiegen bin, war er leer. Ja. Dann muss man tanken, Bruder. So, jetzt testen wir das mal. Ich mach jetzt mal ein Menü an. Und schalte dann jetzt mal kurz die Props weg. Passt auf. Server Management. Server Management. Objekte. In der Theorie. Sollten diese Sachen jetzt verschwinden. Vor mir, vor meiner Nase. Sollten jetzt verschwinden. Und sollten dann wieder aufploppen. Sobald, ja. Ich wiederhole. Sobald. Hätte eine Frage. Hab ich ja leider. Sobald die einmal refreshen. So. Objekte. Passt auf. Nochmal. Gut, ich nehme alles zurück. Die Pflänzchen haben nichts damit zu tun. Also, ich hätte gedacht, die Pflänzchen... Aber die Pflänzchen sind auch Objekte, die ich hier hinsetzen, oder nicht? Hättet's eine Menge... Blab, blab, blib, blub. Ach komm, ich... Ich weiß auch nicht. Ich hab's jetzt probiert. Also, das ist nicht das Problemchen. Dass die einfach weg sind. Ich probier's nochmal. Und mal hier Server Management. Objekte, so. Cleared. Löschen. Wurde Objekte beendet. Also, das kann's auch nicht sein. Dann zerstöre ich die wieder. Einmal runter. Runter geht zerstört. Also, dann war's... Aha! Da hab ich den Salat. So ist das. Ah! Es hängt doch damit zusammen, Leute. Es hängt doch damit zusammen. Die Props bleiben dann stehen. Wenn ich einmal lösche, die bleiben stehen. Ich hab's doch gesagt, das hat damit zu tun. Guck. Die werden dann anscheinend aus dem Table ausgetragen oder so irgendwas in der Art. Ja. Also, das Problem liegt am Entfernen von Objekten. Es macht aber genau das Gegenteil. Es entfernt nicht die Objekte, aber anscheinend... Ach nee, ich weiß, was das Ding macht. Das wird höchstwahrscheinlich nicht das Objekt selber löschen, aber es wird irgendwie aus dem Catch das rauslöschen, dass das hier drin ist. Irgendwie, irgendwie macht das was. Weil jetzt bleiben die Dinger stehen, aber du kannst sie nicht ernten. Guck. Obwohl du sie schon geerntet hast, bleiben die jetzt stehen. Ich hab die grad weggemacht. Du kannst nichts damit machen. Ja. Also, da haben wir den Bug gefunden. Es liegt daran, dass irgendwer gerade vorhin einmal die Props refreshed hat. Und dadurch bleiben die Pflänze danach stehen. Außer man relockt einmal oder fährt, glaube ich, weit weg. Aber jetzt, schau mal, jetzt sind sie weg. Jetzt sind sie weg. So ein Ding ist das also. So ein Ding ist das. Ja gut. Man kommt drauf. Man kommt einfach mal drauf, Bruder. So. Dann schauen wir doch mal dorthin. Und da hat wer eine Frage zum Juve. In der Grove Street. Dann mach ich aber schnell. Bin schon da. Kein Bock, so weit zu fahren. Akkinox hat raus. Ich habe das mit einem Doppelklick an meinen letzten Abend auf RLU ausgefunden. Echt jetzt? Ach, mir hat keiner was gesagt. So, bin ich mal hier. Brustritt aus an Klinox. Das ist 25 Euro mit Fies, meine Damen und Herren. Kann man schon mal fettes Danke sagen dafür. Hallo. Bitte, was gibt es für eine Frage? Also, wir haben den Plan, eine größere Geisel-Name zu machen und danach so ein bisschen Mario Kart zu spielen mit Go-Karts. Ja. So, zur Flucht. Wir haben aber gesagt, für die Menge an Geisen brauchen wir vier Personen. Sprich, wir brauchen auch vier Go-Karts. Ja. Und das ist ja das mit den drei Fahrzeugen. Das gibt es nicht mehr, die Regelung. Ach, das gibt es nicht mehr. Nee, wir haben das jetzt so dritt, dass es relativ fair geriegelt sein sollte. Sprich, man soll halt nicht mit fünf Supersportwegen vorne stehen. Meistens, dass das einfach so ein bisschen fair bleibt, dass man nicht direkt das Beste vom Besten direkt nimmt. Weil mit fünf Supersportwegen, was willst du machen? Als Beispiel jetzt. Also, wenn du jetzt mit einem Go-Kart flüchtest, denke ich mal, ist das kein Problem. Okay, passt. Jo. Ja, wir waren uns eben nicht sicher, ob das jetzt ist. Ja, wir haben es abgeschafft. Aber es muss halt, ich sag mal so, ein Plan soll kreativ sein, fair sein. Und halt so sein, dass auch wirklich beide Seiten was von haben, dass es nicht immer so eintönig ist. Also, wenn ihr da mit Go-Karts rumfahrt, denke ich mal, ist es nicht so eintönig. Und es ist jetzt auch nichts, wo man so einen Vorteil hat. Ich glaube, das wird ganz witzig für Geisen, so wie für Pidi. Ah, cool. Jawohl, weiß ich Bescheid. Video. Gut. Ja, ist an sich kein Problem. Ja, danke. Danke. Ciao. Hallo? Warte mal, was du... Du hast nicht vorhin eine Anfrage gemacht, wegen Problemen? Doch, ich habe aber jetzt ein Problem gelöst. Du musst kurz schlafen gehen. Irgendwie war ein Skript. Okay, alles klar. Perfekt. Und jetzt schauen wir nochmal hin zu Ultrox. Ich mache gerade Werttransport, bin mit einem vollen Tank gestartet, nachdem ich ausgestiegen bin, war ja leer. Sollen wir das mal testen? Man startet mit einem vollen Tank, man steckt aus und der Tank ist leer. Ja, ich wüsste nicht, in welcher Hinsicht das möglich ist, aber gut, wir testen es uns mal. Ich meine, testen geht über studieren, sagt man so. Ne, probieren geht über studieren, der Test geht über studieren, genau so ist es. Das ist das Sprichwort, das ich gesucht habe gerade. Ja, das ist es. So, Sebi, moin moin, mein Lieblingshund. Super Stream, Dankeschön. Heute mal etwas chillig unterwegs, sag ich mal so, wie es ist. Yoshi, Abend, wie nennt man dein explosives Rieh? Bombi. Falls du was aus Kalifornien brauchst, ich wäre Ende April drüben, also melde dich. Ui, aus Kalifornien. Weißt du, was du wenig rausfinden könntest? Das wäre jetzt aber ein super duper Anliegen. In Kalifornien gibt es immer noch Polizeicodes, wo man noch nicht weiß, was die genau heißen. Also, wenn du dort zur Polizeischule gehen solltest und dort die Ten-Codes lernen solltest, dann kannst du uns die bitte gerne überreichen. Ne, weil, ich glaube, die Codes, die wir jetzt haben, das sind Codes, die halt geleakt wurden. Das sind halt geleakte Codes von Kalifornien, vom LAPD. Aber ob das 100% stimmt, weiß keiner, weil die Codes, also die Ten-Codes sind eigentlich dafür da, dass, äh, die Leute nicht wissen, um was es geht, ne? Äh. Achso, ist der gerade da drüben rüber gewuppelt? Habt ihr gerade gesehen? Hallo? Achso, das, ach, ich hab gerade einen Schock bekommen, dass der unsichtbar ist. Ich hatte einen ganz kurzen Schock-Moment, ne? Ich dachte gerade, der rennt gerade vor mir. Das ist gerade aus, als ob ich ein unsichtbarer Typ vor mir gewesen. Uiuiuiui. So. Ich brauchst jetzt mal einen Set-Job 457-Brings-Null, glaube ich. Ja. Dann checken wir mal den Job ab, ob das funktioniert oder nicht. Einmal in die Arbeitsteilung rein und er meinte, wenn du den Job startest und dir den Wagen holst, jetzt hab ich, jetzt hab ich, also mein Tank ist nicht voll, aber, so, ich steig jetzt mal aus und steig jetzt nochmal ein. Er meinte, dann ist der Tank leer, weil du einsteigst. Nö. Der Tank ist nicht leer. Macht doch keinen Sinn, weil der Tank wird aufs Auto geschadert und nicht anders. Und hier ist noch alles da. Also, inwiefern man das denn bekommt. Ich denke mal, der hat nicht viel geguckt, dass der Motor an war. Hat den laufen lassen, saß drin und dann war der halt irgendwann leer. Das hab ich auch noch nie mitbekommen, dass hier irgendwer sich mal beschwert hat, dass der spawnt und sein Tank dann direkt leer ist beim Neue einsteigen. Aber wisst ihr was, ich glaube, der ist einfach gefahren mit der Kiste bis zu seinem ersten Ort und du spawnst halt mit nicht viel Tank und dann ist der Tank halt leer, wenn du drüben bist und dann steigst du halt ein und hast halt nichts mehr, ne? So, den machen wir aber weg, den Wagen. Der braucht anscheinend keiner mehr. Die Fahrräder lassen wir hier stehen. Ziehen wir uns nochmal rum. Also, ich schätze mal, das war kein Bug, weil so viele Leute haben diesen Job schon gemacht, ohne dass ich mich aufgeregt habe wegen Tank oder sowas. So, nochmal die Weste anziehen. Also, manchmal bin ich echt ein bisschen überfordert mit sowas. Aber ich teste halt trotzdem, weil es kann ja trotzdem irgendwie passieren. Man weiß es ja nicht. Aber ich kann versichern, dass es nicht daran liegt, dass das Fahrzeug da rein spawnt und du dann auf Null starten musst. The Darkness. Mojangst du, kennst du mich noch auf einem guten Steam? Das habe ich vorgelesen von The Darkness, natürlich. Aber kenne ich ja noch. Habe ich noch irgendwas nicht vorgelesen. Von Yoshi habe ich vorgelesen. Ey, DJ Kolespek ist auch wieder dabei. Armin, in sechs Monaten hast du einen neuen Follower. Der kann oder die da zur Welt kommt. Oh, echt jetzt? Och, süß. Das alles Gute. In sechs Monaten kommt anscheinend ein Baby auf die Welt. Echt, da kennst du mich noch natürlich, DJ Kolespek. Immer am Starten, oder? Kuss und Liebe geht raus an dich. Kann man auch noch mal fett Danke sagen hier. Salami Brötchen. I know, hab in U-Bahn was gekackt. Und mein... Ach, was ist das für eine... Was ist das für eine Donation? Ich hätte es jetzt fast komplett vorgelesen. Und tue ich mir sowas an? Dankeschön an Salami Brötchen. Diese wunderschöne Donation, die ich hier bekommen habe. Also Simon, danke fürs SIP-Werden auch. Und Mana Muno. Da feinen die Hunnis am Streamen. Ich mag den Streams mal weiter. So, Dankeschön. Gehen wir mal hier rein, was die Cops so machen. Schau mal, soll man Andel mal anstacheln mit dem Commander? Oder nee, er ist nicht Commander. Commissioner ist er. Schnell Überlieferung rüber. Weil keiner hat sich extra einhalten. Schauen wir gleich mal. Ich gehe mal zu Andel und frage mal, Herr Commissioner, was in der Lose? Tschüss. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Du, wegen der Untersuchung, da reden wir noch, gell? Ja, du. Wie fühlt sich das an, wenn man sich so selber befördert, Prinzessin? Alles gut bei dir? Ich wollte ja mal fragen, du. Ich sehe da niemanden eigentlich. Ich sehe da jemanden eigentlich. Du, wie fühlt sich das so eigentlich an, wenn man sich selber ein bisschen befördert? Ich sehe da niemanden, gell? Du, wie ist denn das Feeling? Payout auch schon hochgesetzt? Na, ich will es mal hoffen. Ich will es mal hoffen. Bitte mal wieder weg. Das wollte ich unbedingt heute machen. Dankeschön. Okay, okay. Wie schön, dass es das alle gerade da war. Ist das nicht schön? Alle waren gerade da, gerade komplett aufs genommen. Wie gerade alle da waren. Ja, hat sich schon... Ja, ist schon ehrlich. So, Herr Commissioner. So können wir einigen, was ist ein Dogrot passiert? Mein Pony mal hergeholt. Ich denke, sie können damit heute... Und die mehr in den Black mit dabei. Spannend eine Runde mit drehen auf dem Highway. Haben wir uns den Spaß erlaubt? Ich wünsche viel Spaß. Danke. Zuerst muss ich mich in den Dienst melden. Das hat was Schönes verpasst. Ah, da. Schau uns her, das ist der Herr da. Der schaut so verzwickt. Müsst du eine Darmspiegelung? Ja, ich glaube, der bräuchte mal eine Gesundheit. Oder einen Seetest. Weil der schaut auch aus. Oh, der ist gratis. Er könnte auch sehen, dass man keinen einen hat. Ich glaube, sie brauchen mal eine Psycho-Durchsuchung von dem her. Weil der hat vorhin gemeint, er sieht mich nicht. Da sollten sie vielleicht mal aufpassen. Aber wen meinen sie denn mit? Ich kann keinen sehen. Also doch Seetest haben wir doch eh schon angeboten. Ich habe gesagt, das Wort sollte unbedingt einen Seetest machen. Ja. Warum denn? Was haben die hier gemacht? Vorsorge. Die brauchen ihre Augen doch. Die müssen top sein. Aber jetzt, wo ich den Herrn von der Spezialeinheit das sehe, der schaut schon sehr verklemmt. Also da müsste man schon einmal auch... Ja, aber Herr Kommissioner, jetzt müssen wir schon schauen, jetzt müssen wir schon schauen, ob wir uns noch einmal vielleicht ein bisschen hochstufen können. Vom Kommissioner zum Ober-Kommissioner, dass man sich dann noch einmal selber vielleicht befördern könnte. Ja, wie wär's denn eigentlich mit dem Präsidenten? Ja, wie wär's denn eigentlich mit dem Präsidenten? Ja, wie wär's denn eigentlich mit dem Präsidenten? Ja, nein, noch besser. Ich hätte den Best-Koté gegen Illuminaten, die sind noch weiter oben. Können Sie das erledigen? Das wäre doch perfekt. Ja, natürlich. Aber nach der Darmspülung natürlich. Sie müssen das schon selber machen. Sie müssen sich ja selber befördern. Setzen Sie den Payout schön hoch, der Herr. Naja, Sie könnten mich angelogen. Also ich hätte auch einen Vorschlag, aber nach der Darmspülung natürlich. Er setzt sich so viel Zeit für die Gesundheit ein, würde ich ihn zum Gesundheitsminister machen. Ja. Jawoll. Stimmt. Und dann gibt's neue Maßnahmen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Richtig. Und danach gibt's Darmspülung für jeden am Hauptplatz. Und Sie sind der Erste. Was halten Sie davon? Dadurch, dass ich große Darmprobleme habe und einen Reizdarm betreibe in meiner Freizeit. Sie betreiben das? Okay. Ich betreibe das beruflich, ja. Machen Sie das freiwillig? Ja, die Scheiße läuft ja nicht von selber. Er hat jeden Tag seine Sitzungen, ja. Jeden Tag Sitzungen, so ist das. Achso, er hat Geschäftsitzung jeden Tag. Natürlich, jeden Tag großes Geschäft am Laufen. Sind die laut und proud oder was? Nein, die laufen. Aber komplett flüssig. Achso, die laufen. Ja, natürlich. Geschäft trennt. Es läuft. Es läuft. Es läuft, natürlich. Es rinnt. Und es zirkt. Und es zirkt wird. Also ich schätze mal, bei der Besprechung ist auch Bombenstimmung, oder? Hallo? Natürlich, immer. Ja, natürlich. Ihr kriegt gleich einen Standort. Also ich glaube, der Herr, der ist gemackt. Ich könnte mal auch für Untersuchungen und Studiengänge. Also für Studien kann man den hernehmen, oder? Ja, ja. So quasi. Natürlich. Herr Di Maria, haben Sie schon mal einen Reizdarm untersucht? Ach, das Kärtnerdorf könnte es wieder am Start, Alter. Ich bin das gerne mit allen Ärzten gleichzeitig machen. Du bist der beste YouTuber. Schau jeden, das sind es mir immer dabei. Love you, Alter. Liebe geht zurück an dich, das Kärtnerdorf-Kind. So untersuchen des Reizdarmes und Geschäftsfördernden. Akuter Reizdarm. Ja, und geschäftsfördernde Maßnahmen, falls es... Was aber auch interessant wäre, wenn der Herr Commissioner auch was Scharfes isst und dann bei der Studie mitmacht. Haben Sie was Scharfes für mich? Ein Messer hätte ich für Sie. Das ist aber nicht gesund zum Essen, oder? Was meinen Sie, Frau Doktor? Ich habe da ein Salami mit... Dass ich die Schäufe Salami hätte. Ah, ja, das wäre natürlich super. Ja. Können wir auch asiatische Nudelfahne machen. Können wir auch machen. Die richtig durchscheppert. Oder? Was meinen Sie daher? Oder... Ich habe noch eine Frage. Sind Sie eigentlich stolz auf Ihre Einheit? Oder am Hauptplatz könnte man natürlich auch Döner extra scharf machen. Okay, das ist schön. Extra scharf, ja, ja. Ja, Döner extra scharf. Ja, es gibt der Döner. Deswegen versteckt er sich auch. Es gibt der Döner. Extra viel Ei-Rahmen. Ja, ja, es gibt's auch. Ja. Okay? Na, passt schon. Gut, dann lasse ich Sie mal hier alleine mit Ihrer Beförderung. Das freut mich sehr. Und danach dringt man ab für D. Kennt jemand von euch dieses Meme mit Obama, wo er sich selber so eine Kette umhängt? Also so irgendwie... Könnten wir ein schönes Meme... Wollen wir gleich mal ein Foto von Ihnen? Das will ich unbedingt machen. Nein, 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 nein. Nein, komm, Sie mal her. Nein, nein, Sie kommen mal hin. Na, wir machen... Kann jemand gemeinsam uns beide ein Foto machen? Nein, 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 nein. Das muss... Da muss alleine einer stehen. Ich muss das dann ausschneiden. Ich muss das dann in Photoshop ausschneiden. Was wir ausschneiden? Nein, nein, nein. Ich muss... Ah, perfekt. Nein, nein, wir müssen das ausschneiden. Da ich ja der Meme-Meister schlechthin bin, mache ich mal eins. Sie müssen sich selber die Kette umlegen. Das ist wichtig und richtig. nicht. Na, können's. Wir machen gemeinsame Foto. Wir, nein, nein, nein. Wir möchten keins nicht. Mich sieht man auf Fotos nicht. Ich bin ja gar nicht da. Ich seh sie schon. Ich bin in ihrem Kopf. Sie sind psychisch gestört. Achso. Sie sind komplett gestört, sind sie im Kopf. Das ist nur die Stimme. Ich? Ähm, ich hab grad mit meinem Handy. Nino, ich glaub, wir müssen den Herrn einweisen. Das ist das Funkgerät. Schauen Sie, ich hab immer den Funk bei mir. War ganz schön weg, Alter. Ich mach ohne Scheiß. Kennt ihr dieses Meme von Obama, wo er sich so selber so in der Kette umhängt? Das mach ich. Das mach ich heute mit. Ich hab ja schönes Foto gespeichert von Ando. Das muss ich mir unbedingt merken. Ich hoffe, das ist ein schönes Foto geworden. Ich glaube... Oh, ja, das ist perfekt. Das Foto schneiden wir aus und machen ein Meme draus. Oh, ja. Sag mal, hat Ando eine Zahnlücke? Ist das Karies? Was ist denn das? Ihr Leute, was ist denn das? Guck mal. Ich suche mir ein, die müssen wir los. Oder jetzt ein Hotchok. Das sind doch in so einem Zahn drin. Oder Essensreste? Was hat Ando... Guck mal. Ja, Herr Morris. Was ist denn mit Herrn Morris los? Warte, ich mach mal. Sogar ohne... Jetzt sieht man es noch besser. Alter, was ist denn mit Herrn Morris? Hat ein Zehen los vorne? Guck. Warte, Herr Morris. Herr Morris, aber Zahnpflege ist mir nicht so angesagt heute. Was ist denn da los? Oh, vielleicht steht er ein bisschen ungünstig. Das kann schon sein. So, wo steht denn mein Auto jetzt? Ach nee, wo wird jetzt mein Auto hingeparkt? Ah, da vorne. Stimmt, da war ja was. Gut. Ich suche mir Ando. Wo ist das denn da los? Ah, das war gerade schön. Ando ein bisschen vor den Leuten trollen. Das ist echt schön. Vor der ganzen Mannschaft. Erstmal getrollt. Lieben Ando. Wo ist denn da los? Wo ist das denn da passiert? Ah, ist das süß. Der CD-Spieler. Ich bin schon seit 2017 dabei. Dann Kuss geht raus. Freut mich, dass du schon so lange dabei bist. Kurt der Köter. Ist die Schandl eigentlich impft? Das musst du sie bitte selber fragen. Ich bin leider nicht die Auskunft. Da rind er Katzen mitten am Hauptplatz. Das habe ich noch nie gesehen. Ah, wie süß. Ähm. Ähm. Wem muss ich sagen? Hält er an und macht, ähm. Mitten auf dem Hauptplatz. Ach, schau, Radl. Ach, schau. Ach, schau. Ein Eclipse. Was wir auch machen können, wir könnten mit Beta-Fahrzeugen rumfahren und die Leute damit, äh, in dem Fall trollen, weil die halt denken, das gibt es dann schon zum Kaufen. Dabei gibt es die Aus noch gar nicht zum Kauf. Das finde ich immer sehr lustig, wenn man den Leuten auch schön in die Nase reibt. Ist das ein Cop-Auto? Nee, oder? Hallo? Hey. Okay. Ich würde nur gucken, ob das ein Anerkaufmerkopf ist. Ich schätze mal nicht. Ja gut, hier ist alles clean. Ihr wäre schon lustig mit solchen... Oh, wer hat da so ein Auto geparkt? Eieieieiei. Ja gut, ich sag mal nix, dass das Ding da hinten steht. Perry, das schnabelt hier. Mach du was? Ja, der steht hier rum, ja, oder? Okay, der Air-Unit geht nach oben anscheinend. Dann können wir gleich mal gucken, Richtung, äh, Dings, ne? Ja, mach das bitte. Ja, mach mal das mal. Dann holen wir mal die ganzen... Schau, die Katze, die rennt bis hier nach vorne. Das war die von vorhin. Guck. Die Katze... Das ist aber kein Motto oder so. Das ist einfach eine Katze, die hier rennt. Aufpassen, die Katze. Ja, ich sag mal... Ah, ich sag mal... Check, geh mal. Kriegen wir die Tür auf? Oder ist hier ein... Oh, aber da ist hier grad was passiert, Entschuldigung, hab ich nicht gesehen. Das FG ist schon mal auf dem Weg, dass wir vielleicht wieder raus wollen. Ich muss hier mal retour, bitte. Bin einer Katze nachgefahren. Die Katze muss ich noch einmal lernen. So, geh mal an, das ist... Das ist... Das ist doch, Keitscha. So, geh mal an, was ist denn da... Das war jetzt das Antwort, als steh ich mich hier mitten rein und spendiere mir einen Kaffee. Ganz kurz, ich hab den Wien fertig gemacht, kann man sich angucken. Haben sie das selber gemacht jetzt gerade? Ja, ja, gerade eben auch nach ihren Wünschen. Echt jetzt? So schnell? Ich bin ja der Memeister sowieso. Wie haben sie das so schnell hinbekommen? Na, es gibt so einen Meme-Generator, da kann man das... Ja, aber ich... Ich wollte ja den Herrn ausschneiden, der Herr. Ach, das geht wunderbar. Haben sie ihn selber ausgeschnitten? Ja, wo ich da alte... Es gibt einen Generator dafür. Ach so, das schau ich mir dann gleich mal an. Dankeschön. Ja. Das freut mich. Ist in... Ne? Sie wissen nicht. Jo, dankeschön. Weißt du, macht der Arzt einen Meme, ich glaub's nicht. Schau mal, wie ich da jetzt stehe und zuguck, wie der Andel da rausgeholt wird aus dem Auto. Ich bin so'n Arsch. Ich zücke mir Andel, bevor wir ihn jetzt ziehen. Lang ging die Reise nicht. Ganze 10 Meter weit weg vom Krankenhaus und schon direkt einen Unfall mit Überschlag gebaut. Der absolute Kracher, Alter. Der absolute Kracher. Das dürfen wir uns nicht... Leute, das dürfen wir uns nicht entgehen lassen hier. Der Herr... Der Herr Commander... Ah, nicht Commander. Kommissioner. Der Herr Kommissioner, der selbsternannte Herr Kommissioner hat sich überschlagen und wir sind live dabei. Ja, du musst das mit dem Ding... Ach, warte. Da muss ich jetzt aber schnell machen. Ah, da muss ich auf Einsatz. Ganz schnell auf Einsatz fahren. Das ist wichtig und richtig. So. Da bin ich auf Einsatz. Da darfst du dich mit dem Fahrrad machen. Du musst dich ein Ding holen. Eieieiei. Dann fragen die sich, warum funktioniert es nicht. Aber deshalb sind wir ja da, ne? Hallo. Ja, mit dem Fahrrad geht's nicht. Es gibt einen Verleih zum Ausbauen. Ich kann dich gerne mitnehmen, wenn du willst. Ja, wäre lieb, weil... Eigentlich darfst du ja ohne Führerschein nicht fahren. Das stimmt. Also dürfen schon, ne? Können schon. Dürfen nicht, aber du kannst trotzdem, ne? Also, du musst halt aufpassen mit der Polizei und so. Ja, okay. Hört sich damit mitnehmen? Ja, natürlich. Oder denkst du, du kriegst die in der Ausreise, wenn du ohne Führerschein fährst? Weiß ich ja nicht. Es gibt sowas, das letztlich Regelwerkprinzessin. Ich weiß. Ja, da steht ja nichts drin davon, oder? Nö. Eben. Also, überleg mal, kannst du ein Real Life auch ohne Führerschein fahren? Ja, klar. Ja, eben. Also, konsistenziert nicht. Ja, eben, aber genau, das meine ich doch. Du musst ja keine Angst haben. Du fährst einfach ohne Führerschein rum, die Runde, und dann passt schon. Du musst halt damit rechnen, dass du, äh, Problemate mit der Polizei kriegst, aber dürfen, äh, so darfst du natürlich, ne? Ja. Ich meine, an sich würde ich dich jetzt nicht, an sich würde ich dich jetzt hier gar nicht mitnehmen, aber ich mach's, weil ich heute nett bin. Weil ich gerade eh zu tun hatte, sag ich mir, komm, ich bring dich da hin. Du kannst ja nicht wissen. Aber an sich, du musst immer mit dem Auto rumfahren, beim Brief ausführen, und klappt das auch. Ich weiß jetzt nur nicht, ich weiß jetzt nur nicht, ob du jetzt, ähm, einmal schlafen gehen musst. Hast du die Points dort schon gehabt, zum Ausliefern? Ja, die Points sind da. Okay, dann würde ich dir empfehlen, einmal schlafen gehen, oder nochmal neu einchecken, weil ich jetzt nicht weiß, ob es dann zu Problemen kommen kann, weil du schon dort angefahren bist, ohne Auto. Aber das ist, also ich gebe dir, ich gebe dir den Tipp, einmal schlafen gehen, nochmal reinkommen, und dann soll's funktionieren, weil nicht, dass du dann dort stehst, dann geht's nicht. Bitteschön. Okay, ich versuch's mal. Danke schön. Oder einmal ausloggen, oder nochmal ein. Das sollte eigentlich auch ausreichen. Weißt du, wo man das Auto herbekommt? Ja, da vorne. Genau, einfach ausparken. Perfekt. Alles klar, danke. Jawohl, bitte. Wir sind heute so nett zu den Leuten. Das würde ich sonst niemals machen. Aber ich habe gerade einfach so, ich bin einfach gerade so glücklich, dass es sich, dass es Herr Morris sich gerade überschlagen hat. Da ging mir gerade einfach das Herz auf. Jetzt noch mal zurück zum Ort und noch mal zuschauen, wie er da aus dem Auto gefärbt wird. Das ist einfach nur schön zum Angucken. Guck, wir sind live dabei. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Wie Andel da jetzt aus dem Auto gezerrt wird, der Herr Morris. Das ist das Future. Ich liebe dich. Beste Streamer ever. Perfekt. Mano. Das ist das Future. Kenne ich noch nicht, aber danke schön. Kuss geht raus. Für deine 1,90. Dann Maxi German. Danke für 5 Euro. Kennt du mich noch? Kenne ich auch nicht. Aber vielen Dank für deine Donation. Also manche Namen habe ich echt noch nie gehört. Manuel Rost. Kannst du den EQS rumfahren? Ich muss halt echt gucken, ob der drauf ist. Ich habe die Vermutung, wir hatten den mal drauf. Ich weiß nicht, ob der noch drauf ist. Aber wir hatten den 100%ig mal drauf, weil ich weiß noch, dass wir den im Autohaus mal gehabt haben zum rumfahren. Muss ich noch mal gucken. EQS. Ja, den hatten wir mal zum Testen. Aber das ist so lange her. Würde mich wundern, wenn er noch drauf wäre. Aber ich weiß, wir hatten den. Aber wir haben ihn nie verkauft. Ich weiß nicht, ob er noch drin ist, weil wir den nie verkauft haben eben. Jetzt hat er wirklich... Alter, der... Guck. Jetzt gib mir ein, was passiert denn da hinten gerade? Jetzt gib mir, was passiert denn da im Auto? Leute, hat es ihn eigentlich überschlagen? Kannst du mir im Chat sagen, ob es ihn überschlagen hat? Oder ich gucke mal selber nach. Ich will echt mal gucken, was passiert ist, dass ich mich erst mal drüber schlapp lachen kann. So, das will ich jetzt echt mal sehen, was da passiert ist. So sehr wird es jetzt erst mal nicht richtig verstehen. Ah, wie er mich hinten sieht. Ah, wie er mich hinten sieht. So, mal gucken jetzt hier. Wie hat es denn überschlagen da hinten? Er ist rausgefahren? Ah, er wurde von einem Auto angefahren, Vollgas. Ich dachte, er hat es überschlagen. Er müsste es gar nicht anhalten. Er ist so krass, wo der jetzt nicht angeschossen. Von dem Auto. Ich dachte, er hat es gerade voll überschlagen. Jetzt bin ich traurig. Ich dachte, es ist voll lustig, es passiert. Also, man muss sagen, er macht Andel jetzt hier aber gutes RP an der Stelle, weil er müsste nicht anhalten bei so einem Dreh, der jetzt gerade war. Er müsste nicht. Er macht das einfach mit, weil es vor dem Krankenhaus ist, schätze ich mal. Weil es direkt vor allem passiert ist. Da schauen wir mal zu. Mir ist ja noch der eine Cop, der letztes Mal mir vollgas reingefahren ist. das war 10.000 Mal schlimmer als das, was Sarah passiert ist. Er spielt es gerade gut aus. Der Andel. Der Wuffel. Du hast eine Rechnung bekommen. Für was denn? Ja, habe ich nicht. Habe ich tatsächlich nicht bekommen. Schau, wer da kommt. Ich hätte noch einen Muffin zum Kaffee. Wie können sie mich sehen? Naja, ich sehe ich mache nur Spaß. Ich sehe eh Polizei. Ich mache nur Spaß. Du, seitdem wir eigentlich Homeland sind, kann uns eh jeder sehen. Das checken die Leute nicht. Davon gehe ich ja aus. Ja, natürlich. Nur das andere ist dann das Problem, ne? Aber ist ja kranios gewesen. Das ist kranios hier. Wirklich. Das ist doch erst von draußen. Das ist wirklich schön. Ich habe extrem jetzt hier freigenommen, dass ich hier dabei sein kann. Ist ja großartig hier. Wirklich. Oh, da ist ich wieder drin. Und tschüss. Das ist wirklich schön zu sehen, sowas. Sieht man auch nicht alle Tage. Der selbsternannte Commissioner. Erstmal einen Unfall gebaut. Ja. Nicht nur mit dem Auto. Ja, ja. Das ist wunderschön. Ah ja. Ich gebe euch einen Tipp. Ihr müsst ihn immer nennen. Selbsternannte Commissioner. Das hat er jetzt gerade selber gesagt. Perfekt. Ja. Das müsst ihr bitte machen. Das ist ganz wichtig und richtig. Mach mal. Gut. Na dann. Schönen Abend noch. Dankeschön ebenfalls. Danke. Bitte nicht jetzt. Das ist so ein Meme schon. Das ist einfach so ein Meme, dass er selbsternannte Commissioner ist. Gut, wir können weiterfahren, Leute. Unfall vorbei. Boah, ich bin aber schon hart fies, gell. Aber ein bisschen schulden muss sein. Handelt es schnacken. Das ist nach Kapazie. Das Auto aufgebrochen. So. Der andere liegt im Krankenhaus. Wir haben alles erreicht heute. Der Tag kann nicht besser. Herr Morris, der selbsternannte Commissioner liegt im Krankenhaus. Das ist ja, das ist wunderschön. Das ist einfach nur wunderschön. Da geht mir einfach gerade das Herz auf. So, jetzt fahren wir mal Richtung Land und schauen, was die Leute machen. Oh, ich muss meinen Job ändern. Ich bin kein Wertransportfahrer. Z-Shop 4, 5, 7, Edmund 1. Hier schnell. Perfekt. Demon King, gell mal für einen Euro und Kuskel, raushauch an dich. Joshua Lonsdale, danke für 1,92 Euro. Der CD-Spiel habe ich ja vorgelesen, genau. Ah ja, ich wollte hier gerade vorhin noch für das Kärntner Dorfkind noch einen Herzring rausballern. Das war mir noch ganz wichtig, weil das Kärntner Dorfkind hat over 50 Euro mit Fies rausgeballert. Da habe ich mir schon mal fettes Danke sagen. Lasst alle mal ein Herz in den Chat hier. Einmal ein Herzring. Puh, das Ding, das zieht gut. Damit sind wir letztes Mal, wie ist es denn gefahren? 500, 400? Ne, 500 sind wir gefahren. Ja, 500 war das. Mit dem Auto. Wir können mal unser Menü anmachen. Jetzt die Blips können wir mal anmachen. Äh, Blips. Äh, so. Genau, das wollte ich nämlich noch mal schön machen hier für das Kärntner Dorfkind. Richtig und wichtig, dass wir da auch mal einen Herzring rausballern. So, schauen wir mal. Also, im Gefängnis haben wir drei Leute. Ui, 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 hier geht's ja ab, du mein lieber Scholli. Da oben geht's ab, da fahren wir gleich mal hin. Bitte, wir fahren nicht hin, wir schauen uns das an, Leute. Wir fliegen dorthin. Weil ich möchte nicht, dass dann irgendwer aufliegt, weil ich mit dem Auto dort bin. Bin beim Connecten, äh, unter die Map und habe jetzt keine Blutungen, aber 64, 100. 598. Tippe ich jetzt mal her. Hallo? Hallo? Ui, warte mal. Wie ist denn jetzt los? Das fahre ich mir auch gerade. Also, ganz kurz. Äh, wie sieht's aus wegen, äh, Leben? Hörst du mich? Hallo? Ja, ich höre dich, hallo. Hallo? Warte mal. Hörst du mich direkt hören? Hallo? Hallihallo? Hallo? Hörst du, das heißt, ich beides drehen, das trägt dich nicht, ne? Warte mal kurz. Obala. Erstmal wegschützen. Ich mach hier mal Licht an. Schauen wir gleich mal. Ich glaube, der hat eine richtig schlechte Connection, der Dude. Ich glaube, der ist ja auch unter die Map gespawnt, bei so einer Connection. Also, bei mir ist ja keiner richtig eingestellt. Was kommen wir jetzt? Hallo? Ähm, so ein 50er gerade. Hallo? Ich glaube, der hört mich einfach nicht. Hallo? Ah, jetzt höre ich. Ah, okay. Okay, dann war ich dich so schön her, Peter. Ja, wegen dem Ping. Äh, du hörst dich ganz rucklich an bei mir. Okay, das ist komisch. Ja, jetzt geht's wieder. Aber davor einmal so ganz kurz so abgekratzt halt. Äh, ich wollte nur fragen wegen deiner, wegen deinem Leben und wo ich dich hinbringen soll. Äh, ich war tatsächlich dort, wo ich war. Ich wurde wieder hochgebracht. Ich hatte bloß halt Probleme. Wo warst du denn genau? Ich war beim Motel in Palito. In Palito, okay. Kannst du jetzt nochmal F9 drücken? Bei dir? Ja. Und schauen, welchen Ping du hast. Äh, jetzt habe ich einen 47er, jetzt gerade 70. Ich glaube, bei dir hitscht das immer wieder kurz hoch, weil, Alter, ich höre dich manchmal so schlecht und manchmal ganz normal. Ich bin gerade mal am Klingel in der Person. Nein, ich weiß nicht. Wie ist denn jetzt gerade? Äh, warte. Jetzt überhuft dich wieder. Ja, ja, lass mal offen und schauen, ob dir mal über 100 oder 200 geht oder sowas. Ich habe so das Gefühl bei dir manchmal so, dass es manchmal echt mal weg ist, weil man hört sich manchmal echt ganz schlecht. Dann geht so richtig deine Stimme weg. Jetzt hält er sich gerade im 50er Bereich die ganze Zeit auch. Ja, jetzt hörst du dich normal an, genau. Jetzt ist er im 40er. Ja, das ist halt nur manchmal, wenn du redest, dann auf einmal. Ja, das ist im nächsten 17, ja. Ja, und jetzt hat es kurz geruckelt bei dir. Der raucht gerade ziemlich hoch. Ja. Auf wie viel ist er jetzt hochgegangen? Jetzt war er gerade auf maximal 85. Ja, das Problem ist halt, das Updaten nicht jede Millisekunde, aber... Äh, ja. Okay, jetzt ist er gerade bei 100. Ja, sech, doch. Da ist bei dir irgendwie der Ping ein bisschen weit oben. Musst du schauen, dass das demnächst mal behoben ist, weil sonst hören ich die Spiele immer wieder so ganz schlecht. Äh, sonst bin ich dich ins Hotel bei... Motel bei Balito, sagst du? Genau. Ja, das bricht dich ja schnell hin. Steig mal ein, wir sind eh gleich da. Wollen wir nur fragen, ob alles okay ist, wegen... Eww. Alter, das ist halt echt ein hohen Ping manchmal. Werken wir auch gerade beim Einsteigen. Sag mal, hast du ein gutes Internet überhaupt? Äh, eigentlich die 100.000er-Leitung, das wundert mich halt. Vielleicht mal Router neu starten? Ja, das ist bei mir nicht so einfach. Der steht bei uns im Büro. Also, du kommst doch nicht rein, oder was? Na? Kommst du nicht ins Büro rein, oder wie? Ja, das Problem wäre, ist, wenn wir den Router neu starten, dann haben die Betreuer allgemein keinen Zugriff mehr aufs System und dann können sie auch gar nicht mehr auf den Router zugreifen. Der muss dann mit über Fernwahrung zu neu gestattet werden. Ach so, bist du in so einem betreuten Wohnbereich, oder was? Genau, ja. Ach so, ja gut, das kann aber auch sein, weißt du, wenn da noch jemand im Internet drin ist, und der zieht sich gerade die komplette Leitung weg. Ach, jetzt höre ich dich gerade nicht, ne? Ja, hallo, hörst du mich jetzt? Hallo? Jetzt hast du gerade gestoppt. Hörst du mich jetzt? Sehr leise. Ich frage mich nicht, warum. Ja, ich sag dir, was ist da? Der Ping ist richtig weit oben, Bruder. Bei meinem Ping ist ganz normal. Ja, glaube ich dir. Gut, ach warte, du warst beim Hotel, du hast gesagt, also nicht hier. Alles gut, ich würde mich auch hier abholen lassen. Warte, ich war schon, nachdem, wo du warst. Das müsste hier gewesen sein, oder? Das hier? Hotel? Hallo? Ja, hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. War das hier das Hotel? Äh, nee, wir waren unten am Hotel. An welchem denn? Achso, das, äh, mit dem, wo man reingehen kann. Äh, bei dem Bürgerladen auch, genau. Ja, da kann man reingehen. Ah, okay, das verstehe ich. Also, so, habt ihr auch gerade gesehen, der NPC, der gerade gefahren ist, das liegt dann ihm, ne? Wenn jemand so einen hohen Ping hat, dann, dann spielen die NPCs da auch komplett verrückt. Also, da muss er nacharbeiten, ne? Ja, das ist nicht gut, wenn man da so einen Ping auf Hitches, 200, 100. Äh, ich meine, 100 geht ja noch. Aber ich glaube, der Hitcht auf 200 manchmal hoch. Ich glaube, hier warst du dann, ne? Genau. Ja, sonst, sonst frag doch einfach mal, äh, oder macht mal einen Speedtest bei dir zu Hause. Ja, der läuft eigentlich auch eigentlich, also, ich hab beim Speedtest, hab ich immer einen Ping von 12. Naja, du musst mal einen längeren machen, äh, weil wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ja nicht die ganze Zeit. Ich merke immer nur wieder, du hast so einen, so einen Peak immer, der immer so aussetzt kurz. Genau, ja. Ja, dann musst du, dann musst du mal einen längeren Ping-Test machen, dann siehst du vielleicht so eine, äh, am besten mit so einem Diagramm, wo du, man sieht, wenn es einmal hochpeakt oder so, da gibt es so Ping-Tests dafür. Okay, dann schaust du mal, weil es kann sein, dass vielleicht irgendwer an der Leitung, äh, ja, rumkackt, wenn mehrere Leute in der Leitung drin sind. Ja, gut. Okay. Dankeschön. Perfekt, bitte, kein Problem. Ciao. Also, das hab ich auch noch nicht anlegt, sowas. So einen schlechten Ping, Alter. Er hat aber richtig hochgehitscht. So, schauen wir mal, was die Leute machen. Also, es wird, es wird angebaut. Ah, wobei, hier wird nicht angebaut, nee, nee. Hier, hier baut keiner an, aber baut hier wer an? Nee, oder? Da steht ein Zivi-Cop, das ist ein Zivi-Cop, hundertprozentig, Leute, wetten wir? Warte, ich fahr hier mal Vollgas dran vorbei. Ich wette, was mit euch, das ist ein Zivi-Cop. Ein Hunni fahrwette ich drauf, okay, ein Hunni. Dass das ein Zivi-Cop ist, der hier rechts steht, pass auf, ich fahr jetzt Vollgas durch. Weil, das ist der Spot, wo ich immer stehe, hinter diesem Busch. Ja. Ah, hat er angewacht, guck. Schau, 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 schau. Ach so, Entschuldigung. Alles gut, alles gut. Habe ich ihn sogar aus dem Ding gebracht. Ich habe gerade ein Hunni verwettet drauf. Da steht er nicht sonst immer ich mit meinem Spot. Boah, war das gerade fies, dass ich da so durchgerast bin. Ich habe mir gedacht, vielleicht zieht er mich ja mit der Aufschrift und so allem drum und dran. Hätte mich verwundert, wenn er es erst hier gecheckt hat. So, habe mein Wagen, warte, bitte was, bitte was, bitte was, das ist doch kein Edmund im Ding Fall. Habe mein Wagen auf dem Tag ausgeparkt. Ah, das ist aber auch neu, Bruder. Ich habe nämlich nur ein weißes Auto gesehen. Ja, glaube ich, weit war schnell. Ja, Entschuldigung noch einmal. Nö, du, ich bin mit Absicht vorbeigefahren. Ach so. Ja, ich, ich, nee, weil ich, ich habe innerlich ein Hunni drauf verwettet, dass da ein Kopf steht. Ach so. Und bin dann vorbeigefallen, aber auf einmal steht da wirklich ein Kopf. Ja, wirklich. Ja, ich bin das erste Mal Highspeed nämlich. Ach so, ja, weil ich stehe da immer in dem Spot. Ich dachte so, ja, da wird sicher einer stehen und dann dran vorbei und dann ja. Ach so. Alles klar. Ja, gut. Danke nochmal. Ja, bitte, ciao. Wie er sich entschuldigt hat, warum? Ah, wie süß. Einfach mal entschuldig. Ich, der war fies. Komm, der war echt fies. Ich bin extra nicht mit Blaulicht durchgefahren. Das wollen wir da mal hin. Also, äh, jemand hat seinen, ach, warte, das ist aber wichtig. Doch, doch, das ist wichtig, weil, ähm, der Typ hat sein Auto ausgeparkt und ich schätze mal, dadurch, dass der irgendwo in der Garage angekommen ist, überschlägt sich das Auto und da müssen wir hin, da müssen wir gucken, müssen wir Koordinate umsetzen. Also, da bin ich unterwegs. Das ist ein wichtiges und richtiges Ding, was wir jetzt machen. So, Danny schreibt, holen wir die 5000 Likes? Den Andel-Troll heute nach. Welches Andel-Troll? Sollen wir anderen heute mal trollen oder was? Ein zweites Mal. Aber das haben wir schon 5000 Likes wert hier mit Andel getrollt. Also, ich würde mal sagen, nochmal ein Like hat darauf. Auf die 5000, Leute. Auf die 5k. Hey, oh, ich kann nicht fahren, guckte eh. Ah! So, kommt wieder wer mit. Kann es sein. Das ist von meinem Haus. Die Sachen verschwinden. Da fahr mal gleich das Zweites an, aber ich fahr erstmal hier an. Äh, wo wird denn der angefahren? Äh, Espresso, Dispresso wird das Zweite, das wir mal anfahren. Ich fahr nur zuerst in einen Ort an, wo ich hinfahren muss. Dann wird der Zweite angefahren. So. Er wohnt an hier hinten. Ja, gerade ist das. Hallo. So. Mahlzeit. Mahlzeit. Ich schätze aber, dass das Ding hier, äh, hier gespawnt ist, hier drin, oder? Nee, das ist hier oben. Ich bin da oben runtergefallen. Ja, ja, ich meine aber, dass hier die Garage ist, oder? Ja, genau. Dann müssen wir die umsetzen. Weil das ist, äh, das Problemchen, wenn man so ein Auto hat. Und das ist etwas größer, dann kann es manchmal sein, dass man hier oben hinkommt. Dann muss ich nur mal schauen wegen der Hausnummer, dann save ich die mir ab, dann ändern wir das um, dass wir das umsetzen. Okay. So. Also, ja, äh, meinen Campingwagen kann ich auch da rausholen, aber das ist gar nichts. Nur bei dem Wagen ist das. Ja, ja, ich weiß, es gibt Wagen, da passiert es nur bei manchen nicht, das liegt an der Collision des Fahrzeugs. Das ist bei jedem anders. Achso. Und bei manchen passiert es, bei manchen nicht, deshalb wir setzen das dann immer um, dass es zum Beispiel hier weiter vorne ist, dann passiert das gar nicht mehr. Ich schaue nur noch mal hier genau die Dings an, so. Gut. Habe ich mir abgespeichert und den Wagen drehe ich da einmal um. Das wäre lieb, ja. So. Perfekt. Und, äh, hat er schon eine Filmentür gehabt davor? Äh, nee. Ja, warte, dann kannst du mal aufmachen, dann mache ich die auch nochmal heile. Und dann schauen wir, dass das dann gleich gemacht wird. So, bitteschön. Perfekt, danke schön. Bitte. Tschüss. Tschau. Tschau. Zum nächsten Einsatz. Haben wir schon fast gedacht, dass das hier genau dieser Vorsprung ist. Das hatten wir beim anderen Aushauch schon. Da hat jemand so einen Hammer H1 drin geparkt und der hat sich auch immer überschlagen, weil du unter dem Haus drin stehst und bei manchen Autos funktioniert das nicht richtig. Das ist bei jedem Auto anders, ne? So, nächstes Ding anfangen und hoffen, dass der noch da ist. Tanken müssen wir auch langsam, aber egal. Schild nehmen wir mit, aber egal. Es ist der Sound auf der Spendel. Ui, schau ich gleich, schau ich gleich. Please hold the line. Guten Tag. Hallo. Eine Frage, das Haus hier, hast du das mit jemandem zweiten auch, oder? Richtig. Okay. Ich schau nur schnell nach, die Hausnummer und dann kann ich dir sagen, ob was entnommen wurde oder nicht. Mhm. Weil es gibt auch teilweise, ist das dein Haus hier vorne, das hier oder das rechts? Ja, genau ist das hier. Weil es gibt auch, das Problem hatten wir einmal bis jetzt, dass es wer geschafft hat, wenn du zu zweit im selben Moment etwas rein oder raus nimmst und zwar dasselbe Item, dann kann es sein, dass es verschwindet. Kann. Ach so, okay. Weil Leute, es gibt Leute, die probieren zu dupen oder so und bevor die dann irgendein Item kriegen, dann wird es direkt rausgeschallert. Ah, okay. Und sonst gibt es noch die Möglichkeit, dass die Polizei drinnen war und sich was genommen hat. Und ich checke jetzt schnell ab, ob es ein Raid gab in dem Haus oder nicht und dann bin ich gleich wieder da. Okay, okay. Jawohl. Dankeschön. Und sonst habe ich auch den Tablet, dass das auch zieht, dass ich gerade weg bin. Aber dann gucken wir gleich mal nach, ob das Haus geradet worden ist mit der Nummer 176. Wir loggen ja alles. Wir können sogar sehen, was die Leute so machen in den Häusern. Schauen wir mal Häuser. Haus Nummer 176. Was genau fehlt dir? Äh, Cush. Wie viel? Oh, circa 500 bis 520. Oh, und wann bist du draufgekommen? Äh, gerade eben. Du hast gerade was eingelagert, ne? 216 Cush hast du gerade eingelagert. Genau. Und du hast eingelagert, es war null Cush drin, oder? Im Haus. Es war null Cush drin. Ja, dann schaue ich mal, wer hat es mir mitgenommen. Ich schaue jetzt nochmal nach, wer es rausgenommen hat. Gut, das machen wir mal schnell. Äh, wenn es ein Bug ist, ist blöd, ne? Aber... Schau mal gleich, mal Hausnummer eingelagert. Kann dir Folgendes sagen, das waren 539 Cush, gell? Mhm. Ja. Das hat wer rausgenommen. Ich kann dir auch gleich sagen, wer es war. Aber ich glaube nicht mal, dass es ein Cop war. Ich kann es dir gleich sagen. Okay. 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 Okay, also folgendes. Aus dem Grund, dass es entnommen wurde, es wurde von keinem Cop entnommen. Das heißt, es hat sich hier wer anders genommen. Aber ich kann nicht verraten, wer es ist, aus Grund von RP-Gründen. Richtig. Aber es ist so, dass es nicht einfach rausgepackt ist. Das heißt, es war jemand in deinem Haus und hat es weggenommen. Okay. Kann sein, entweder, dass du einen Mitbewohner hast, der es rausgenommen hat, oder du hast das Haus offen stehen lassen, irgendwas reingegangen und hat es sich genommen. Das kann beides sein. Schließt du mal ab? Ja, eigentlich schon. Weil ich sehe genau, es hat wer rausgenommen. Also es war jemand in deinem Haus, war aber keine Polizei drin. Dann hättest du eh früher oder später erfahren, ob es Polizei ist. Weil du könntest theoretisch auch zur Polizei gehen, dort anrufen und fragen, ob es eine Hausdurchsuchung gab. Dann geben die dir auch Auskunft darüber. Und wenn es halt nicht so ist, dann hättest du sich höchstwahrscheinlich an mich gewendet und dann hätte ich dir eh gesagt, es hat wer entnommen. Okay, ja. Jawohl. Okay, danke schön. Perfekt. Bitte. Ciao, ciao. Ciao. Ja, der wurde hops genommen. Der wurde hops genommen. Jemand hat ihm die Sachen geklaut. Ich sehe es gerade hier in der Log drin. Ihn hat einfach über 500 Stück Dinge rausgenommen. Das ist halt das Geile. Wisst ihr, wenn man alles lockt auf dem Server, kannst du halt alles nachgucken. Weil wir loggen wirklich viel. Wir loggen wirklich viel. Und das ist so eine Sache, das ist echt gut zu loggen. Weil sonst kommt wer zu uns und sagt, ja, in meinem Haus fehlt das und das. Das ist rausgebackt oder so. Und dabei hat er die Tür offen stehen lassen. Irgendwas reingegangen hat sich's rausgenommen. Ich schätze mal, in dem Fall ist wahrscheinlich entweder der Mitbewohner oder... Aber ich hätte... Also ganz ehrlich, wenn ich hier mal mein Haus zusperre, ich alleine im Haus wohnen würde, hätte ich auch was mit dem Verdacht, dass es mir weggebackt oder weggeglitscht wäre. So, einmal rein da und einmal auftanken. Danke, man kann auch nicht selber probieren. Aber dafür sind wir ja da. Dass wir das, dass wir auf den Grund gehen können. So, Dittike Bärter, Hexion, liebe Grüße aus Ulm. Ah, Hirsch, dankeschön an Dittike Bärter aus Ulm. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ich glaube, Dittike Bärter ist in jedem Stream dabei. Und wie lange du schon dabei bist, Dittike Bärter aus Ulm. Schon so lange dabei. Beste Profilbild da draußen. So, die Darkness. Ich feiere das Feuerwerk vom Like-Button. Hier ein Döner für dich. Stimmt. Vielen Dank erstmal dafür an den Darkness. Und wer es noch nicht wusste, wenn ihr auf den Like-Button drückt, anscheinend schon auf Android-Phone, wenn ihr geupdatet habt, so auch bei iPhone, gibt es ein Feuerwerk. Finde ich aber auch geil. Weil da, seitdem ich das jetzt habe, das ist kein Scheiß, seitdem drücke ich öfters auf den Like-Button. Seitdem das so ist, seitdem drücke ich öfters auf den Like-Button. Weil ich weiß, oh, da kommt so ein Rainbow-Effekt und so. Also so ein Feuerwerk, da drücke ich draufdrücken und dann, ja, freue ich mich. Da hat YouTube mal was richtig gemacht. Den Like-Button mal was zum Speziellen gemacht. Jetzt fehlt es, glaube ich, nur noch auf dem Desktop, dass das hier funktioniert. Neuer Fall, lass mal gucken. Brauche ich da mal, Moment, hier wurde die Brücke angebaut. Uiuiui, da muss ich aber schnell hin. Aber mein lieber Scholli, 462, da bin ich aber schnell da. 462, da muss ich den dann mal abstellen. Wie heißt der Finn? Finn, ab zu Finn. Weil ich habe leider die Dings nicht drin. Zum neuen Fall, ganz schnell rüber. Mach bitte auf. So, Finn. Hallöchen. Moin. Ah ja, da war ein Fall. Gut, dass ihr gerufen habt. Ich kann nämlich nachgucken, wer es hier angepflanzt hat. Ich hatte auch ein Kennzeichen, aber wenn du es... Achso, du hast ein Kennzeichen. Okay, perfekt. Ja, ich hatte es vorhin mit dem Radarscript. Ich kann kurz nachgucken in meine Bodycam. Bitte, ja, das wäre super. Okay. Weil das ist ein Regelverstoß, was wir hier sehen. Aber weißt du was, ich schaue mal zur Sicherheit nach, äh, Koordinate. Und dann kann ich auch mal so nachgucken. Schauen wir mal schnell. Das könnt ihr jetzt leider nicht nachvollziehen. Ich kann da jetzt reingehen und gucken, wer das hier gepflanzt hat. So, schauen wir gleich mal. Koordinate haben wir, die 2, 5, 3, 8. So, 2, 5, 3, 8 auf der X-Achse. 2, 5, 3, 8. 2, 5. Ah, da sind wir. Und 1, 6. Jawohl, da habe ich schon den Typen gefunden, der das hier angepflanzt hat. Dann gebe ich den einmal ein und suche den mal. Und dann bin ich gleich drin und habe denjenigen. Den haben wir gleich. Das ist der Herr. Zack, 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 zack. Ah, das glaube ich jetzt aber auch nicht. Nee. Ist doch schon lange dabei. Also entweder ich bin gerade komplett bescheuert. Nee, warte, ich gehe nochmal Koordinate durch. Das kann doch fast nicht sein, dass das... Die Person, die spielt schon so lange auf dem Server. 1, 6, 7. Das ist ein bisschen... Ja doch, das ist aber die Person. Da gehe ich aber jetzt mal hin. Ja, 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 ja. Ähm. Müsste eine Fluffy sein. War es eine Dame? Äh, ja. Äh, kennzeichnet es auf Alice Price. Alice Price? Ja. Alice, okay. Gut, da gehe ich dann mal hin. Jawohl. Ja, aber Fluffy ist schon lange dabei. Das wundert mich gerade. Und er hätte da halt sehr gerne... Ne? Oder halt länger. Hallo. Guten Tag. Uno Frago? Hm? Äh, nicht an sie, an die Dame, die hier am Bett liegt. Ja. Kann es sein, dass du unter einer Brücke angebaut hast? Äh, ja. Du darfst Dings anbauen, wo überdacht ist. Bauträgelwerk. Also nichts, was überdacht ist. Brücke ist auch eine Überdachung. Okay. Ne, wusste ich nicht. Für mich ist überhaupt gut so überdacht, wenn auf zwei Seiten so ist. Wie auf zwei? Achso, nein, nein, nein. Es geht insgesamt ums Unterdachen. Also wenn du auch über so, ich sag mal, eine Scheune, die links, rechts offen ist, darfst du auch nicht überdachen. Weil ich kann auch nochmal ins Regelwerk schauen, genau. Dann habe ich es gleich. Ich mach mal. Sag Gott, das wundert mich, weil die ist schon sehr lange dabei. dass die das nicht weiß. Warte, Schande. Ganz, ganz kurz. Ganz kurz. Das schnell aus dem Regelwerk raussuchen. Hallo. Was? Okay. So. Äh, anbauen. So. Schauen wir mal. Ah, wie haben wir das denn geschrieben? Ähm. So, ich kann es jetzt mal aus dem Regelwerk kurz zitieren. Das Verstecken von Hanfpflanzen ist weder in Büschen noch unter Dächern erlaubt. Dazu zählen auch Brücken. Und in Klammern. Also, die ist hier sogar nochmal so definiert. Ah, tack. Hanfpflanzen dürfen niemals überdacht sein. Er wundert mich gerade, weil du schon so lange darauf spielst. Ja, ich weiß auch nicht was für eine Ahnung. Okay. Ja, du musst dazu nichts sagen. Okay. Also, jetzt weißt du es jedenfalls. Ja. Du musst einmal nochmal komplett das Regelwerk durchgehen. Äh, sind die, sind die weg, habt ihr die weg gemacht? Äh, wir machen die jetzt weg. Genau. Ja, da macht's. Jawohl. Jawohl. Ciao. Ciao. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir das, äh, notieren. Das wird notiert. Richtig, wir müssen uns das halt merken, weil wenn es ein zweites Mal passiert, dann weiß ich, das ist jetzt vorsätzlich gemacht, ne? Das ist auch der, der Grund, warum wir alles eintragen. Weil die Leute denken immer, die werden direkt weggebannt, wenn sie einen Fehler machen. Wo ist das ja nicht? So. Mal zurück. Mal zum Finden. Das habe ich, also sowas habe ich, ich leid nicht mehr erlebt. Hallo? Ja. Habt ihr die Pflanzen wegbekommen? Ja, wir haben sie, äh, zerstört. Alle weg, okay. Ich habe, äh, die Dame darauf angesprochen und sie hat gesagt, sie wusste es nicht. Äh, habe jetzt, hast du mal gesagt, sie soll mal das durchlesen und es sollte jetzt nicht mal vorkommen. Okay, dankeschön. Bitte. Tschüss. Ciao. Also so einen Fall hatte ich lange nicht mehr, aber wir können eh mal gucken. Passt mal auf, wir können Folgendes machen. Ich habe jetzt gerade die Idee bekommen, äh, wir können ja Pflanzen, äh, die genau nach Koordinate, äh, suchen gehen. Das wissen die ein oder anderen nicht, die denken, sie sind komplett safe, wo sie ihre Pflanzen sind, aber das hat mir jetzt gerade ein bisschen den Drang gegeben, dass ich schaue, wo gerade die Pflanzen sind. Können wir uns da nämlich direkt hin tippen, äh, 2884190. Zum Beispiel hier wird angebaut. Ah, was ist das hier? Okay, das darf er. Ist das nicht im Busch? Ja, der darf hier. Das macht er richtig. Zum Beispiel hier habe ich jetzt Pflanzchen gefunden. Ich kann direkt sehen, wem die auch gehören und so weiter. Ich kann sogar sehen, wann die angebaut worden sind. Die hat er um, äh, 20 Uhr 16 angebaut und 17 Sekunden. Und by the way, soll ich ja mal sagen, die wievielte Pflanze, die wievielte Pflanze, äh, jetzt schon ist? Leute, ihr werdet mir nicht glauben, wie viele Pflanzen, ich sag mal Chat, an den Chat. Wie viele Pflanzen glaubt ihr wurden schon mal angebaut auf RLO? Überlegt mal, Leute. Schreibt mal in den Chat. Wer kommt drauf, wie viele Pflanzen wurden auf RLO angebaut? Ihr dürft jetzt alles reinschreiben, was ihr denkt. Weil ich sehe hier gerade, die IDs, die gehen, die starten bei 1, die ID. Und die letzte ID ist die letzte Pflanze, die eingepflanzt wurde. Und ich sehe genau, wievielte Pflanze das hier ist. Warte, ich tp mich mal da mal hin, was die letzte Pflanze ist, die jemals angebaut wurde. Und tp 2, 5, 4. 2, 5, 8, 9. Und die 44, das ist gerade die, die letzte angebaut. Der baut hier gerade frisch an, genau. Schreibt mal rein. Die wievielte Pflanze denkt ihr? Ich bin gerade selber schockiert, Alter. Ich bin gerade selber schockiert. Hätte ich mir nicht gedacht. Hey, 1,9 Millionen, Alter. Wisst du das, was? 800 Millionen. Ach, Leute, ihr spinnt doch. Die kommen hier mit Nummern wie 800 Millionen, 1 Million. Kommt irgendwer drauf? Ich schau mal, wer am nähersten rankommt. Ich schau mal, kommt wer drauf? Da ist schon mal einer sehr nahe. Aber ich schau mal, vielleicht kommt einer direkt drauf. Mhm. Ja, ja, also die meisten denken, dass... Ah, hier habe ich jemanden. Ah! CLX, TTY, um 1K verschätzt. Um 1.000 verschätzt. Da hat sich wer um 1.000 verschätzt bei dem Pflänzchen. Ich sage euch jetzt, also, das sind ja manche komplett daneben. Manche sagen hier über 1 Million, also stell dir mal 1 Million Pflänzchen vor auf RLO mittlerweile. Ne, es sind insgesamt, jetzt haltet euch fest, 188.667 Pflanzen, die eingepflanzt wurden auf RLO. 188.967 Pflanzen. Das ist krank, wenn ich mir das so in Zahlen vorstelle. Stell euch mal in einem Spot über 188.000 Pflanzen vor. Wisst ihr, wir rechnen das mal aus, wie viel Geld das wäre auf RLO. Ich schau mal, was sind denn gerade die derzeitigen Preise? Lass uns mal gucken. Derzeitigen Preise für Pflänzchen. Ich rechne das jetzt mal aus. Wenn ich dir jetzt verkaufen gehen würde. Wenn ich dir jetzt verkaufen gehen würde, würde ich, äh, das ist nämlich hier Kusch. Ne, Graspäckchen sind das. Ich sag mal, jetzt ist es gerade ein schlechter Preis. Ich sag mal, sagen wir mal 500. Ja, 500, ja. So, jetzt haben wir. Ich runde mal auf auf, ah, 190.000. 190.000. Da haben wir dann. Oder warte, wie viel hatten wir doch? 190.000 waren es, ne? 190.000. Okay, das ist, äh, Ne, das, hä, bin ich, bin ich, bin ich gerade, äh, ach, ich bin gerade voll bescheuert. Ich habe mal 5 gerechnet. Ist das so viel? Nein. Laber doch keinen Scheiß. Das ist viel Kohle. Das sind, äh, 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 echt, das sind ja fast 100 Millionen. 95 Millionen. Bete wie mehr. Es sind mehr als, also, äh, wenn du einen guten Preis kriegst, dann kommst du ja drüber. Dann bist du so zwischen, da bist du zwischen 95 und 100 Millionen. Sind hier, äh, äh, Reihen aus, aus, aus Ding hier entstanden. Ja, das ist echt krank. Ich kann euch auch sagen, wie viele Pflanzchen gerade eingepflanzt sind. Warte, wir schauen mal. Es sind gerade insgesamt, wie viel habe ich gerade ausgewählt? Äh, 60 Pflanzen sind gerade am Laufen. 2, 4, 6, das heißt, 3 Leute pflanzen gerade einen. Hab mir gerade mehr vorgestellt. Das sind ein paar mehr hier am Pflanzen. Schauen wir nochmal hier hin irgendwo. OTP, äh, 2, 8, 80, 1, 9, 9, 5, 60. Da waren wir doch vorhin, oder? Sind da schon die hier? Schauen wir mal Owner-ID. Ne, es sind mehr als 7. 7 Leute pflanzen einen. Okay. Der pflanzt auch für einen. Äh. Das ist ja mal ein heftiger Spot hier. Der hat sich aber auch gelohnt. Ihr pflanzt auch für einen. Ja, krass, ey. Also doch ein bisschen mehr als erwartet. Ich dachte, das pflanzen nicht so viele einen. 2, 9, 15. 1, 6, 9, 7. Und dann machen wir hier die 5, 4. Wobei, da waren wir jetzt schon das 50. Mal, ja? Es ist doch derselbe Spot, ich trottel. Aber hier. 2, 2, 7, 3. 2, 2. 2, 2, 7. 6, 7. Was? Wer pflanzt hier einen? Ach, schau. Wisst ihr, dass das lustige, bitte traurige ist? Wisst ihr noch, wie ich hier die ganze Zeit gesucht habe? Und genau den Spot hier immer vorbeigefahren bin? So, genau hier gucke ich sonst immer. Genau hier fahre ich sonst immer lang. Die machen hier den kleinsten P. Aber man sieht es von hier nicht so krass, ne? Auch wenn du hier drüber fliegst. Schau mal, du fliegst hier. Man sieht es halt nicht auf den ersten Blick, wenn du da nicht hinguckst. Ich kann auch mal gucken, ob hier nochmal wer anbaut. Wo ich letztes Mal jemanden gefunden habe. Hier baut gerade keiner an. Es ist halt immer schwieriger, Spots zu finden, ne? Ist halt wirklich so. Find mal einen guten Spot. Wo du nicht gefunden wirst. Ach, hier oben habe ich mal angebaut. Stimmt. Das ist aber immer noch ein guter Spot hier oben. Ich glaube, der wird immer noch ziemlich wenig genutzt. Wenn du hier drüber fliegst, so mit dem Helikopter. Und du fliegst genauso, dann siehst du es nicht. Schau, du fliegst so drüber. Und du siehst es dann auch von der anderen Seite nicht, weil das Ding hier davor ist. Das ist halt echt ein guter Spot hier. Gut, dann habe ich hier mal alles gemacht, was ich machen wollte. Diejenige haben wir gefunden, die die Pflänzchen falsch angebaut hat. Und dann hat sich die Sache... Die anderen haben sie legal angebaut, kann man sagen. Guck mal, wie full das ist. Da ist was los, du mein Lieber. Da ist echt was los. Was machen die? Ach so, der baut ja auch an. Stimmt, da war ja was. Der baut ja hier hinten an. Security? Das ist einfach, wisst ihr was das lustige ist? Ich glaube, das ist gar nicht von dem Security-Typen. Die wissen das, die nur einfach nicht. Aber der Typ war sehr brav, der hat nicht unterdacht angebaut. Hätte er hier drinnen schon angebaut, wäre schon wieder überdacht gewesen. Also der hat schon richtig gemacht. Ja, der Olli. Der Olli. Was geht? Hi, willst du deinen Skateboard tanken? Servus. Nee, ich brauche einen Benzin-Konister. Ach du Scheiße. Alle bleiben sie liegen. Ja, das sei. Wenn es gehen würde. Peter, das ist ja ja... Ich lade dich jetzt rein. Ich gehe einfach mal kurz weg und dann wieder ranlaufen. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht mehr eine Zone lange Tour habe. Tschau. Tschüss. Tschau. Willst du mithören? Ah ja, Staatsbank. Super. Super. Dann fahre ich da mal hin. Dann, wenn nochmal irgendwas sein sollte, dann melde ich mich einfach. Mein Name ist James Cyrus. Okay, gut. Die besprechen ja noch was. Also der Typ, der hat es aber wirklich mit den Nerven, dass er hier anbaut. Ist das dem sein Auto? Nee. Ich dachte zuerst. Oder glaubt ihr... Das ist sein Auto. Hier, guck. Und der ist irgendwie weggegangen. Versteckt der sich vor denen oder so? Wo ist denn der denn? Der ist weg. Hä? Der muss doch hier irgendwo sein. Oder ist das... Das ist einer von denen hier. Oh nee. Die sind ja zu dritt und da sind drei Autos. Also muss der Typ sich hier irgendwo verstecken oder so. Aber keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, ich glaube, der dachte, dass das Polizei hier vorne ist. Die dabei parken die hier nur. Oder war das Olli? Nee, ist nicht Olli seiner da. Oder bin ich bescheuert? Nee, gut. Hat sich erledigt. Die fahren gerade weg. Das sind Olli seine! Warte. Ja, doch, fahren gerade weg. Ja, das war ein Olli seiner... Ich bin... Ja, mach ich das denn weg. Ich komme in der Auge. Ich habe ihn jetzt gerade voll abgekauft, dass er Benzin holen war. Ich habe es ihm voll abgekauft. Einsteigen in meinem Auto. Öffnet die Tür nicht. Und sobald ich das Auto sehe, schade das Auto nicht. Bitte hilf mir. Da sind wir gleich schon unterwegs. Das ist echt Olli-Spot, Alter. Ich wusste es halt echt nicht. Ich habe mir das voll abgekauft mit dem Benzin holen gerade. So, da ist er mal. Hallo. Hallöchen, servus. So, äh, geht nicht auf. Oder... Warte, probiere ich nochmal auf. Nee, die Tür nicht. Mach nochmal auf. Jetzt ist offen eigentlich. Jetzt ist offen. Jetzt ist zu. Ich mach nochmal auf. Okay. Kann es sein, dass du den hier stehen lassen hast und jetzt wieder zurückgekommen bist und jetzt geht es nicht mehr? Genau, richtig. Also ich habe hier geparkt, bin ins Taxi gestiegen, habe meine Runde gedreht und ja, dann ging es jetzt nicht mehr. Sollte gleich wieder da sein, das Ding. Okay, ja. Wo wir jetzt machen. Jetzt soll es wieder gehen. Perfekt. Ist so kurz ein Geisterauto geworden, das Ding. Okay, super. Ich danke dir. Bitte, kein Problem. Ciao, ciao. Ciao. Ey, mir fällt gerade was richtig Gutes auf. Wisst ihr, was wir machen können? Ey, das ist doch mal eine Idee. Ich mach ein Script, dass die Leute ihre Autos, wenn sie zum Geisterauto werden, einmal, äh, äh, Dings machen können. Ah, wobei, dann repairt sich das Auto. Scheiße, das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht als repair-Ding. Also sonst hätte ich das den Leuten überlassen, dass die ihr Auto einmal defauen können. Wobei, ich teste es mal selber. Ich ruhe mal mein Auto raus. Vielleicht kann man es ja defauen und es speichert ihr ab. Wobei, die optische Schäden speichert er nicht. Hm. Ach, wobei, ich müsste, nee, warte, ich müsste nur Networking machen. Einmal Vehikel, neu Networken und dann soll es wieder gehen. Alter, best Idee ever in meinem Leben gerade. Dann können die Leute nicht selber fixen, wenn es mal so zum Geisterauto kommt. Bisschen mal probieren, das ist die Nord. Guck mal, also ich werde es nicht jetzt live scripten. Das werde ich ein anderes Mal machen, aber, äh, das Problem ist nämlich, dass die Fahrzeuge einmal genetworked gehören in so einem Geisterauto werden. Und dann werden sie wieder, äh, an den Client verteilt, dass sie die, ich weiß, Geisterauto da haben. Das ist so ein 5M-Problem, das halt global ist. Und, äh, ich habe das schon fix, gefixt mit dem DV, dass das einmal genetworked wird. Deshalb ist das eigentlich der Fix dafür, dass das Ding halt kein Geisterfahrzeug mehr ist. Aber ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, einfach nur Networking zu machen bei einem Fahrzeug. Weil das könnten dann die User selber nutzen, wenn es mal zum Geisterauto wird. Eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Also, das schreibe ich mir auf, dass ich mir das merke. Das ist wichtig. Ähm, ich schreibe mir jetzt mal auf, die Sachen, die gefixt gehören. Ich möchte Fahrzeugnetworking. Gegen Geisterautos, das schreibe ich mir auf. Und dann noch, ähm, hatten wir noch die Villa. Ähm, Haus, Garage, umsetzen. In Klammern, Screenshot habe ich ja gemacht. Screenshot habe ich jetzt drin. Aber auf irgendeine Idee bin ich auch noch gekommen, die ganz wichtig wäre. Ach, stimmt. Ich weiß wieder was. Jawohl. Ähm. Ähm. Äh. Attached. Prop. Entfernen. Comment. In Klammern. Petfix. Lass mich das, äh, manchmal bleiben Props an der Hand kleben. Und dann kann man das selber weg machen. Und sonst, äh, was könnten wir noch machen? Betaautos. Ja, die hole ich gleich. Kein Problem, Leute. Die bin ich gleich am holen. Ich schreibe mir noch schnell auf. Habe ich noch irgendwas verpasst? Ne, ne? Was ich mir jetzt aufgeschrieben habe? Passt erstmal. Das passt. Doch, doch. Also, Fahrzeugnetworking, ging Geister aus, Hausgarage umsetzen, noch ein Screenshot, Attached, Pops entfernen mit einem Comment. Und sonst war es das eigentlich, was ich jetzt erstmal geplant habe für die nächsten paar Tage. Also für die nächsten paar Tage. Ah, stimmt, noch ein Comment. Ähm. Der ist auch noch wichtig. Ähm. Fahrzeug, persistent, comment für Admins. In Klammern. Fahrzeuge, äh, Admin. Ne, Admin-Fahrzeuge, Admin-Fahrzeuge. Dass die nicht immer despawn, dass die auch immer eingespeichert bleiben, ist auch wichtig. Das hab ich nämlich vorhin auch schon bekommen. Ein Comment dafür. Wo schreibst du das rein? In ein Textdokument. Da schreibe ich mir mal alles zusammen, was ich gerne machen möchte. Alles, was mir halt gerade so einfällt. So Brainstorming-mäßig. Wenn ich gerade auf irgendeine geile Idee komme, schreibe ich es mir halt auf. Dann vergesse ich es nicht. Wobei, manchmal gehen die Textdateien unter. Das ist mir auch schon mal passiert. Da hab ich irgendwo mal hingeschoben, dann war die weg. Da wusste ich immer, wo ist denn das Sinn, das Ding. Okay, hab ich mal aufgeschoben, perfekt. Das lassen wir jetzt mal so. Wie viele Leute sind auf dem Server? Jetzt gerade 168. Also jetzt ist gerade ein bisschen was los, weil, äh, muss auch sagen... Oh, warte mal stacken. Der Rüstung angeht. Ah, okay, da fangen wir mal gleich hin. Das ist wichtig und richtig, dass der das reportet, weil die haben erst gefixt, die Sachen. Hat er einen Wheelie gemacht mit seinem Auto, auch nicht schlecht. Da muss ich mal schnell hin, Leute. Ah, ja natürlich, oder? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade an was anderes. Ja gut, da fangen wir mal hin. Da bin ich gespannt, was der mir dazu zu sagen hat, was da los ist. Wenn ja doch Trello, haben wir. In Trello werden die Sachen dann eingetragen. Nur ich hab's lieber in meinem Textdokument. Und ich trage's dann in Trello ein. Oh, oh. Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen. Sie haben nichts gesehen. Ich hab das gerade nicht gemacht. Also ja, wir usen Trello. Wir usen Trello. Also alles gut, Leute. Alles gut. Trello ist wichtig und richtig, weil wenn du mit einer Community arbeitest, ist es immer gut, dass man da alles zusammen... Genau so. War das jetzt von... Hallo? Hi. Ähm... Ich hab das gerade mal so geschaut, um es nur mal zu testen. Ähm, weil ich hab nämlich, wenn man Rüstung auffüllt und Slash Weapon eingibt, kann man ja die Rüstung entfernen. Und die kriegt man dann ja ins Inventar. Und ich hatte jetzt gerade zwei dabei und ich wollte nochmal was testen. Ja, 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 ja. Und ich hab jetzt drei im Inventar. Ja, okay. Ja, da fehlt die Abfrage. Du hast dann recht. Das hab ich voll vergessen, das nur einzustellen. Weil ich hab's extra bei den Shops eingestellt, da hab ich's aber vergessen. Ah, okay. Ähm... Da vorne bei der Waffenausgabe. Im PD kann... Hab ich ja keinen Zugriff drauf. Ja, im PD kannst du ja auch nur das nehmen, was halt als Limit ist. Wobei, da muss ich auch nochmal nachschauen, ob ich da das Limit gesetzt hab. Aber ich schätze... Du sollst von selber setzen. Also hier hast du aber auch eine Ausgabe. Hier gibt's auch eine Waffenausgabe, halt für die Marshals. Aber die... Die Waffenausgabe funktioniert aber so, dass du maximal zwei tragen kannst, oder? Nein. Also ich kann... Also ich kann ja Rüstung anwenden machen. Dann krieg ich da einmal die Rüstung voll. Ja, genau. Und wenn ich dann Slash Reapmine gebe, dann kann man ja Waffenausgabe anschrauben, abschrauben und Panzerung entfernen. Genau, genau. Und wenn ich die Rüstung dann entferne, krieg ich Dienstinventar und die kann ich dann stacken. Und das mehr oder weniger buggen die Usen. Ach, warte. Das test ich jetzt aber mal. Äh, use Markeljob, ne? Ja. Gut, dann teste ich das mal. Äh, ist die hier? Hier vorne. Ach, hier bei dem Slon. Soll das nicht eher die Umkleider sein, ja? Nee, das hat uns auch alle gewundert. Weil sie längst in unsere Kleidung ausschließlich mit Outfit. Äh, dann hier. Was ist eingegeben, slash was? Äh, slash weepen. Ich hab's dir mal kurz da vorkommen. Ah, ja, 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 ja. Hm. Hm. Ja, das ist richtig hart doof. Jetzt weiß ich, was dieses Script auch macht. Das, ähm, das, was du hier kriegst, ist ja so gesehen keine richtige Rüstung. Mhm. Ähm. Aha, warte. Also das Ding ist, dadurch, äh, kann man das auch benutzen. Theoretisch könnte ich mir jetzt ja immer Rüstung anwenden, slash weepen Rüstung runter. Und dann könnte ich die so in ne Kammer packen, dass man sich dann immer wieder welche rausnehmen kann. Natürlich, du, aber das hat weniger mit dem Item nehmen zu tun hier. Das ist eher, äh, warte, ich nimm mir das jetzt. Naja, aber... Warte kurz, äh, wie wieder? Der Punkt war einfach zu laut. Ja. Da musst du einfach, ah, da muss ich hier einmal ne Abfrage einbauen in dem slash weepen. Und dann bei Entfernen muss ich ne Abfrage einbauen, der einmal abfrägt. Dass du es dann nicht mehr abnehmen kannst, im schlimmsten Fall. Genau, da kannst du es trotzdem weiter abnehmen. Ja, da fehlt nur ne Abfrage ins Inventory, das ist alles, das ging mal hin. Aber danke fürs Reporten, weil das fehlt hier wirklich. Das ist tatsächlich hier nicht so gut. Ja, weil ich könnte mir halt ein paar Leute vorstellen, also ich... Man kann es jedem ja zutrauen, dass man das abusen könnte. Du, äh, wir können ja nachschauen, wer es drin hat im Inventar, so ist das ja nicht, ne? Geh ich einmal in die Daten. Also ich hab jetzt gerade EA3 drin, weil ich das ja rausgesucht hab. Ja, natürlich, natürlich, du, äh, bitte. Ich glaub nicht, dass du jetzt, der das Report hat, hier jetzt ein Problem hat. Ja, aber ich könnte theoretisch nachgucken. Ähm, ja, danke fürs Reporten. Also ich schau mir das auf jeden Fall an, das fixe ich. Das ist kein Problem. Problem ist nur, ich, ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt direkt fixen kann. Weil, äh, nicht, dass dann wer rauscrashed, um das geht's halt. Bei Scriptbreed starten, aber ich kann's aufschreiben. Und das ist eigentlich eine kleine Abfrage, die da fehlt, das ist eigentlich schnell gemacht. Ja, aber danke fürs Reporten, ist echt, äh, gut, dass ich das jetzt weiß. War wieder gerne. Perfekt, danke schön. Ach so, was war da gestern für eine Riesenschießerei im Human Labs? Äh, das war ne, ähm, ähm, ne Übung. Ich war dieser komische Typ mit dem Saugstauber in den Blau. Mit dem Saugstauber in den Blau, was? Äh, wo die erste Runde zu Ende war, dann Saugstauber, Vertreter da, wo alle gewartet haben und ich da, der Typ in Blau war mit der weißen Hose. Saugstauber-Vertreter mit der Blau-Weißen Hose. Ach, du warst der Marschall, ach, du warst der Marschall mit dem Blauen Outfit. Ja. Ja, ja, okay, jetzt weiß ich wieder, ja. Ja. Gut, jetzt rechne ich mich dran an, jawohl, weiß Bescheid. Ja, dann weißt du, bei mir was passiert ist, das Ganze mit der Schießerei. Nur so grob, ich hab's nur halb im Funk mitgehört und, äh, saß im Helikopter. Ja, gut, Auto auf der P, kannst du dir den Stream angucken. Das könnte ich auch machen. Das könntest du machen, dann weißt du, was passiert ist. Ich hab noch nichts imgekommen. Ich wünsch dir was. Jawohl, ich dir auch, ciao. Guts, auch nicht schlecht. Gut. Und ja, falls ich wer fragt, sobald, ähm, wir da sind, hier die, äh, Admin-Polizei, so gesehen, also der, der Service, darf man auch auf der P reden. Dafür sind wir ja da. Sonst natürlich nicht, ne? Sonst dürfte ich jetzt nicht sagen, kannst du ja auf YouTube gucken. Oh, das sind Radlfahrer. Das sind Radlfahrer. Oh, warte, da müssen wir aber jetzt was anbauen für die. Da müssen wir jetzt aber was anbauen. Oh ja, die Ramba ist da. Uiuiuiuiui. Radlfahrer. Uiuiuiui. Karma sein, sein Vater, Alter. Karma sein Vater. Ich denke mir, Herr Radlfahrer, was ist denn da eigentlich groß passiert? Radlfahrer. Wo ist denn ihr Freund eigentlich hin? Oh, schau mal, der hat mich schon verpisst, der hat sich in Luft aufgelöst. Den wollte ich nämlich auch noch mitnehmen. Also, so trau ich aber auch. Oh, Gott sei Dank hat der das nicht gesehen beim Vorbeifahren, ey. Das wäre schon das zweite Mal gewesen, dass Perry da schnabelt hier das gesehen hätte mit seinem Kumpel da drin. Dass ich da einen Unfall baue. Jetzt mache ich mal die Koordinaten raus. Dann machen wir gleich mal die Autos rein, die ihr unbedingt haben wolltet. Die Beta-Autos. Die kommen jetzt. Pass auf. Aber die kennt ihr doch hier schon alle, oder? Wobei, haben wir was Neues? Ich weiß gar nicht, ich habe mir was Neues hinzugefügt. Ich weiß es nicht. Ich kann, dass ich was Neues hinzugefügt habe und ich es wieder vergessen habe. Ich packe mich mal hier auf Erdbruder-Basis ein. Anhupen erst mal eine Runde. Perfekt. So, schau mal mal. Da muss ich aber mal gucken. So, habe ich mir jetzt noch was auf... Ach, das muss ich mir nur aufschreiben. So. Ähm, Weste mit Slash-Wrappen fixen. In Klammern. Ähm. Inventory. Abfrage. Max Limit. Eingetragen. Yes, please. Gut. Dann schaue ich mal schnell. Und ich, warte, bevor wir jetzt fortsetzen, ich will hier noch ganz schnell gucken, wer hier noch was so nadelt hat. Hier war nämlich noch der Spielstern. Ich schaue die schon seit jedem Tag, bevor RLO veröffentlicht wurde. Eine durchaus spannende Entwicklung. Dankeschön. Ja, ich muss auch sagen, RLO hat sich sowas von krass entwickelt. Ich meine, wer hätte sich gedacht, dass hier 170 Spieler mal drauf spielen? So, einfach so. Hätte ich mir never gedacht. Habe immer gedacht, wir bleiben bei maximal 64 Spielern, so irgendwie. Und, äh, ja. Wie gesagt, das 500 hinten, haben wir einfach Open and Off gelassen. Eigentlich wollen wir maximal so 200 Spieler auf einmal. Das ist so unsere Grenze. Und man denkt sich so, es fehlen so 30 Spieler an sich. Dann haben wir so unser Maximum eigentlich erreicht, was wir an Spielern so haben wollen, die hier online sind. Aber, das ist jetzt halt hier Primetime, ne? Also, wir werden demnächst auch wieder Blay-Jong-Sazen öffnen. So ist ja nicht, ne? Ich bin schon stolz, dass das so gut funktioniert jetzt hier alles auch. Magalum, der Spruch, jeder Topf hat einen Deckel, nutzt er nichts, wenn du ein Lappen bist. By the way, toller Server, tolles IP, toller Kurt, weiter so. Ja, heute eher nicht so viel IP, aber danke. Magna Lump. Explorer Z Ninja, danke für den Euro. Kurz geht raus. So, jetzt machen wir aber mal die Autos rein. Die wollt ihr jetzt unbedingt sehen, ne? Da muss ich aber tatsächlich nochmal reingucken, wie die ganzen Sachen heißen. Die weiß ich nicht auswendig. Ich weiß nur, ich muss heute noch ein paar Autos fixen gehen. Die können neu gemacht ein paar Sachen. Kleinigkeiten, Tuning-mäßig und so. Das ist unser Testpack, heißt das, ne? Wobei, Wohnmobil, haben wir das eigentlich noch? Wobei, das haben wir aber nicht gestartet, gell? Dieses MB Home. Das können wir mal... Oh doch, das haben wir gestartet! Ja, never mind, alter. Ich hab voll vergessen, aber das müsst ihr übelst... Ist das schon optimiert worden? Schau an. Aber das kennt ihr aus, äh, manchen Streams. So auch aus manchen... Ich sag mal, äh, Videos von Relive Mod. Wer's noch kennt. Wo man hier das ausfahren kann. Das kannst du ausfahren. Und du kannst auch sogar hier die... Warte, wir machen mal Türen alle auf. Das Ding kannst du ausfahren. Das ist schon krass. Ich hab mal gesagt, wir stellen uns am Hauptplatz hin, oder? Wir schauen, dass das keiner sieht. Oh, jetzt ist grad keiner da am Hauptplatz. Ich stell's dorthin. Die werden sich auszudenken, was ist denn hier los? Ich stell das hier irgendwo ab, dass das hier... ...irgendwer klaut. Gar nicht da. Alter, Bruder, was ist denn das für eine Karre? Stop, stop, stop. Ist mir nicht da. Gar nicht da. Ich stell's hier einfach ab. Ich will gucken, ob das wer klaut, das Ding. Oh ja, er hat's. Er soll Spaß haben. Alter, Schwede. Ja, wo kann ich denn die Karre kaufen? Stop, 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 stop. Ich sag nichts. Ich will nichts sagen. Ich will einfach, dass es wer klaut und damit rumfährt. Ich will nicht mehr. Ich will nur, dass damit wer rumfährt. Ich will nur, dass da wer so einen Spaß hat. Ich war nie da. Es soll einfach mitnehmen und damit rumfahren. Das ist... Damit haben die dann Spaß ihres Lebens, glaub ich. Der war aber schon drin, ne? Der konnte theoretisch das Ding nochmal mitnehmen. Ha 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 ha. Da kommt schon ein paar. Es ist free for all. Der hat nur einen so ein abgehobener, reicher Typ. Irgendjemand von der Regierung. Nur der hat das. War gerade da, ich hab den gesehen. Ich war er nicht mehr da. Bin ich kurz eingestiegen und bin mir hier irgendwie wieder ausgestiegen. Was da? Da bist du rein und raus gestiegen. Ja. Ich hab das Ding schon mal gesehen. Wir lassen das mal rumstehen. Wir können ein kleines Social Experiment machen, wie lange das Ding hier stehen bleibt. So, das war mal das erste Auto, was ich schon gleich mal gespawnt habe, was wir aber schon lang drauf hatten. Wir haben das ganze Fast and Furious Pack, haben wir, was ich noch immer nicht drauf gemacht habe, wo ich noch immer sehr traurig drüber bin, dass ich da einfach nicht dazu komme, das zu optimieren. Ähm. Test Cars haben wir. Jetzt hab ich... Aber die kennt ihr schon alle, glaub ich, die Test Cars. Ich glaub, die hab ich doch schon einmal gezeigt. Iron, ah ne, die hast du nur Test Cars. Oder? Oder sind die schon gestartet? Hat die schon mal mitgestartet? Ich weiß es nicht. Ich guck jetzt einfach mal. Das ist hier mit diesem, ähm... Ich, 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 ich glaub zumindest, hab ich das mal gezeigt. Der Wagen hier. PI 8000. Hier. Oder ich hab's nur mal jemanden, äh... Funktioniert nicht. Hab ich irgendwas falsch eingegeben? Das muss anscheinend schon funktionieren hier. 804 war's. So. Ja, den kennt ihr doch schon, oder? Weil das kommt in die Shops. Ich kann euch wenigstens mal das zeigen, was auf jeden Fall in die Shops reinkommt. Schau mal, das meine ich mit 5M. Seht ihr das? Das meine ich mit 5M und Probleme. This is the problem. Wenn ich das jetzt wegmache... Äh, äh, äh. Äh, so. Was? Äh, Bank-Terminal geht nicht. Ja, da guck ich mir jetzt mal hin. Was ist, äh, slash KF? Hä, was ist das denn, Leute? So hab ich das falsch eingegeben die ganze Zeit, opala. Ach, das kann sein. Du hast KF geschrieben, also... Für Fortnite, Leute. Für Fortnite. Hab ich euch noch nicht gezeigt, die Karo. Das Geile ist, es gibt da drauf so ein EU-Kennzeichen, also so. Das Ding. Also, das ist, äh... Na, doch, 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 doch. Ach so, okay, dann, sorry, sorry, nicht gesehen, nicht gesehen, nicht gesehen. Ja, du, ich, ich wollte zur Probe fahren und dann kam der Einsatz, weil bin ich hier. Doch, 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 doch. Ne, 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 doch, 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 doch. So. Oh, da hat der Riesendurchfall, perfekt, da sind wir auch gleich dabei. Hallo, bitteschön. Ach, hallo. Ja. Hi. Geht schon wieder nicht. Seit wann hast du aber das, das gibt's doch nicht, das funktioniert immer. Ja, ich, ich hab jetzt den Laptop und ich kann nicht zugreifen. Du hast den Laptop und nicht geht nicht. Das war das letzte Mal auch, als wir einen gemacht haben. Warte mal, ich gebe den Laptop. Mhm. Also, ich wieder nicht. Also, ich sag's, dieser Bankop geht mir schon anders auf die Pfoten, weil der, der funktioniert und dann funktionieren wir ja nicht. Ähm. Ja, ich, ich, wie ich es da den mache. Sie brauchen aber noch einen, der miet. Also, nochmal nach vorne, ja. Ja, geht's da mal raus. Also, wir testen es sonst, sonst können wir es auch anders machen, das haben wir schon einmal, aber ich verstehe nicht, was das Problem an dem Ding ist, weil es funktioniert ja sonst immer. Oder halt meistens. Ich hab's jetzt einmal, das ist jetzt das zweite Mal, dass es bei mir ist. Ja, ja, bei mir auch das zweite Mal, jetzt, dass ich das seh. In freier Wildbahn. Hast du den Termit gegeben? Nein, noch nicht. Kannst du ihm einen geben, das Termit? Oder weißt du, wie das heißt? Nimm die mal mit. Irgendwer hat gesagt, er ist hier, hat Durchfall und kann niemanden reden hören. Äh, ja, genau, das ist einmal der Herr, der hier lebt, der steht links. Ich glaube, du müsst den nochmal rausbringen und dann nochmal reinlassen, aber nicht in die Hand nehmen, sondern, dass der von außen reinkommt. Okay. Äh, nehmt ihr den eben? Weil sonst ist der in einem anderen Universum. Ja, gut. Lässt den reinlaufen. Ja, okay. Einmal kurz mitnehmen und wieder rausbringen. So, dann selbst reinlaufen. Ich kann den Person mitnehmen. Nein, 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 doch, 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 doch. Das könnte ein neues Meme werden. Der Arme wusste es nicht. Ja, aber wie soll es auch wissen, ich bin gerade ein neues Auto gefahren, das kennt keiner. Nein, 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 doch, 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 doch. Jetzt haben wir das Problem mit der Person, die kriegen wir auch nicht weg. Die steht da oben. Warte, 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 warte. Ja, ja, das kriege ich hin. Das, das, ich versuche auch nochmal ganz kurz. Ne, ich kriege das schon hin. Ja, okay. No problem, Hocko. Der Kurt gewöhnt dich drin. Termit? Wer kriegt Termit? Äh, hier, ich bin ausgemacht. Räumt, ich bin ausgemacht. Ach ja, hoppala, siehst du? Perfekt. Äh, hast du probiert, den zu tragen? Äh, tragen funktioniert nämlich nicht, wenn du, ähm. Ganz normal Personen nehmen, habe ich versucht. Ach so, okay, gut. Bei mir geht es komischerweise. Keine Ahnung. So, da, la. Wenn wir jetzt rausgehen. So, siehst du, siehst du wieder was? Kannst du mich hören? Ja. Und jetzt hörst du wieder was, ne? Genau, jetzt musst du von selber reingehen. Die haben dich anscheinend in ein anderes Universum geschickt. Müssen wir jetzt von selber gehen. Aber ich will da nicht rein. Ja, das musst du aber. Rein, da, rein, da. Alles klar. Rein in die Bank. Aber jetzt siehst du wieder alles und hörst alles, ne? Jetzt geht wieder alles, ganz normal. Ja, ich sag dir so, die Jungs haben dich in ein anderes Universum für eine kurze Zeit geschickt. Und das passiert manchmal, wenn man zu schnell wodurch rennt. Auf einmal ist das strange. Guten Tag, die Herren. Guten Tag, die Herren melden. Gut. Funktioniert es jetzt? Könnt ihr mal probieren? Jo. Jo, Jungs, macht mal. Wenn es nicht funktioniert, lass uns das einfallen. Dann machen wir es das letzte Mal, wo ich es euch zum Beispiel gegeben habe. Genau. Aber ohne Scheiß, wir haben das ja schon einmal mit Debuggen probiert. Wir haben es nie reproduzieren können. Nie. Die Frage ist aber auch gerade, muss derjenige, der die Türen aufmacht, den Hacker-Laptop haben? Oder kann das auch eine andere Person machen? Ach, vielleicht ist das das Problem. Ich glaube, das muss derselbe machen. Aber damit, äh, probiere es mal. Jetzt versucht mal derjenige, der jetzt den Hacker-Laptop hat. Wer hat jetzt den Hacker-Laptop? Versuch mal. Einer macht Termin, einer macht den Hacker-Laptop. Aber warte, ich gebe dir den, ich gebe dir den. So, bitteschön. Achso, du hast, hast du schon einen? Ich hab schon. Ach, warte. So, jetzt aber. Das probiere mal und schaue, ob es jetzt funktioniert. Ja. Jo. Jo. Ich glaube einfach, dass derjenige, der alles, der muss alles machen, ne? Ja. Ah, das wäre, das wäre, bitteschön, kein Problem. Wenn es noch Probleme gibt, einfach, ne? Jo, machen wir. Das könnte sein. Ja, du, äh, ich kann es sonst nämlich Debuggen probieren, aber da brauche ich nicht einen zweiten, weil ich habe es immer alleine probiert und habe es nie geschafft, deshalb. Ja, ich bin daheim, also. Ja, aber ich werde heute so einiges noch fixen. Ich bin gerade auf sehr viele Sachen noch draufgekommen. Passt, perfekt. Schreibe ich mir das auch auf. Jawohl. Kuri, bis dann. Bis dann. So. 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 gut also der wagen der kommt auf alle fälle in den laden der hier könnt ihr mal abstimmen wir den findet ich finde ihn sehr geil vor allem der hat richtig richtigen retro look ich muss auch sagen bevor ich mir ein ferrari kaufen würde wie live ich rede so gut das sind sorgen die möchte keiner haben was kauft sie lieber ferrari oder lamborghini ich würde ich mir ein lamborghini holen einfach lamborghini gehören ich finde also ich finde ganz ehrlich lamborghini sind geiler aus als ferraris einzige ferrari den ich immer noch geil finde der einzige mit abstand der einzige zeige ich euch jetzt ja hier das ist der einzige ferrari den ich gut finde finde ich und testarossa testarossa sind auch ist auch nur ein geiler ferrari aber eine 40 ist finde ich für mich ein ferrari noch der richtig klasse hat schon schön das ding also ich weiß nicht wie es ihr findet ich finde aber ferrari hat so bisschen das kantige verloren und schaut mal lamborghini wenn ihr euch das jetzt mal vergleicht die kantig dieser lamborghini dasteht guckt euch dieses kantige böse an das liebe ich das lamborghini immer noch kantig geblieben ist und ferrari mittlerweile richtig rund geworden ist und auch hinten sieht man es noch richtig schön eckig geblieben der der lambo so wie so ein alter ferrari einfach nur schön einfach nur schön wenn ich mir so einen neuen ferrari anschaue gut la ferrari weiß ich heiße la ferrari als sporname ne la p90 wie ist der keine ahnung wie das sporname heißt ich weiß die ganze neuer ferrari ist finde ich nicht mehr so schön in zu warten und end so end so ist ja geht noch so ich glaube dann haben wir auch nie das sporname ne wenn es so geht noch so aber es war auch schon zu rund das ding ist einfach eckig geil das ist das das bleibt immer geil der f40 so machen wir mal weg das ding also der kommt in den shops der wagen und sonst kommt noch hier der m5 rein der hier das ist eine m5 cs der schmackhaft wird gegönnt auf jeden fall sobald er im laden drin ist ist noch nicht fertig ob die mir das mal gucken doch der ist optimiert worden doch doch das an jedoch nicht der so nicht fertig nehmen er ist noch nicht fertig ob die mir da haben wir den fehler gut der wird noch optimiert der wagen und guckt euch das mal an das ding also digitaler tacho sogar schon mal die anzeige geht hier hoch dann haben wir hier extras hat er nicht gut werden wir dann noch vielleicht umtun mit dem kennzeichen vorne passiert das ganze tankstelle hochgegangen das ist auch etwas zu langsam aber der wagen ist schon frisch aber mit dem spoiler hinten schön carbon geiler sound er ist halt noch zu langsam gucken wie schnell der fährt das ist glaube ich der langsamste im fünften mails gehabt haben also sagt er gehört optimiert und dann müssten wir das handy noch mal neu machen weil der fährt sich gerade wie grütze der wagen wie grütze fährt er sich die tankstelle sich hochgegangen hast ja was auch angehört blinke auch schön aber nicht sagen ich mag das wenn die blinker so komplett durchgehend sind wie hier also der wagen kommt auf jeden fall auch noch neu rein und sonst haben wir noch red eye das ding haben wir zwar schon fast gleich auf dem server fast die betonung doch fast weil ich zeige euch da mal was damit machen könnt aber das ist gerade in der garage drüge ich in die die leer ich zeige euch das mal was was man mit der kiste anstellen kann wenn man drauf bock hat also erstmal der sound ist heftig krass muss ich sagen das wirklich heftig anbauteile on mass anbauteile für die kiste könnt sogar das dach ändern dass ihr da so eine luke habt oben eine luke also schiebe dach panorama dach ich nenne es luke so das gute kommt aber noch so dass man mal weg kotflüge man kann draußen hellkett machen immer drauf bock hat ein hellkett jungs also die menschen und keine hellkett hellkett ist ja die andere ja die mann kannst du draußen machen das ist das das ist doch ich hellkett das ist ein die mann und motorhaube kannst du ändern äh spoiler gibt es die spoiler und wo ist das beste was ich euch zeigen wollte das kommt noch äh nicht felgen nie wo ist denn das denn heckklappe war das ok scheinwerfer seitenabdeckung äh ne wo ist denn das denn ich suche grad die heckklappe heckklappe dumm streben vielleicht flügel gegangen hier wo gut der innenraum kennzeichen ich brauche mal ein anderes kofferraum das war es so das ding das ist doch geil und dann machen wir das ding hier noch was auf optisch komplett black scheibentönung erst mal drauf lackierung alles schwarz felgen lasse ich mal so ist das nicht geil ist das nicht ein geiles auto leute und dann vor allem ich zeig mal was ja das ding hebt ab weil so viel ps hat und vor allem die rückleuchten die kann man komplett umbauen und der sound einfach der super charger sound das ist schon geil das ding ballert doch heftig ja also das ding kommt auch rein darauf dürft ihr euch auch freuen es gibt zwar so ein ähnliches auto schon was wir in der garage haben aber das kannst du halt nicht so tun wie das ding hier ne das ding hat auch richtig ps wie man sieht also das fährt schnell wird auch dem nachhoch teurer sein das teil das ding wird richtig hart teuer im gegensatz zum anderen der andere wagen ist nämlich sag mal die standard version davon aber das ist schon geil ne also die würde ich mir auf jeden fall kaufen wenn der drin ist es ist auf jeden fall was wert das ding und auch allein der stand sound von vorhin wenn man da drin sitzt von draußen hört man es jetzt nicht aber sobald man drin sitzt dieser stand sound einfach nur geil einfach nur geiles teil deutsch hat auch kein turbo oder ich glaube ihr könnt mich jetzt äh ausbessern aber ich glaube dass dieser wagen äh ein turbo kein turbo hat sondern ein ähm kompressor also so ein supercharger halt supercharger hat man das könnte ich auch falsch liegen aber ich glaube die haben ein turbo äh turbo äh supercharger ist ja schon wieder turbocharger einen supercharger drin so ähm können wir mal gucken auf jeden fall ein hemmimotor und hier geht der kairing drüben also äh der unterschied der ist ja so äh ein turbo funktioniert ja so was ich weiß da wird ja die die abgas der abgasstrom wird ja äh bevor er zum auspuff kommt erstmal abgefangen und geht in so eine routine rein dadurch hast du druck der wieder zurück geht und einen 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 ansaugdruck halt so gesehen hat und je mehr luft du in den motor reinpumpst desto mehr leistung kannst du da rauskriegen weil du kannst mehr sprit einspritzen und ein supercharger funktioniert ja so und ein supercharger funktioniert ja so der wird durch die also das bewegt sich ja gerade wie man es sehen kann durch äh den den keilriemen hier wird er angetrieben was ich weiß kann sein dass ich einen kompletten bullshit gerade rede aber ein supercharger funktioniert ja eigentlich so dass der über den keilriemen angetrieben wird und das heißt es gibt äh 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 es gibt sogar diese diese ich weiß nicht ob ihr das kennt aber es gibt teilweise autos wenn du da einen supercharger einbaust hast du in gewissen teilen weniger ps also nicht ps also von untertourig da musst du erstmal auf touren kommen dass du die ps hast weil äh der keilriemen der zieht ja trotzdem leistung weil du musst ja was anderes antreiben musst ja den supercharger musst du antreiben und äh so funktioniert das glaube ich also ich glaube es war ein supercharger zu der lehre ich weiß noch nicht unterschied zwischen supercharger und kompressor oder ob das dasselbe ist der unterschied zwischen supercharger und kompressor die erklärung tat weh aber ich denke glaube ich schon richtig wie es funktioniert also ich weiß ich weiß gott sein wie turbo lader funktioniert turbo lader weiß ich supercharger und und also von superchargern habe ich wenig ahnung muss ich sagen und von von kompressoren da weiß ich auch nicht mein unterschied gerade einer schreibt korrekt gut beim turbo ist es normal da wird die die luft komprimiert und geht er wieder zurück das ist logisch aber supercharger ist für mich immer noch wie fuchs ja so ein ding weil ich denke mir so wie generierst du also generierst tatsächlich ja mehr leistung indem du hier nochmal was antreibst und ne das ist ja das krasse du generierst nochmal leistungen indem du was antreibst weil du mehr luft reinpressen kannst also ich finde die technik einfach krass ich habe mich damit aber nie so krass befasst immer nur mit turbo ladern steht auch drauf motorblock supercharged also sehe ich das ich sehe das gar nicht ich sehe das hier drauf aber tatsächlich hier steht es ja drauf supercharged ok gut aber vielleicht auch richtig supercharger und kompressor ist dasselbe dankeschön gut dann weiß ich bescheid habe ich mir gedacht vielleicht gibt es einen kleinen unterschied weil ich wollte nichts falsches sagen weil es könnte ja sein dass zwischen supercharger und kompressor doch noch ein kleiner unterschied besteht bevor ich jetzt irgendeinen scheiß erzählen dann ok dann ist supercharger und kompressor dasselbe gut dankeschön habe ich was dazugelernt weil ich war mir jetzt unsicher und ich wollte euch kein bullshit erzählen ich wollte euch jetzt kein bullshit erzählen weil ich denke mal bevor ich mich nicht auskenne und irgendein bullshit erzählt dass da kein unterschied ist das ist ein unterschied dann kann ja ein minimaler unterschied nur sein man weiß ja nicht vielleicht nehme ich das ein supercharger anders angetrieben wird als ein kompressor kann ja auch sein genau erstmal über die kurbelwelle den den kompressor an kurbeln über die kurbelwelle hinten genau war war das so erstmal da ranhauen an die kurbelwelle das ding dann geht richtig leistung drauf so da haben wir noch was der wagen hier der wagen ist geil sag ich euch warum ihr denkt zuerst braucht es aber lang aber eilig das ding ne aber pass auf ich fahr den jetzt mal rein ähm ist hier noch wo frei hier ist noch frei genau sag ich euch das mal das ding ist wenn es das ding ist ist das ding weiß ich das ist nicht das ding ich glaub das ist doch nicht das ding was ich meinte oder sieht fast so aus als wäre es nicht das ding oder warte ist das mit extra ach nevermind das ah ok ja gut doch das ist die kiste tiefer legen tiefer legen das ding geht nämlich richtig ab ich glaub das ist mit abstand eines der schnellsten autos die wir gerade haben aber es bleibt nicht so ihr dürft euch drauf freuen der wird noch gepatcht der wagen scheibentönung full ich zeig euch gleich was ich damit meine dass der so schnell ist nochmal schwarz so aber da bauen auch noch geile felgen drauf das stimmt da ich hab keine gute gute felgen brauchen wir jetzt aber auf die schnelle das ding dass das nicht allzu lange dauert oh ja perfekt perfekter perfekter benzer c63 amg älteres modell aber ihr werdet gleich sehen warum ich meine dass das ding so schnell ist wir fahren damit mal auf die autobahn ich gebe ja mal nitro 4 5 dann bin ich wieder traurig dass ich das um nitro probiert hab pass auf wir hauen uns nitro rein und wir zünden das dann und dann schauen wir wie schnell das ding fährt ich hab das gefühl ich hab das gefühl dass das ding richtig hart schnell ist richtig hart schnell wenn wir da drauf ich weiß es noch in der erinnerung habe ich es dass das glaube ich 400 fuhr ist oder 500 aber ohne turbo ich hab grad wirklich geblitzt oder ich hab grad wirklich geblitzt oder ach komm wir testen das mal oder hab ich denn schon gepatcht das kann sein ah ne der fuhr 300 ja nevermind etwas zu schnell aber bergauf 300 fast und jetzt bergab mit richtig fett senf dazu dann ach ich glaube davon ist ein unfall passiert wenn sie aufpassen oder ne doch nicht ah ne der fährt ja ok ich dachte der fährt schneller oh boah machen wir ihn mal schneller 401 ja 401 mit nitro das ist ok das ist ok 401 oder ja ich dachte der fuhr ich dachte so der fuhr 400 damals also entweder ich verwechsel den grad mit einem anderen benzer den ich mal gefahren bin oder das war doch der oder ich hab ihn schon gefixt teilweise dass er nicht mehr so schnell fährt keine ahnung oder keine ahnung aber kommt auch rein ich überlege nur seht ihr hier oben die textur wie ekelhaft die aussieht die muss geändert werden das ist ganz schlimm guck ich das an wie das aussieht geht gar nicht geht gar nicht aber sonst geiles auto 3 von 5 stern so und sonst haben wir noch was ganz geiles aber den kennt das kennt auf jeden fall ich überlege ob ich die dinger wirklich rein machen soll weil ich mir oft so denke inge wäre es cool wenn du von punkt a nach b statt mit einem fahrradl mit sowas fährst aufgechillt aber aber halt langsamer es fährt so etwas zu schnell das ding wie man sehen kann was da mal noch reinhauen probieren in elektroscooter nos reinhauen ist ja eigentlich nicht schlecht die idee ne wir probieren es mal dann machst du den homenet xp auf dem server stimmt den habe ich voll vergessen eigentlich könnte ich den direkt rein machen und dann crashen Leute raus aber der ist an sich fertig es gehört nur etwas optimiert noch aber der ist an sich fertig mit dem skin und allem so wenn wir dann gleich hier ich glaube da wird fährst du 300 ja ich glaube dass das ding auch zu schnell ist ich mein kommen wir vor mit dem e-roller grad 180 183 und gleich wenn es hier runter geht zünden wir mal nitro ui stimmt da war ja was das ding äh oh alter scheiß die wand an alter voller schwede hoch oh geblitzt vor mit dem e-roller huiii ich hab so viel spaß so schnell nitro reinhauen eine runde wir fast noch ein bisschen schneller durchrasen hier Richtung stadt einwärts das schaffen wir 300 ah oh ne ich dachte kurz ich sterbe gut also wo ist denn der rolle jetzt hin ach der ist ein bisschen geflogen also die roller würde ich gerne einbauen aber das ist noch etwas zu schnell also da muss noch am handy gefeilt werden wie man merkt die sind nur etwas leicht zu schnell also da reicht eine kleine anpassung von 5 km h gut was haben wir denn noch wheelchair 9 haben wir wobei ich nicht weiß funktioniert der eigentlich der müsste eigentlich funktionieren ah ne wheelchair ja kommen sie ja 2 auf einmal ich wusste es ah ne das ist der falsche ich habe nämlich schon einen neuen geholt einen besseren als der der ist nämlich alt das ist der alte da gibt es ein besseres modell davon auf jeden Fall ist das der alte wheelchair wird auch nicht benutzt weil es ja so sehr komisch aussieht wie man da drin sitzt der neue wheelchair ist dann so da sitzt man nicht so drin als würde man lenken aber ich fahr jetzt trotzdem hier mal rum ja das ist ja wie man braucht gar nichts zu tun hat gerade cles ii ja Hey, da kommen neue Reihen und die werden wir dann höchstwahrscheinlich benutzen für Leute, die wirklich einen Reacher brauchen. Genau. Damit Nitro geht das, glaubt ihr? Naja, das geht auch nicht. Ich probier's mal. Hilfe! Die Frau will mich schlagen. Nix gehört. Das Ding kannst du sogar auftanken. Das ist traurig. Oh mein Gott, 25 kmh, Jungs! Wir fahren so schnell wie so'n Roller in Deutschland. Okay, da bleibt auch 25 kmh, das ist das Maximale, was er fährt. Danach ist Schluss. Auch nicht schlecht. Ja gut, 25 kmh fährt er mit Nitro. Guck mal hier hoch eigentlich, ja. Das ist cool, da kannst du hochfahren mit dem Teil. Treppen sind hier für kein Problem. Off-Road mit nem... Der Dings hier, mit nem Rollstuhl. Aua. So, also das Ding hier werden wir auch einführen, sobald's soweit ist, wenn wir drauf Bock haben. Und sonst gibt's noch, kann ich euch auch zeigen, Nutzfahrzeuge haben wir, glaub ich... Ah, stimmt, Nutzfahrzeuge. Die kennt ihr noch gar nicht. Die kennt ihr noch nicht. Nutz... Die kennt ihr noch nicht mehr, aber sie ist noch nicht optimiert. Das ist... Also das sind Nutzfahrzeuge. Coming soon. Was die können, kann ich euch dann auch gleich zeigen. Ihr seht, man kann hier so Sachen draufballern. Was man halt braucht. Mit Lightbar, die noch nicht richtig funktioniert, by the way. Nicht die beste Lightbar. Und, äh... Ich zeig euch mal, was man damit machen kann. Äh, da... Wisst ihr was, wir machen das am besten nicht hier. Wir machen das am besten, wo wir ungestört sind. Wo grad keiner ist. Am besten hier am Flugfeld. Hier ist grad niemand. Da zeig ich euch einfach mal ein bisschen Preview, was wir vorhaben mit den Teilen. So, haben wir... Ich weiß noch nicht, hab ich da den richtigen? Ich glaub, da hab ich den falsch noch drauf. Ich glaube, der funktioniert nicht. Mal gucken, was der ist. Schauen wir mal. Ich glaub, das ist nämlich der falsche. Wir haben nämlich einen neuen, der funktioniert besser als der hier. Und der funktioniert, glaub ich, nicht. Ah, doch, der funktioniert. Aber es trotz... Ja, ist doch der Alte. Seht ihr das, wie der bouncet? Genau deshalb hab ich einen neuen geholt. Hilfe, Mami! Meine Unterhuss! Ja. Ja, genau. Genauso soll das aussehen. Das ist richtig, dass das genauso aussehen. So, wir fahren mal damit rum. Ja. Das, meine Damen und Herren, ist Physik auf höchstem Niveau. Sieg, die wir hier sehen können. Das, meine Damen und Herren, ist Physik, ja? Das, äh, muss so. So funktioniert die Welt nämlich. Äh. Irgendwie macht das grad Spaß, damit so rumzufahren. Auch wenn es lebensgefährlich ist. Das, äh, ist das. Jetzt will ich das hier stehen lassen und aussteigen. Geht das Ding dann komplett ab? Oh, es macht weiter! Hilfe! LKW müde, LKW schlafen. Perfekt. Gut. Ja, da kommt was Neues. Das, äh... Da kommt was Neues, Jungs und Mädels. Das Ding hier ist aber auch was Feines. Das funktioniert hier noch nicht richtig, ne. Das funktioniert auf dem Test-Server schon richtig. Das ist halt ein neuer Gabelstapler, wo es hinten ein Kennzeichen dran klatschen kann. Wie du damit auch theoretisch auf der Straße rumgucken kannst, wenn du drauf Bock hast. Ah, nix Außergewöhnliches. Dann haben wir noch, äh, das Ding hier. Ist dann für die Bauarbeiter, wenn sie was mal bauen wollen. Geht so wieder für die Stadtwerke. Ist auch ganz gut, kann ich nochmal zeigen, um Sachen hochzuheben. Wir testen das gleich hier mal hinten an der, äh, Cessna. Einziges, was mir aufgefallen ist, gucke ich das mal bitte an. Qualität-Content. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe dafür sogar bezahlt für das Teil hier. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher, ob das das Ding war oder das andere. Ich habe für ein paar Autos bezahlen müssen, die waren auch nicht so ganz so knorkel. Wir testen es mal. Toll. Das ist ja super. Zum Aufspießen reicht es aber. Hallo, ich bin's, die Katrin. Oh, doch, funktioniert. Funktioniert ganz super. Ganz toll funktioniert das, Jungs und Mädels. So. Einfach noch Vollgas rein und dann haben wir es umgeparkt, das Teil. Man lernt ja sonst nichts, ne? So, das macht dann 50 Dollar, bitte. Gut, also das Teil hier, äh, kommt es wahrscheinlich auch rein. Macht schon Spaß mit zu fahren, dann haben wir noch was schönes, was wunderschönes, äh, Work Truck, heißer Ding. Eine schöne Walze. Genau. Ich glaube aber da drin, funktioniert gar nichts. Seht ihr, da funktioniert die Lenkung gar nicht. Aber gut, das ist eine Walze, und das ist eh nicht. Ah, hallo. Perfekt. Ihr seid schön, damit rumzubogen, kommst du überall hin. Ah, ist das schön. Und so, meine lieben Damen und Herren, werden Flugzeugwalzen gemacht. So werden die hergestellt. Jo. Also eine Walze, mit der kannst du dann überall drüber fahren, wo du drauf Bock hast, ist halt nichts Besonderes, eine Walze halt. Dann haben wir noch, ähm, was ist das für ein Ding? Das weiß ich gar nicht mehr, ich hab sogar nicht mehr dran gearbeitet. Ah, stimmt, der Truck. Neuer Truck für die Trucker. Mit ein paar Extras. Mit so einem Aufbau. Ein alter Ami-Truck. Schau mal, schon was schönes. Kofferraum öffnen, nee. Gut. Das ist doch mal ein geiles Handling. Ja. Schon den Warenblinker anmachen. Ja, ist ein cooler Truck. Hat mir gefallen, hab schon nur geladen und drauf gemacht. Äh, was haben wir denn noch? Ja, da sind aber noch ganz viele Sachen noch nicht drauf, ne? Ganz viele Sachen fehlen da noch. Dann der Toe Truck, der neue, den du so runterschieben kannst, so auf die Schnelle. Bup, 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 bup. Einfach, was fürs RP gut ist, wenn man das machen kann. Äh, ja. Einzigen Nachteil sehe ich gerade. Ich glaube, der hat keine Lichter, ne? Keine Lämpchen. Ah, doch, hat er. Never mind. Ich hab gedacht, der hat keine Lämpchen. Na gut. Man irrt sich. Und da kann man dann, äh, theoretisch mit so einem Dings drauf fahren, wenn man drauf Bock hat. Und kann dann das oben anhucken. Ich glaube sogar, ich weiß nicht, habe ich das schon hier eingestellt? Mal probieren. Slash anbinden. Du kannst dieses Fahrzeug nicht festmachen. Gut, dann muss ich das noch, äh, machen bei dem Auto. Kannst ja dann einfach das Ding hochballern und dann ist das angekettet. Ist dann ganz cool für die Mechaniker. Vor allem ist es endlich mal ein größerer Abschlepper, weil sonst haben wir immer so die ganzen kleinen Abschlepper rumfahren und das Ding hat halt Platz ohne Ende. Also darauf freue ich mich schon. Gibt's auch mit mehreren Skins, glaube ich, ja. So, normaler Skin halt. Dann werden sich die Abschlepper freuen, wenn er mal fertig ist. Ähm, Gigabio, was ist das für ein Ding? Ach, ein Anhänger. Hier stimmt was nicht, Lkw-Anhänger rastet aus. Bin ich schon dabei. Kenne ich irgendwo her. Was ist das? Hallo. Servus. Ja, Lkw-Anhänger können ab und zu mal ausrasten. Ja, hab ich gemerkt. Ohne Spaß, der ist einfach so random abgehoben irgendwie, wie so ein Lowrider. Gehört ihm wer der Anhänger? Anscheinend er nicht. Hä? Das ist aber kein Anhänger, den wir gehört, ne? Sehe ich gerade. Naja, das war irgendein NPC. Ja, moin. Dann machen wir den mal weg. Darf ich gleich mal was fragen? Ja. Oh, jetzt hab ich deinen Zweck gemacht. Ja, perfekt. Kriegst du wieder. Kriegst du gleich wieder, so. Was ist ein BMX? Das kriegt man ja nicht zu kaufen, ja. Das kriegt man ja nicht zu kaufen, ne? Kann man das Dach oder das aufmachen? Oh, da gibt's das Problem. Nö, kann man aufmachen. Das ist ja, bis es ist da. So. Einmal bitte Schlüssel, dann abziehen es deins. Danke. Bitte. Hat wer die Triche von euch? Jetzt wollen sie es wirklich klauen. Ja, moin. Aber sie haben extra noch gefragt. Die hatten Angst, dass sie es nicht klauen dürfen. Die hatten gerade wirklich Angst davor. So. Was haben wir denn noch hier? Äh, Car. Das Ding hier, was ist das? Ach, stimmt, das Ding. Das hab ich vorher vergessen. Das Ding ist so geil. Das hab ich einmal in einem anderen Stream ausgeparkt. Und wisst ihr, was ihr damit machen könnt? Äh, hier geht das nicht. Aber wie geht das nochmal? Äh, hier, Kofferraum öffnen. Motor, da kannst du so steuern. Kannst du richtig geiles AP machen. Das ist doch geil, oder? Und theoretisch, weil wir immer so fahren. Wie fährt man mit dem Teil? Nicht so. So fährt man damit rum. Ah, oder so. Großes Baumaschinchen. Hoppala. Oh, ich hab ne Idee. Da hab ich grad ne Idee bekommen. Oh, jetzt mit Nitro. Noch wichtiger. Wie fährt denn das Ding mit Nitro? 18 kmh. Danke dafür, Bruder. Vielen Dank. Aber hinten kommt die Flamme raus. Das ist das Wichtige an der Sache. Das ist das Wichtige. Die Flamme muss bouncen. Ich komme. Bin gleich bei Ihnen. So, äh, nee. Türen, so. Kann das Ding schießen? Das Ding hat grad geballert. Und ich krieg ein Partial an Maurice Krause. Kleine Spende ist gut. 99 Euro und 99 Cent. Vielen Damen an Maurice Krause für 99 Euro und 99 Cent. Der Bruder wuppelt raus. Ey, da machen wir jetzt doch mal, äh, da machen wir jetzt doch mal, äh, äh, was ist ein Dorschalbier rausbrügel hier auf deinen Nacken. So, lieber Maurice, vielen Dank. 100 Euro rausgelobt im Superchat. Fühlchen küsst, fühlchen grüßt, aber Bruder, weißt du, was auch noch viel, viel, viel cooler noch ist, als das, dass wir hier gerade im Bagger fahren? Man kann damit schießen. Warte mal, guck. Das Ding schießt. Das ist ja komplett krank. Wer baut denn sowas? Wer baut denn sowas? Das Ding kann schießen. Ich verstehe nur noch Bahnhof. Warte, ich muss nochmal, äh, Kofferraum, so. Und jetzt? Hallo, ich muss hier einmal... Hallo, ich bin's, die Katrin, ich muss hier einmal durch. Hallo, die Katrin ist hier. Katrins Welt. Also, ich glaube, das Ding müssen wir nochmal, äh, genauer ansehen. Ich muss sogar schon die Katze rauslassen. Ich hoffe, das Ding geht, dass ich nicht in die Luft, wenn ich die Katze rauslasse. Und ich muss pissen auch noch, Alter. Aber, du Scheiß. Und ich muss beim Video halt so machen, ich muss das Schrauben nicht mehr��eln laufen. Okay. gib's da, Alter. Oh, nee. Oh. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch nochmal VIP geworden im Vorhinein und du hast aber die Schwende nicht mitbekommen. Ich lese alles nach und nach vor, Bruder. Es wird hier alles vorgelesen. Ich brauche nur mal ein bisschen. Ich wollte dich mal fragen, wie Autogrammkarten, wo du was schicken solltest. Hallo Discord. Also ich habe letztes Mal alles abgesendet. Das ist auch schon länger her. Das Ding hat jetzt nicht fliegt. Ich könnte es uns nochmal versenden, wie du möchtest. Fliegt das Ding noch? Das Ding fliegt doch einfach auf und rum. Das Ding fliegt doch? Bitte was? Also das habe ich noch nicht gesehen, dass das noch fliegen kann. Aber dann nehme ich mal ab mit dem Jumbo-Jet hier. Das ist doch kein Jumbo-Jet. Ich nenne sowas nicht Jumbo-Jet, wenn es ein Privat-Jet ist. Oh, okay. Never mind. Es fliegt doch nicht mehr. Es tut mir leid. Ich habe es mir fast schon gedacht. Es fliegt noch halb. Es fliegt nur so halb. Aber es fliegt ja noch. Solange es fliegt, können wir es ja testen. Ich fliege mal so weit, wie es hier nach oben ist. Ich glaube, es tut dem Flieger gut, wenn wir da so richtig brutal nach oben fliegen. Mit einem Strömungsabriss. Mehrkopflose LKW ist müde. Oh, da fliege ich mal hin, oder? Das ist ein Helikopter. Scheiße, du hast recht. Bruder, du hast recht. Wie komme ich überhaupt auf die Idee, dass das überhaupt ein Ding ist? Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass ich abstürze mit der Kiste. Also, ich fliege mal so lange, bis das Ding abstürzt. Und dann mache ich SlashTV, das ist ja ganz schnell weg, das Teil. Dann stürzt es auch nicht auf die Köpfe der Leute. Das will ich auf gar keinen Fall. Und das Ding einfach abstürzt. Hochpilot Kurdel am Start. Wie langsam das Ding eigentlich ist? Das fliegt 190 kmh. 190! Das Gefühl, da kommt es nicht mehr so schnell damit voran. Das ist langsam. Oh, jetzt setzt es ab. Jetzt gibt es Geist. Ja, jetzt ist es jetzt. Jetzt Ende. Jetzt können wir es vielleicht doch runtergleiten lassen, das Teil. Oh, das geht sogar. Guck. Ich glaube, das Not gelandet, das Ding. Wobei ich mich ein bisschen Schwung nimm. Man muss, also, wenn man Pilot ist, nimmt man viel Schwung. Und dann zieht man nach oben am Ende. Ich mache mal eine Bruchlandung. Ich hoffe, das funktioniert mit der Kiste. Das soll halt funktionieren. Wenn nicht, dann ist es auch gut. Aber ich bin, glaube ich, schon zu tief unten. So tief, Rüdiger. Nicht so tief. Keine Kapriolen, Rüdiger. Aber theoretisch, ja. Ja, 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 ja. Ui, 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 ui. Wir sind nicht schlecht, Leute. Wir sind nicht schlecht. Oh, nee, da vorne geht es. Wo kommt ein Traktor? Ding, ding, ding. Meine Damen und Herren, wir sind erfolgreich am Beach in L.A. Landet. Bitte passen Sie auf, dass Sie bis zum Piepsen angeschnallt bleiben. Ist der Ton ertönt. Will ich direkt die Koffer rausholen. Das Wetter hat 34 Grad Celsius. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt hier in L.A. Danke. Gut, das war es, glaube ich, komplett. Das, meine lieben Damen und Herren, war es wirklich komplett. Aber sowas von. Und ich dachte, ich schaffe das noch. Ich hoffe, das hat keiner gesehen vor Weitem. Weißt du, dieser blöde Traktor hier einfach. Der stand hier rum. Ich habe den nicht gesehen. Gut, hier machen noch mehr NPCs ihren... Ey, wo kommen die alle her? Also, so langsam habe ich das Gefühl, das ist ein Modder, der die hier hinspawnt oder so. Hä? Oh, der... Es hat jemand durchgecleant mit einmal Rehicles wegmachen. Das könnte sein. Dann bleiben die nämlich genauso hier stehen, die Dinger. Gut. Das war schon mal ein komplettes Clean. Clean up. Oh, gut, jetzt haben wir es weggemacht. Noch so ein Teil. Was machen die Leute? Ah, hier ist was hochgegangen. Guck. Also, so langsam glaube ich echt, ich werde hier komplett verarscht von jemanden. Die Dinger sind nicht angemeldet und die stehen hier einfach rum und hier ist noch ein kaputtes Auto. Also, ich weiß noch, hier explodieren manchmal Sachen. Hier drin explodiert es manchmal. Ich weiß, ich bin in die Luft gegangen und dann... Ach, keine Ahnung. Ja, RP Gott. Ey, Gott sei Dank mache ich heute keine RP. Ich bin heute nicht da, um RP zu spielen. Ich bin heute hier, um Leute zu stalken, um zu gucken, was sie machen. Um Sachen zu finden, die man fixen kann. Und um so einen Blödsinn zu machen, wie jetzt gerade. Oh, schau, wer da ist. Och, wie süß der. Der sitzt neben seinem Berglöwen. Guck. Oh, das ist ja immer so süß. Da machen wir mal ein Foto von. Jetzt erstmal einrahmen hier. Erstmal einrahmen lassen. Ich lasse den mal allein mit dem Ding. Tomate. Hast du das gehört? Tomate. Was das wohl ist? Tomate. Das ist laut. Tomate, Marc. Gut, dann lassen wir den mal weiter Tomaten pflücken. Lassen wir den mal in Ruhe, den armen Mann. Der hat ja nichts getan. Ach, was wollte ich? Ach ja, ich wollte noch ein paar Sachen zeigen. Stimmt, da war ja was. Lassen wir den mal in Ruhe. Der arme Mann, der hat auch noch zu tun. Was macht denn der denn? Ach, fliegt der hier gerade? Tatsache. Wir müssen ja gerade hier gelandet. Ja, tatsächlich. Guck mal. Oh, ich hoffe, da liegt nichts mehr auf der Fahrbahn. Das war jetzt ganz schön unschön. Na gut. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Ganz schnell weg hier. Hier haben wir unsere Ruhe. Und hier kann ich euch noch was zeigen. Warte, was haben wir noch? Hat das natürlich gezeigt. Das ist ja neu. Ah, das Ding hier. Dump truck. Noch ein Party Alarm. Der schollert n raus. Kusti Hadi. Mit 50 Euro und Fies. Ey, Xion, zum Abschluss sage ich schon. Der Blick aus dem linken Fenster wird gleich besser ohne Flügel. Oh mein Gott. Ey, vielen Dank, Kusti Hadi. 50 Euro mit Fies. Einfach reingewuppelt. Ey, Kust geht raus an Kusti. Kust an Kusti. Das passt perfekt, oder? Gute Namen gewählt. Vielen, vielen herzlichen Reizdarm. 50 Euro mit Fies. Ja, ja, liebe Herr Kusti. Mit einem schönen Spruch. Für den Bruchbelot, Leute. Zu uns Hundeschwänzchen. Moin, kratzt mich mal. Dieser Name einfach. Das war ein 2 Euro wert, ne? Äh, Cutter VIPs. Danke fürs Wippwerden. Unicorn Princess. Danke für 1,07 Euro. Dann King of Uyu. Nochmal. Bleib gesund. Ich mag dich so sehr. Das ist ja best. Dankeschön. Kust geht raus an dich. Kann ich nur zurückgeben. Ebenfalls alle gesund bleiben, die hier im Stream sind. Bitte alle gesund bleiben. So, jetzt muss ich mal weiter runterscrollsen hier. Von Liquid Blaze habe ich davor gelesen. Maurice Krause, das kann ich das vorlesen. Ich feine deine Videos, mach weiter so. Ich hoffe, dass ich bald auch wieder sauber spielen kann. Kust geht raus an dich, Bruder. Bewerbungsphase machen wir eh bald. Also wenn du 16 bist, kannst du eigentlich nicht bewerben und RP-Erfahrung hast. Also ich bewerbe, sobald die nächste Phase offen ist. Da kann man das Ding hier eigentlich hochfahren. Ne, das geht nicht. Aber der Wagen hier ist halt auch neu. Aber ich weiß nicht, ob ich den reinmache. Da gefällt mir hinten das Ding nicht so ganz. Ja, und sonst haben wir noch, aber das ist aber noch nicht gezeigt. Das Ding. Cat 259 war das, glaube ich, ne? Das Ding, genau. Das ist eigentlich nicht gezeigt. Hui, hui, hui. Sieht ein bisschen aus wie dieser Roboter da. Dieser, ähm, aus dem Roboter-Film. Wer ist das Ding nochmal? Nicht E.T. Dieses, dieser Roboter aus dem Weltalter. Dieser, wer ist denn der? Nein, ich meine nicht R2-D2. Wolli, Wolli oder so hieß der doch. Oder, oder. Doch, Wolli. Wolli oder Holli oder irgendwas mit I hinten. Ihr wisst, was ich meine. Dieses kleine Roboter-Teil aus diesem Film. Erinnert mich jedes Mal daran, an dieses Teil hier. Chup, chupi, chup, 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 chup. Damit kannst du ganz schön rumfahren. Das macht echt Spaß mit der Kiste. Wie so mit einem kleinen Panzer. Wolli. Da war ich doch richtig. Ja, Wolli. Der Wolli, genau. Und dann kannst du zum Beispiel auch den Herrn M.P.C. da nehmen. Und da erstmal hochheben. Erstmal auf den Arm nehmen. Hoppala, Entschuldigung. Warten Sie, kommen Sie mit. Hoppala, Sie müssen schon einsteigen, der Herr. Der Herr. Hallo. Der Herr. Das können wir mitnehmen. Einen Herrn zu mitnehmen, bitte. Einen Herrn zu mitnehmen, bitte. Hallo. Der Herr. Sind Sie noch da? Ich nehme den mal mit. Sollte gehen, ne? Ach, komm. Jetzt mach nicht diesen, Bruder. Ich habe jetzt so lange dafür gearbeitet, dass ich dich mitnehmen kann. Dann klappt sie, oder was? Komm. Oh, oh. Komm. Das gibt es doch nicht. Der muss doch hier funktionieren, ja. Ich habe den doch hier am Boden liegen. Ja, na gut. Dann bleibst du einfach mit. Scheiße. Nehme ich halt wie einen anderen mit. Nehme ich halt wie einen anderen mit. Das Ding fährt halt auch nur 10 km mal, ne? Da war es das. Ich kann mal Nitro Einspritzung machen. Ich glaube nicht. Die Autos fahren insgesamt nicht schneller. Wenn du Nitro reinballerst. Ah, jetzt habe ich kein Nitro mehr. Perfekt. Ballert. Wo war denn das hier nochmal? War zu faul, das nochmal einzugeben. So, hier. Nitro. War gerade echt zu faul, um das hier anwenden zu geben. So, jetzt Nitro. Und. Ich werde aber, wenn ich das jetzt reinballern. Das ist ja 18, schon. Dann war es das. Mit 18 kmh und Nitro. Bruder, das ist halt echt traurig. Das ist halt wirklich hart traurig. Dann war es das auch schon. Aber Kraft hat der Arm, ne? Der hat wirklich Kraft, der Wagen. Man kann sich damit selber hochheben. Guck mal. Der hat so viel Kraft. Du hebst die einfach selber hoch. Du hebst die einfach selber hoch. Ich glaube, wie ist das denn? Kriege ich das Ding noch hoch? Nee, das geht nicht. Ah, doch. Oh, krass. Okay, das. Das hat wirklich Kraft, das Teil. Okay, dann hochheben kann ich das Ding nicht, ne? Ja, das wäre cool, wie das funktionieren würde. Und mich, dass ich mich mit. Einen Big Mac Mute mitnehmen, bitte. Ja, aber ich kann damit hochheben. Das ist schon mal cool. Weil mit einem Gabelstapler kannst du so nicht hochheben. Kann ich damit selber hops nehmen. Das ist halt echt traurig. Ja. Kann ich selber hops nehmen damit. Wisse was, ich stelle das Ding hier einfach ab und nehme mich selber hops. Ach, komm. Egal, komm, scheiß drauf. Scheiß drauf. Schönes Auto. Schönes Auto, das, das auch gibt auf dem Server. Und dann haben wir, warte, haben wir noch LKWs neue? Nee. Ja, sonst habe ich noch das Fast and Furious Pack. Ah, ich habe noch einen Arbeitordner. Was ist denn da drin? Schneemobil, das hatten wir aber, das hatten wir schon mal drin. Und sonst haben wir hier noch die Schneesachen. Na gut, die waren aber schon lange in Arbeit. Die waren sehr lange in Arbeit. Nee, sonst habe ich nur noch, ähm, der Multipla. Oder hießt ihr so? Wie habe ich den benannt? Multipla habe ich den noch benannt. Das habe ich doch so benannt, oder nicht? Die Bleible habe ich denn noch benannt, oder? Ich schaue mal schon, ob ich den benannt habe. Das kann doch nicht sein. Äh, ah doch, warte, hier. Müsste da drin sein. BMW, blablabla, blablabla, Escalate. Ah da, Fiat Mull habe ich ihn genannt. Fiat Mull. Der Wagen kommt auch bald rein in den Shop. Der wurde so oft angefragt, dass wir den hier mal reinmachen. So lange ist das schon her, dass sich die Leute das gewünscht haben. Aber ihr seht, die Textur hier gehört noch gemacht, vorne. Das Ding hier. Das, da fehlt noch eine Textur. Und innen ist er jetzt auch nicht das Schönste, aber ich meine, innen, das Ding ist halt hässlich. Der darf auch hässlich bleiben. Aber ich tue den mal, um zu zeigen, was man daraus machen kann, ja. Da kann es wirklich daraus was zaubern aus dem Ding. Ich glaube, ich habe den eh so gemacht, dass man richtig tief legen kann, oder? Ah, nee, doch nicht. Gut, dann wird das auch noch gemacht. Wird noch richtig tief gelegt, der Wagen. Ist wirklich am Boden schleift, dann ist das irgendwie etwas Schönes. So, Felgen, Tuning. Oh ja, die ballern. Und jetzt die in schönen Pink oder so irgendwas, was richtig ballert. Äh, bitte, was ist jetzt gerade passiert? Hab ich da gerade gemacht? Hab ich das nicht ausgewählt? Wie gesagt, ich hab's gekauft. Jetzt bin ich gerade verwirrt. War ich zu schnell? Das kann sein. So, dann noch hier die Fenster. Hier die, äh, Scheibentönung meine ich natürlich. Scheibentönung, Full, Full Black. Blackout, sein Vater. Aber bei, dann sieht man nicht rein, ne? Und dann hier noch einen pinken Lack drüber und dann, ich fahre gleich die Kiste. Ein schöneres Auto gibt's nicht, Leute, auf dem Server. Ein schöneres Auto werdet ihr nicht finden auf RLO. Das ist mit Abstand das Maximum, was geht. Mehr geht nicht, Leute. Mehr geht nicht. Damit fahre ich jetzt rum. Aber wisst ihr, was wir noch machen? Wir machen Blaulicht dran. Damit's doch, äh, besser aussieht. Das ist auch wieder so ein blinkendes Teil hier. Seht ihr das? Das verstehe ich halt nicht. Die ganze sind Mülltonnen so. Haut, hier. Nur so eine Mülltonne. Die blinkt hier so rum. Geht immer weg. Da. Weg da. Die ganze Zeit so. Movia-LED. Alle diese Props, die halt rumstehen, ne? Die dann irgendwann rumbaggeln. Ich glaub, das kommt durchs, äh, Entfernen von Objekten. Wenn ich ehrlich bin. Ich tu's dann in die Mitte rein hier. Wie das richtig doof aussieht. Oh ja. Neu Admin-Mobil. Bin unterwegs. Wir wurden gerahmt. Das ist gelieft. Ich hab mal gleich mal hin. Admin im Einsatz. Nicht vergessen, Schlüssel klauen. Jetzt kommen wir nicht mehr rein. Hallo. Geil, Style. Dankeschön. Er hat da drüben abgerufen. Also folgende Situation. Ich war drüben beim Tuner und wollte reinfahren. Da kam der hier, der Smart, rausgefahren rückwärts. Und bin ich halt auch rückwärts können, weil dachte ich, okay, hat er mich vielleicht nicht gesehen. Er ist immer weitergefahren. Er ist dann halt rückwärts reingefahren. Hab ich gehupt, wollte neben ihm fahren, um ihn halt mal zu fragen, was er soll. Da ist er dann weitergefahren. Mein Kollege ist vor mir gefahren, hat er dann Gas gegeben und ihn fast zum Überschlag gebracht. Hier ist er dann angehalten und dann einfach gelieft. Hier war das. Ja, also es war da drüben beim Tuner, bis halt... Ja, bis hier haben wir versucht und dann... Hast du das Kennzeichen von dem Auto? Ja, das Auto, was hier steht. Wer ist denn das hier? Das Smart? Ja, der Smart hier. Okay, Smart. Da schau ich mal rein, wie das gehört. Ja. Muss ich jetzt eigentlich immer noch IC rücken? Wenn ich da bin, nicht. Okay. Ich glaub, das wär dann sehr schwer, das noch IC zu machen. Ne, ich mein nur, deswegen. Ne, ich schau jetzt nach und dann schau ich, was passiert ist. Ob er wirklich mit Absicht gelieft ist. Ich glaub, er ist einfach gecrasht oder dass er... Ne, der hat die... Der hat doch nicht geantwortet oder so oder ist auch nicht... Ja, oder hat ein Disconnect. Ich kann ja nachgucken, was er gemacht hat. Dann seh ich das gleich. Ja, weil, wie gesagt, der hat halt eben... Wir haben ihn halt verfolgt und so, wie er stand, ist er gleich raus. R, J, C, also R, J, C, 9, 10. Hä, der ist nicht angemeldet? 110. Hä? Also, jetzt bin ich überfragt. Der Feige kam halt einfach so aus. R, J, C, 9, 10. Stress geschoben. Ja, J, C. Ah, hier kommt er. Er hätte nicht dabei gewesen, wenn er so auszusehen, halt als das Tor aufging, hier reingefahren wäre, so konnte man ja nicht sehen, aber als er dann einmal weitergefahren ist. Ja. Übrigens, das würde auch erklären, warum ich den einen Tag, den mit der Rundumleuchte gesehen habe, den ein Mitsubishi. Ah. Ich bin gleich wieder da. Das ist der Sound auf der Spende. Muss ich mal in den Server reingucken, wer das war. Einmal reinwuppeln, oder haben wir das gleich? Hat er mich da ausgelockt, also ein Stück Scheiße, aber auch so ein Stück Scheiße. Das dauert jetzt so ein bisschen, weil ich muss was abfragen. Das Kennzeichen nämlich. Okay. So. Ich gehe mal auf die Fahrzeuge, dann schaue ich gleich mal, wo der Wagen abgefragt wird. So, darf ich schon mal den Typen nennen, das Fahrzeug gehört, dann schaue ich gleich mal. Wem das Ding gehört, wer der Account ist und was er gemacht hat. So. Da habe ich ihn schon. Das ist da ja okay. Ja, ja, ja. Und der ist hier raus. Das ist aber gerejoint gerade. Sehe ich gerade. Ah, hier. Timed out, ja. Ja, folgendes, der ist, äh, der hat den Timeout, das heißt, dem ist er im Internet abgeschmiert und der ist wieder reconnected direkt danach. Okay. Der wird hier gleich wieder da sein, schätze ich. Okay. Okay. Ja. Ähm, jetzt, wo ich schon einmal, ein Home-Land-Tier da habe, ähm, ich wollte noch aufmerksam machen, bei dem, äh, ist da ein, äh, 240SX, dem S13-Modell, ähm, ist es so, dass die Lichter nicht immer funktionieren, also da musst du erst ewig bleiben, ein- und ausparken, bis die dann wieder mal einigermaßen funktionieren. Was funktioniert ja genau, und ich hast auch kein Lichtkegel vorne? Naja, ne, allgemein, die gehen gar nicht, also leuchten gar nicht. Kannst du dazu ein Ticket aufmachen? Welcher wann das dann genau ist? Einfach dann ein Ticket aufmachen, bitte, ja. Ja, einfach die Begründung und dann, äh, welches Fahrzeug oder wie. Genau, genau, welche Fahrzeuge das sind. Okay. Dann weiß ich verscheid. Gut. Alles klar. Dann, danke für die Hilfe. Ah, das ist eh schon der Typ, der, Gott, der ist schon hier. Ja. Jawoll. Ciao. Mal auf. Bist du anwässernd oder bist du ein Bop? Das ist Petscher, da bin ich gar nicht drin, jetzt muss ich mich da umdingsen. Äh. Hört ihr gerade auch die Katze, wie die draußen gerade übelst durchdreht und an meiner Tür, äh, dingelt die ganze Zeit? Die ganze Zeit gerade an der Tür herum. Ich verstehe, warum der so nervig ist. Ich kann nicht, weißt du was, ich lasse ihn einfach rein und schaue, was er macht. Ich lasse ihn einfach mal rein, weil sonst, äh, tritt er mir auch halb die Tür ein. Das heißt, wenn man Katzen hat und die nervig werden, an der Zeit wird eine Katze nervig. Ab so einem bestimmten Alter wird sie ganz schön nervig. Ah, wobei die das nervigste Alter war, wo die, wo die auch ganz jung war, den ganzen Tag durchs Haus gerannt ist. Hör mir, komm rein. Ah, wie das? Wie krass. Meine Güte. Kloppt da 50.000 mal an die Tür. Hab ich ihn reingelassen. So. Darf ich mich wieder neu hinsetzen. So. Oh, muss er ganz schön hier was machen. So. Tala. Jetzt muss ich einmal ein Bild machen davon. Ah, jetzt miauht er mich an. Jetzt lasse ich ihn rein, ziehe ich an, die miauht. Super. Ich fett an miauht. Perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso nicht anders. Ja, was ist los Katze? Was ist denn los? Jetzt miauht er, jetzt miauht er hier im Zimmer rum. Perfekt. Ja, was ist denn los? Was ist denn so ein kleiner Stinky? Was ist denn los jetzt? Jetzt habe ich dich ins Zimmer gelassen und jetzt miaust du mich an. Hm? Das ist der Dank dafür, dass ich jetzt ins Zimmer gelassen habe? Dass ich dickfett anmiaut werde hier im Zimmer jetzt? Von dir? Von dir? Ja, 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 ja. Er hört mich jetzt an. Perfekt. So. Sachverhalt klären. So. Wer wollte das jetzt? Der Herr... Häggis. Häggis, Häggis, Häggis. Oder ist er? Ich bin ausgelacht. Hoppala. Hallo? Ne, das Ding ist am Dauerhuf. Das Ding ist am Dauerhuf. Achso, warte, Entschuldigung, ich mach das schon. Achso. Schicke Karre, muss man sagen. Ist aus? Ja. Perfekt. Pass auf, Stritzi kam mir gerade mit einem Patienten, also mit Nino entgegen, der vom Balkon gefallen ist. Ich habe gesagt, bitte ablegen, wir haben einen Krankenwagen gerufen. Dann hat Stritzi ihn hoch und nochmal gesagt, na bis der hier ist, schleppe ich ihn hoch und dann ist er zum Krankenhaus hier ran. Und vorhin war er bewusstlos. Er darf aber auch nicht so lange mit dem Einsatz ist so. Ja, vorhin war er bewusstlos. Ich sage ihm, er soll ihn hier ablegen, geholten in den Krankenwagen. Der rennt mit ihm schleifend hoch zum Krankenhaus. Und war es wer? Stritzi. Achso, er soll eigentlich nicht machen, weil wenn jemand im Dienst ist, dann ist der Point eigentlich nicht dafür da. Wobei er kann ihn nicht ins Krankenhaus bringen. Achso, er hat ihn hochgebracht, nicht revived so. Er hat ihn von hier, er kam ihn her, hallo, Hilfe, Hilfe. Ich habe gesagt, ja, bitte einmal hinlegen, wir holen einen Krankenwagen, wir sorgen alles. Dann hat er, das dauert so lange, er hat er hochgenommen und es weggebracht. Obwohl ich gesagt, nein. Ihr als Einsatzkraft. Ich als Käpt'n der Feuerwehr. Ja, das ist eigentlich in dem Fall ein Regelbruch, weil es ist immer Folge zu leisten, was ihr sagt. So gesehen, weil in ihrem Einsatz seid, muss dem Folge geleistet werden. Ja, das war zu dem Zeitpunkt ja noch ein Einsatz. Aber die Kremme, alles da. Aber verstehe ich nicht, warum er den dann hochgehoben hat und dann... Also, dass er uns bringt, ist okay, wenn er da hinten runterfallen ist und uns gesehen hat, dass wir hier stehen. Ja, klar, klar. Das ist kein Problem. Aber dass er denn so ungefähr bis der Krankenwagen hier ist, dauert das zu lange. Ich bringe ihn hoch. Ja, ja. Das war mir zu gut. Vor allen Dingen, wir hatten ihn ja noch gerufen und alle ist allesamt. Ja. Also, wir haben auch noch hinterher gerufen und er hat nicht drauf reagiert. Ja, an sich ist es so eine Sache, dass man schon warten sollte, bis der Krankenwagen kommt. Außer es hat, sag mal, ein RP-technisch Hintergrund. Ich wollte mich ja auch gerade anfangen, um ihn zu kümmern. Also, so ist es ja nicht. Ja, dann ist... Also, wenn ihr schon da seid, der Einsatz begonnen hat, ist eigentlich unnötig. Weil, ich sag so, jetzt ein RP-technisch Hintergrund, dass er sagt, gut, dann nimmt ihn jetzt mit, weil irgendwas ist vorgefallen, nimmt ihn die Sachen ab noch schnell. Muss irgendwo hinbringen, dann ja, aber nicht, wenn ihr schon da seid und ihn schon verarzten wollt, so. Das ist halt... Denn wir hatten ja quasi einmal schon abgelegt gehabt. Ja, gut. Dann ist das nicht okay. Er hat ihn mir quasi aus meiner Verantwortung wieder interessen. Das heißt, ihr wart schon dabei, das alles zu machen, so. Ja, wir waren gerade dabei. Wir haben einen Krankenwagen gerufen, ich wollte gerade CPR anfangen. Dann hat er gesagt, ach, bis der hier ist, oder das dauert so lange, oder keine Ahnung, und dann ist er los. Okay, sonst frage ich dann mal nach, was er los ist. Wo ist er denn? Ist er jetzt in... Vielleicht noch im Krankenhaus. So, im Falkmans Krankenhaus, so. Jawohl. Aber, das sollte eigentlich so nicht sein. Nee. Nee. So. Weil die, die sich fragen, was die Punkte auf der Karte sind, sind das alles Spieler. Sind gerade 138 online. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Schau mal rein. Ja, ja. Das Geile ist, dass ich hier parken darf, wegen Einsatzfahrzeug. Ja, das ist ja... Viel schön. Und, ja. Nee, das ist ja nicht. Kann ich da wieder was klären, du. Ah, da vorne ist er. Glaube ich. Ist er das? Rie? Rie ist er doch, ne? Naja, das ist er, glaube ich. Da bin ich bescheuert. Hat sich Farben nach. Das ist er. Habe ihn gefunden. Found him. I found him. Hallo, 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 hallo. Hallo. Hallo? Ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine Antwort. Bitte. Hä? Ja, bitte, ich bin da. Achso, ich dachte, du hast schon die Antwort drauf. Hä? Ja, ich dachte, du weißt schon, was es geht. Und das dachte ich gerade. Achso. Grinkert nur um den Fall, dass dann Feuerler da war. Und du irgendwen mitgenommen hast. Und der schon in der Arbeit war drin. Achso, na, der war noch nicht bei der Arbeit. Also ich bin hingegangen. Ja, sie haben gesagt, sie haben gerade angefangen. Und haben gesagt, du sollst ihn da liegen lassen. Und dann hast du ihn mitgenommen. Also ich bin, ich bin hergekommen von da hinten. Ja. Habe den Nino gesagt, ich habe da einen Notfall. Und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen einen Krankenwagen. Aber bis der hier ist, bin ich doch zehnmal schneller als Fuß da drüber. Das hat doch damit nichts zu tun. Und ich hatte ihn ja schon in der Hand. Ja, aber wenn er schon einen Dispatch gesendet hat, dann musst du ihn liegen lassen. Ja, aber... Hat ja noch kein Dispatch geschickt. Ja, aber sie haben gesagt, die sind angefahren, haben schon verarbeitet. Wir haben gefunkt, dass wir einen Krankenwagen brauchen. Wir haben gefunkt, dass wir einen Krankenwagen brauchen. Und da stehen so viele Krankenwagen, dass wir... Ja, da bin ich ja schon wurscht. Ja, da bin ich ja schon wurscht. Ja, da bin ich ja schon wurscht. Ja, aber ich hatte eine andere Frage. Wir stehen hier direkt vorhin ein LKW gefahren am Hauptplatz. Na. Nein, das Ding, das lag da. Das war von MPC, was du das Ding meinst. Okay, weil das hat nämlich Nino überbreddert. Meinst du dieses, den Anhänger? Ich habe keinen Seil. Ja, der Anhänger. Ja, das war der Anhänger. Ja, der lag überall rum. Der lag auch hinten rum. Die habt ihr alle weggemacht. Keine Ahnung, die lagen hier irgendwo rum. Na, wie gesagt, ich bin okay, man, you. Also, ihr seid jetzt nur angefahren, also ihr habt den jetzt so nicht in dem Arm gehabt, so. Ne, wir standen hier direkt daneben. Ich hatte den ja die ganze Zeit auf meinem Arm. Er kam ja zu uns, er hat ihn hingelegt. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich den schon bei der Feuerwehr abgebe, einen Menschen, der gestürzt ist, dann nehme ich den nicht nochmal hoch und backe hier hoch. Der macht hier gerade so Kraft hinter mir. Wirbelsäulenverlässer. Ich kann jetzt hier einfach rausziehen. Das ist gerade so laut. Das hört man, ne? Ja. Ich hätte doch einfach durchlaufen können, dann hätte es nicht mal was mitkriegt. Also, ich habe ihn jetzt so zu schulden. Ich weiß gerade nicht mal, was er macht. Ach, ich war es gerade durchlaufen hinter mir. Von dem her, und original, ich bin drei Sekunden herkommen, dann habe ich gesagt, er hat gerade seine Minuten. Bis der Krankenwagen in den Wagen sich reinsetzt und extra herkommt, bin ich zehnmal schneller, um sein Leben zu retten, indem ich zu Fuß hinlaufe. Ja, das wollte ich ja auch gerade beginnen. Ich war ja gerade dabei, die Ersthilfemaßnahmen einzuleiten. Da hast du ihn wieder hochgenommen und bis weggegangen. Ja, aber wie gesagt, ich habe ihn ja schon am Arm gehabt, die ganze Zeit. Aber es geht ja darum, dass du ihn uns gegeben hast und wir direkt anfangen wollten mit unserer Arbeit. Da kannst du ihn ja dann nicht wieder hochnehmen und dann wegrennen damit. Bei aller Liebe, aber ob ich jetzt, ob ich jetzt, äh, ihn, ihn... Ja, aber es geht, es geht darum, du hast ihn uns übergeben, in unsere... Ich habe gesagt, da ist ein Notfall und ich habe gesagt, da braucht man einen Krankenwagen, ne? Ja, und haben dich darum gebeten, dass du den Patienten einmal auf dem Bürgersteig ablegst, sodass wir uns um ihn kümmern können. Sonst hätten wir ja nicht gesagt, leg ihn mal bitte auf dem Bürgersteig ab. Jetzt geht noch mein Handy ab. Das macht ja sonst keinen Sinn, wenn wir sagen, äh, leg ihn mal bitte auf dem Bürgersteig ab und uns nicht um ihn kümmern. Also ich weiß nicht, was heute los ist. Geht mein Handy? Ja, aber das ist halt so eine Kleinigkeit gerade, weil, weil das ist, wenn ihr eh sagt, wir brauchen einen Krankenwagen, so. Da ist es ja so wurscht, ob ich jetzt die 10 Meter da hochlaufe oder nicht. Weil ich hätte auch, wie gesagt, ich hätte ja auch einfach durchlaufen können. Pass mal auf, hast du gesehen, dass sie da waren oder hast du sie nicht gesehen? Ja, schon, ich habe sie schon gesehen. Ich bin als erstes zu denen hingelaufen. Ja, ich habe hier einen Notfall. Ja, und dann übergebe ich da halt die, wegen erster Hilfe, so schnell wie es geht, übergebe ich da den Verletzten, um das geht's. Ja, also ich habe jetzt kein Problem da in die 10 Meter da gesehen, ne? Geht halt darum, also die fahren halt an, kriegen Einsatz, fahren an und dann steppt er den halt hoch. Ja, die haben ja keinen Einsatz gekriegt. Also keiner hat einen Dispatch geschickt. Aber es ist ja trotzdem der Punkt, wenn er den Einsatzkräften einen Patienten übergibt, egal ob das jetzt im Krankenhaus ist oder hier, dann kümmern sich die Einsatzkräfte weiterhin um den Patienten. Ja, okay, das mag sein, aber... Und nicht der Herr, der ihn dann gebracht hat. Stimmt schon, gebe ich da recht, nur ich habe jetzt halt, es waren jetzt nur 10 Meter, ne? Da könnte ich auch direkt ins Krankenhaus kommen. Wäre es jetzt, würde ich es jetzt am Strand sein, natürlich hätte ich da direkt euch das geben und euch das machen. Aber die 10 Meter, da habe ich jetzt... Also wenn man jetzt mal, wenn man jetzt mal ganz genau nimmt, na, wenn ich jetzt mal so richtig pisserisch bin, wenn man jetzt ganz genau nimmt, er fällt irgendwo von einem Balkon, ist ohnmächtig, dann ist genau an dieser Stelle ein Dispatch abzusetzen und die Person, so ähnlich wie es geht, zu bewegen. Weil man kann ihn ja auch selber ins Krankenhaus bringen, das ist blöd. Nein, weil, wenn du ihn bewegst, dann, äh, du weißt ja nicht, was er für innere Verletzungen durch den Sturz davon getragen hat. Ja, aber es ist immer so gewesen, schaut das mal. Dafür sind wir da. Wenn seine Wirbelsäule verletzt ist, dann kannst du dafür sorgen, wenn du ihn bewegst, dass du ihn dadurch dann noch schwerer verletzt bis hin zur Querschnittslähmung. Und, ähm, da bist du dann für sämtliche Verletzungen und, ähm, für Behandlung und sonstiges. Also, soweit ich weiß, gibt's keine Regelung dafür, wenn man keinen Dispatch schickt, dass man den dann trotzdem liegen lassen muss, oder? Gut. Eine Regelung, dass man ihn liegen lassen muss, nicht. Es gibt eine Regelung, dass man den Anweisungen zu folgen hat und sich nicht gegenwehren darf an, äh, die Rettungssanitäter, das gibt's halt. Inwiefern hat's eine Anweisung an dich war, kann ich jetzt nicht sagen. Geht nur darum, wenn... Wir haben dir hinterher geschrien, dass du stehen bleiben sollst. Naja, aber, ihr seid eher, äh, ich meine, seid, hm, es ist knifflig. Ja, da geh ich lieber gleich, wenn's nur 10 Minuten sind. Weil, wenn wir's genau nehmen, dann seid's ja nur Feuerwehr. Ja, sicher, Ersthelfer, sicher. Aber, wenn wir's genau nehmen, seid's nur Feuerwehr. Und, wenn das Krankenhaus 10 Meter daneben ist, dann geh ich lieber zu den Experten direkt, was auch schneller geht, wo sie schneller zu einer Behandlung kommen. Also, jetzt, no disrespect, ne? Ja. Ich mein's auch nicht böse so, aber da geh ich lieber zu den Professionellen, wenn's eh nur 10 Meter sind. Ja, aber, das, was du lernst bei Erste Hilfe, ist der gleich ausgebildet, wie so ein Rettungssanitäter, der anfährt, ist dasselbe. Ist komplett egal. Vom Können her. Ja, aber, weil er grad gesagt hat, wenn wir's genau nehmen. Ja. Also, wenn einer auf mich zurennt, Hilfe, Hilfe, er ist runtergefallen. Und ich sage, okay, einmal auf den Bordstein von der Straße runter und bitte hinlegen, auf den Boden, wir kümmern uns drum. Habe ich für mich definitionsweise diesen Fall angenommen. Und wenn wir dann, wenn wir alles ein Karussell anschucken, mit einem Rettungswagen rufen und ich möchte gerade schon erste Hilfemaßnahmen einleiten und mir wird die Person wieder hochgenommen und du rennst weg. Ich war drei, ich war drei Sekunden. Und du rennst weg. Und du rennst weg. Hast du in 30 Sekunden deine ganze Vorbereitung gemacht? Ich kann, ich kann, wir können auch, ich hab Bodycam auch, also, können wir auch mal das produzieren. Ja, schick, ich schick, Bodycam, passt schon. Nee, brauche ich nicht. Ich meine, das ist ein Kindergarten, gut. Wenn ihr meins, ähm, ich hätte das machen sollen, gut, mache ich das nächste Mal so, okay. Aber das ist gerade eine sinnlose Diskussion, finde ich. Weil das sind 10 Meter original, wäre es jetzt, wäre es jetzt das Krankenhaus 30 Meter weg oder 50 Meter weg, okay, aber das sind 10 Meter, Mann. 10? Also, naja, gut, ich höre jetzt auf. Ist halt, ich kann, ich kann beide Seiten verstehen. Zum einen ist es nicht weit, zum anderen, ihr seid dort gewesen, er wurde nicht übergeben. Das erste, was man macht, ist, man übergibt die Person. Vielleicht gibt es auch die einzelnen Individuen, die sagen, nein, ich mache das selber, ich packe den Typen jetzt ins Krankenhaus. Gibt es auch, gibt es auch in echt. Also, ich finde, es war tatsächlich Schlimmes. Es ist auch, es ist auch nichts, es ist nicht explizit verboten, was er gemacht hat, muss man auch sagen. Weil das, was bezogen ist mit, ähm, du darfst dich halt, dich, deiner Behandlung wehren, um das geht's, ne, wenn du jetzt am Boden liegst. Weil sonst könntest du einfach gehen, dazu forsten, dir jetzt, das zu machen, was du willst, ne. Du kannst ja jedem sagen, ja, mach dies, mach das, mach dies, mach das. Ähm. Also, es ist jetzt schwer zu sagen, was man jetzt. Also, wir jetzt machen so. Dadurch, dass jetzt halt nur diese paar Meter waren, sehe ich es halt nicht so, so eng jetzt, ne. Ich meine, sag mal so, was sollst du jetzt einfach machen, wir sagen einfach folgendes, machst es halt nächstes Mal besser, und dann hat es echt die Serke, und dann ist das halt eh nichts. Macht man so. Und dann haben wir uns alle wieder lieb, und dann funktioniert das. Ich hab ja alle lieb, ne. Weil jetzt da ja rumzukacken, sowas, ich sag so, ich hab auch, sowas ist jetzt auch nicht sowas, was ich jetzt eintrabe oder sowas, weil ich mir so denke, das ist wieder im Regelwerk irgendwo verankert, dass du es nicht darfst, weil theoretisch darfst du jemanden hochnehmen. Weil ihr seid zwar angefahren, aber ihr wart ja noch nicht wirklich in der Behandlung drin, dass der gelegen ist und schon verarztet wurde oder sowas. Das habt ihr noch nicht gemacht, oder? Ja, dazu sind wir ganz... Angefahren sind sie schon, aber sie war noch nicht so, dass der gelegen ist am Boden und er wurde direkt schon verarztet. Weil was anderes, wenn du jetzt am Boden liegst, die verarztet dich gerade mit dem Koffer und einer kommt und schnappt den dir weg. Er lag am Boden, ich wollte gerade Enter-Muskel drücken, CPR zu machen, dann ist er hochgehoben. Wie gesagt, also wie gesagt, wir haben ja das Karussell schon angeschmissen. Dann rennt, weißt du, Trilzi, dann rennt bitte weiter, das machen, okay? Aber wenn du nächstes Mal vor uns ablegst, dann lass... Sag mal so, es wäre halt nett, vor allem wenn man den Leuten so ein bisschen auch das überlässt, weil die haben ja was zu tun, die wollen ja was zu tun haben auch. Ja, richtig. Dann sollen wir das nicht nehmen, die müssen ja auch anfangen und das machen. Und dann machen wir es nächstes Mal einfach besser, dann hat sich die Sache. Dann haben wir uns alle lieb und dann passt es. Passt. Jawohl. Wunderbar. Ist das für uns alle okay? Jawohl. Damit können wir leben. Gut. Perfekt. 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 Ciao. Okay. Gut hier. Das ist halt eine Kleinigkeit. Mein Gott. Passiert halt, ne? Passiert. Also da jetzt, da würde ich zum Beispiel keinen Klassenbuch-Eintrag oder so schreiben, das war jetzt nichts gegen das Regelwerk oder so. Mein Gott. Machen wir es nächstes Mal halt besser und dann hat sich das, da kommt es halt nicht mal vor und supi. So, ähm, bleiben wir dann mal zu meinem Einsteigen stecken, da fahre ich mal an. Jetzt geht das mal vor. Ich muss raus, draußen, was? Ich muss raus. Achso, draußen. Ich konnte lesen. Oh, schau, was da los ist. Uh, die Luchter. Oh, ist halt der Wahnsinn. Das sind meine Jungs. Neben Gokert unterwegs. Ja. Schön mit dem Gokert. So muss das. Das sind meine Jungs. Das waren die von vorhin, ne? Ich bin, ich bin nicht, äh, hingefahren, gegen den, äh, zuzugucken, gegen den Raub. Irgendwas anderes zu tun. Ja, die haben gerade den Jubel gemacht, damit hätte ich gerne gesehen, aber mein Gott. So, ist denn der jetzt hin, ist mich ja extra angefangen, der ist nicht da, ne? Das liebe ich, ja. Ich bin schon, äh, bleib, wenn er das hier schon hinbekommt, ist, hat er nochmal ein Ticket geschrieben, glaube ich. Hier ist er denn, ähm, Rot 4k. R-O-D 4k. Ja, mein Gott. Justin Trides. Bolli Raven. Gut, also, der wird sich jetzt wahrscheinlich nicht mehr melden, der zumal, ich glaube, der ist schon in den Mucco, vielleicht in den falschen Schüssel gelegt, oder so. Kann das Fertransport mal keine Lieferung abholen? Nein, 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 da fahr mal hin. Ah, da weiß ich schon, was da los ist. Ja, der Standard. Das Standardproblem, da fahr ich jetzt aber nicht alles hin. da werde ich mich mal hier absetzen. Der Funkspruch, das ist mein Lieblingsfunkspruch. Die Leute, die nicht unterschreiben am Ende, wenn man sich dann fragen, warum ist denn das hier so? Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Du kriegst das nicht zu, oder was? Ne, das war ja schon zu. Ich habe das wieder aufgemacht, aber ich kriege diese Option nicht, dass ich es abholen soll. Du musst hingehen und das dann dort abholen, eigentlich. an dem Punkt. Ich bin ja in diesem Punkt, aber ich kriege hier gar nichts angezeigt. Ich hatte das vorhin einmal gehabt. Komm mal hier hin. Hier ist kein Punkt für dich? Nein, hier ist kein Punkt für mich. Da, wo mein Fahrzeug steht, da ist dieser Punkt. Aber da kriege ich keine Option, da was zu machen. Also steig nochmal ein, ins Fahrzeug. Oh, Moment. Das ist ja weird, wenn das nicht klappt. Du siehst hier noch immer einen Kreisel, oder? Ja, den sehe ich, aber ich kriege hier nichts angezeigt. Äh, drück mal E. Uptah. Mhm. Das heißt, kann es sein, dass der Kreisel weit oben ist oder weit unten? Der ist unten auf dem Boden. Auf dem Boden, okay. Kannst du mir genau zeigen, wo dieser Kreisel ist, dass ich mich dort auch hinstellen kann? Fahrzeug oder mit zu Fuß? Am besten zu Fuß, dass ich mich genau dorthin positionieren kann. Genau die Koordinate habe, da kann ich das nachgucken. Das ist immer auch neu, ne? Jetzt haben wir eine Frage. Hast du beim letzten Abholpunkt unterschrieben? Ich hatte ja noch nicht mal die Option gehabt, irgendwas zu unterschreiben. Da weiß ich gar nichts. Hast du den Job jetzt gerade zum ersten Mal? Ja, freilich. Okay. Äh, gut. Das ist jetzt komisch. Hier ist nicht. Genau, hier ist der Punkt. Genau. Den ersten hatte ich an Casino gehabt, da hatte ich die Option gehabt, aber da lief dann irgendwie nichts. Dann bin ich wieder zurückgefahren, hab dann den Job abgebrochen, hab es dann nochmal gemacht und seitdem kriege ich irgendwie nichts angezeigt mehr. Wie meinst du, da lief dann irgendwie nichts am Casino? Ich stand am Casino und dann stand da den Airmuskel drücken, den habe ich gedrückt und da ist aber dann nichts passiert. Nee, du musst dann, es funktioniert irgendwie so, du musst nicht ausladen aus dem Transporter, du musst erstmal reingehen ins Casino. Ja. Das musst du suchen, den Ort, dort dann aufsammeln und dann zurück zum Transporter. Ja, da war bei mir irgendwas da, der Typ, der Casino-Besitzer da, der ist dann, also der NPC ist dann ein bisschen stinkig geworden, hat mich geschlagen, ich habe zurückgeschlagen und dann war irgendwie das auch beendet. Nee, aber der hat nichts mit dem Job zu tun. Ach so. Aber wie gesagt, ich habe ja dann den Job abgebrochen, habe dann in unsere Zivilkleidung, bin dann nochmal reingegangen und seitdem kriege ich jetzt hier nichts mehr angezeigt. Ja, dann sag ich dir, wo das Problem ist, weil du hast den, hast du den Transporter zurückgebracht und eingeparkt? Ja, habe ich. Okay. Da gestanden keine Lieferung. Ich glaube, damit hast du was kaputt gemacht, weil eigentlich musst du das so machen, du musst nämlich, den Transporter nehmen, musst dann zum Ort hinfahren und das funktioniert so, hinten gehen ja die Türen auf, du denkst aber dann, du musst hinten was rausholen. Ist aber so, zum Beispiel im Casino musst du reingehen, ins Casino rein und dort ist dann ein Punkt, wo du abholen kannst, im Casino drin. Und von dem Punkt, also du musst immer von dem Punkt irgendwo reingehen, sonst hier wäre zum Beispiel hier vorne dann so ein Kreisel gewesen und dann hättest du hingehen müssen bis zum Fahrzeug und wenn du deine letzte Tasche hast, musst du nochmal reingehen, unterschreiben, nochmal zurückgehen und dann kannst du weiterfahren. Und wenn du was falsch machst, kann sein, dass irgendwas durcheinander kommen und dann funktioniert es nicht mehr. Oh, okay, also sollte ich dann mal mit schlafen legen, oder was? Genau, du gehst am besten schlafen, aber am besten du bringst das Ding zurück, gehst dann dort schlafen in der Firma, gehst dann dort nochmal neu rein und dann soll es funktionieren. Und dann machst du das auch so, dass du genau dorthin gehst, zu dem Punkt und den musst du halt suchen, dem Punkt, wir sind gleich in der Nähe, meistens im Interieur oder halt hier draußen direkt davor, in der Front, das siehst du dann direkt und dann geht der Job auch. Okay, gut, dann wenn ich das versuchen kann, falls was sein sollte, melde ich mich nochmal und ganz sehr zwischen Dank. Jawohl, bitte, kein Problem. Merci, tschüssi. Ciao. Das größte Problem an diesen Scripts ist teilweise, wenn du was falsch machst und dann machst du den Job nochmal, dann hängt es dir irgendwann auf. Weil die meisten Scripts sind nämlich dafür gedacht. Die sind so geschrieben, es ist schlecht geschrieben, aber es ist so ein uraltes Script, wir müssten das mal echt austauschen. Das ist eines der ältesten Scripts, die wir drauf haben, glaube ich. Äh, Wertransportfahrer, ähm, der Postjob und die machen dementsprechend auch Probleme, wenn du ihn falsch machst. Wenn du ihn falsch machst, eine Sache, funktioniert er nicht mehr, musst du einmal re-longen. Wenn du es richtig machst, alles, alles easy peasy, funktioniert super. Aber das mit dem re-longen ist halt dann kacke. Aber den muss ich so neu schreiben, den Job hier, komplett. Weil mich, mich triggert das, wenn du die Taschen, äh, abgibst, bitte wie die, die Einlage hast und nicht direkt dein Geld bekommst, oder musst du erst mal die Karre zurückbringen und der Stank kriegst du dein Geld. Wird auch kacke. Also da ist noch ein bisschen was zum Wörkeln, glaube ich. Noachili, Fiat Multipler, das Auto bettelt schon, töte mich. Grüß an die scharfe Schote, ja, Grüß geht raus an Noachili, an die scharfe Schote. So, der Lord, danke für den Euren, der Lord. Bonbon Bizeps. Hallo, Xero, ich komme in den nächsten Wochen, äh, ich bekomme in den nächsten Wochen einen PC-Arten. Herzlichen Glückwunsch, eine ist der beste Sache, die du machen kannst, den PC holen. Der junge Bauer, YouTube, danke für 2 Euro. Guten Abend, da ist das Team, danke schön. Äh, was tuxen so noch mit 1,07 Euro und der Lord? Weiß nicht, was ich schreiben soll. Kann man auch nix schreiben, ne? Das, man muss ja nicht, ne? Offroad. Ich darf ja. Huhuhuhu. Ich darf ja, ich bin ja, ich bin ja Admin und Juti. Ist das nicht schön, dass ich das darf? So, ähm, Käpt'n Spock hätte wieder ne Käse Sanitate. Dankeschön. Der Lord, danke für das Südbeeren. Dann Paul 1,07. War ein Antrag, alles gut nachträglich, kennst du mich noch. Fool. Fool. Wir brauchen Hilfe. Was steht hier? Finden eine bewusstlose Person nicht. Ich habe gerade die Nationalbank ausgeraubt und ein Kollege von uns, der, die Helfte hat es rausgeflogen, wurde er jetzt gebannt oder was ist mit dem passiert? Oder wird jetzt, was ist mit dem passiert? Warum soll der gebannt worden sein? Mal gucken, hat der einen Bann bekommen? Hat der wer? Nö, da hat keiner einen Bann bekommen. Nö. Nö, nö, hier hat niemand einen Bann bekommen. Schauen wir mal. Nö, da hat keiner einen Bann bekommen. Was ist das für eine Frage, ob er einen Bann bekommen hat, wenn er rausgeflogen ist? Das ist wahrscheinlich das Internet abgeratzt. Um 18.18 wurde jemand gebannt, aber das ist aber nicht jetzt. Ach, schau, was hat denn der denn gemacht? Fall of Shame, was hat der denn gemacht? Meta, ja super. Wir haben Metagaming gebannt um 18.18. Gut, ich schau mal hin. Sir Raylan, könnte ich aber auch nochmal gucken. Finden eine bewusstlose Person nicht, wobei ich glaube, ist das schon jemand? Jetzt lass ich mal mal die Karre weg. Hallo. 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 Wir haben einen Dispatch bekommen von einer bewusstlosen Person, die sollte hier liegen im Wasser. Also genau hier, wo wir jetzt stehen. das liegt keiner, das liegt keiner, ne? Hier liegt es leider. Ich habe auch schon mit Slash-Hilfe probiert. Das ist auch weiter und breit keiner. Seid nur ihr da. Also der ist höchstwahrscheinlich rausgegangen. Okay. Ich schau mal gleich nach, wer das war. Warte, brauchst du die ID noch? ID? Ja, bitte. 739. 739, ich schau. Und Telefonnummer kann ich auch ansagen, wenn du brauchst. Ne, ne, nur 739 reicht mir. Ich schau schnell. Alles klar. So, schau mal gleich mal, was da passiert ist. In der Lok. Lok, 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 lok. Und zwar hat derjenige, ich muss in die obere Lok gucken. Connected, so. Oder ne, äh, ich muss in die Tote gucken. Hier. Der war das. Okay. Mhm. Der ist hier gestorben. Das sehe ich hier auch gerade, dass der hier gereckt ist. Dann schauen wir gleich mal nach, wann ist der disconnected und warum ist er disconnected? Oder ist er überhaupt disconnected? Das ist die andere Frage. Oh. Exiting. Der ist einfach disconnected. Äh, anscheinend. Heute 22 Uhr. 22, 22 Uhr 23. 23. Der ist hier in einem Fahrzeug gestorben. Um 18 Uhr hat er sich ausgeloggt und er ist mit Absicht geexitet. Perfekt. Jawohl, der ist mit Absicht rausgegangen. Na, moin. Mhm. Haben wir gelieft. Gut. Ja. Dann schreibe ich mir auf. Mach ich. Jo. Alles klar. Dankeschön. Bitte. Ciao. Ciao. Ja, fragen wir gleich mal, was da los ist. Wir werden mal anschreiben, was da los ist im Discord. So. Der hat ja schon ein Ticket aufgemacht. Mal gucken. Da hat noch kein Ticket aufgemacht. Kein Ticket aufgemacht. Nee. Dann schreibe ich ihn mal an und frage mal, der soll mal ein Ticket aufmachen. Wut, das geht nicht, dass man einfach disconnectet, wenn man da totliegt. Das ist nämlich Combat Lock und ist nicht so geil. Und wir können genau sehen, wenn jemand disconnectet, mit Absicht. Oder nicht. So. So, das haben wir auch erledigt. Gut. Gut. Dann Badkiller, da gehe ich nochmal hin. Näch. Ja. Hallo. Den kriege auch viele neu. Hallo. Hat sich das schon geklärt? Nee, tatsächlich nicht. Oh, okay. Was ist denn passiert? Ich bin ja vorhin mit dem Dominic De Nero in dem Evo abgehauen und dann ist wohl sein Computer abgestürzt oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Und der ist bisher nicht da gewesen und der hatte einen Großteil der Beute, die Hälfte. War das direkt beim Raub, wo er gefahren ist? Genau. Wir sind losgefahren, sahen dann unten beim Filmpark in der Nähe und da hat es den dann rausgeschmissen. Ich schaue schnell. Irgendwann ist wieder da. Dominic. 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 Gerade einfach nur nicht mehr. Der ist jetzt weg, da bin ich auch ehrlich, den könnt ihr ihm abziehen. Ne, ne, hat der auch ein Kennzeichen oder irgendwas? Hast du für was für mich? Irgendeine Info? Ähm, ne, leider gerade nicht. Ich hab gerade seinen Steam-Namen hast du nicht, ne? Ne. Gut, dann muss ich jetzt in die Daten mal gucken, Dominik Di Nero. Sonst, seine Telefonnummer hätte ich. Hilft die? Ja, ja, Telefonnummer hilft. Okay, ja, einen Augenblick. Also schau ich nach, was er gemacht hat, ob er wirklich gecrashed ist, ob er disconnected ist oder... Gleich nachgucken. Das ist die 800. Mhm. 11. 9. 9. 9. Okay. Ich schau schnell nach. Okay. So, da la. Da gucken wir auch mal rein, ob das der Typ ist und was der gemacht hat, ob er disconnected ist oder nicht. Ach, wobei, ich kann das ja hier direkt nachgucken. Ich voll trottel. 111.950. Das ist der Sender. Wo ist er denn? Ah, hier. Ach, das sehe ich hier gar nicht. Das muss ich in die Datenbank tatsächlich eingeben. Ja, jetzt muss ich in die Datenbank eingeben, sonst klappt das nicht. Ab in die Datenbank. Ab in die Daten, Datenbank. Schub, schub, schubididup. Das ist auch wichtig, um das zu klären, nicht, dass wir einfach rausleftet werden, um die Beute zu sichern. Da musst du echt aufpassen bei sowas. Es gibt nämlich Leute, die machen das. Muss nicht sein, kann aber. Und wir kontrollieren halt das lieber. Doppel- und dreifach. So. Ah, da habe ich ihn schon. So. Da habe ich schon seine ID. Und dann checkt man das mal ab, was er gemacht hat. Ob er gelieft ist oder ob er gecrashed ist. Mhm. War das gegen 22.13 Uhr? Kann ich ehrlich gesagt gerade nicht sagen. Aber es kommt ungefähr hin von einem Schlund. Ja. Es kommt ungefähr hin. Ja, doch. Das sieht, da hat er ein Timeout gehabt. Das war heute 16.56. Disconnected steht nur. Er hat aber öfters ein Timeout schon gehabt. Ne, also da ist er. Has left the server, we isn't disconnected. Das ist ein normales Disconnect. Also das ist nichts, wo du rausgecrashed bist oder so weiter. Mhm. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist pretty bad, wenn man sowas macht. Ne, Exiting hast du Exiting. Das ist ja okay. Reason Exiting. Ich frage mich nur, was Disconnected ist. Das muss ich mal gucken. Schauen wir mal. Was das hier bedeutet. Das ist nicht真 klvens flew. Ich war schreck. Ich war schreck. Bum. Der Boden. Ich war schrecklich. Schreck. Ok, ne. Muss ich mir das später genauer angucken, aber ich weiß nicht ob das mit Absicht war oder nicht. Gut, ich habe es mal angeguckt, ich schaue es mir nochmal später an. Ok. Jawoll. Ich habe noch eine andere Frage. Ja. Sowas wie Entbannungsanträge geht es ja nicht, ne? Entbannungsanträge? Ja. Und ich vermute, dass er gebannt ist? Tatsächlich ja, weil es ist ja irgendwie irgendwo RP-Flucht. Also es geht jetzt nicht um ihn, sondern um den anderen Kollegen von ihm. Ne, also ich sage es so, wenn wer Flucht begeht, notieren wir uns das. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt wirklich RP-Flucht war. Das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Das weiß ich auch nicht. Das schaue ich mir jetzt nochmal genauer an und später. Es scheint aber fast so zu sein. Aber ich schaue da nochmal. Ja, wir wollten das jetzt halt nur ablehren. Nicht, dass er einfach dann nachher morgen oder so wieder einfach hier wieder auf dem Server kommt. Ich teste das mal. Ich teste das mal, ob ich das so hinbekommen. Wenn ich dieselbe Message bekomme. Ich weiß nicht, welche Message man bekommt, wenn man ein Exit macht. Vorher nicht zum Beispiel wäre K.O. gewesen. Das ist Disconnected. Das habe ich gesehen. Bei ihm ist so, da steht nicht Exit, sondern Disconnected und das ist ein bisschen anders. Das checke ich jetzt mal ab, ob das so funktioniert. Wenn ja, dann hat er RP-Flucht begangen. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich schaue es mir nochmal an. Okay. Aber ich bin mal kurz weg. Jo. Jo. Das hier oben, ne? Mit Disconnecten. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, Disconnected. So. Jetzt bin ich Disconnected, gell? Passt auf. Ich quitt hier jetzt mal raus. Und jetzt schaue ich, ob bei mir auch Disconnected steht. Wenn ja, dann hat er RP-Flucht massiv begangen. Weil das dann Disconnected kommt, dann musst du wirklich da drauf klicken. Schau mal, was bei mir steht in der Log, wenn ich jetzt hier Disconnected drücke. Aber ich glaube fast, dass das dasselbe dann ist, ne? Ja. Disconnected. Er hat RP-Flucht begangen. Damals. Genau, dann kommt die. Es gibt nämlich nur eine Möglichkeit, entweder Exiting. Das ist, wenn du F8 drückst, rausgehst und Disconnected, wenn du hier drauf drückst. Das heißt, er ist mit Absicht auf diesen Button draufgegangen. Weil wenn du crasht oder dein Internet abfetzt, ne? Dann kommt ein anderer Ero. Dann kommt nicht einfach Disconnected. Also da haben wir den nächsten, der heute wieder RP-Flucht begangen hat. Aber das auf eine andere Art und Weise, die noch schlimmer ist. That's not good. Das ist pretty bad gerade für ihn. Das ist dann wirklich, das ist wirklich massiv. Also wenn der sagt, dass er nicht Disconnected ist, weiß ich auch nicht. Dann esse ich wirklich noch live ein Besen. Also ich schau hier nochmal rein. So einfach geht's. Einfach ausprobieren und testen. Einfach ausprobieren, testen und los geht's. So. So ein Schlinge aber auch, ne? Aber ich hab das noch nie gesehen, dass da Disconnected stand. Deshalb steht sonst immer Exited. 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 Exited the game. So. Exited the game, genau. So. Mal rein. Geh nochmal rein in den Server, dann schau ich mir das nochmal genauer an. Aber das ist schon hart an der Grenze, was man da macht. Weil der hat ja auch noch drauf gedrückt. Der hat nicht quitt oder alt F4 oder so. Das hat der wirklich da drauf gedrückt. Das geht ja gar nicht anders. So. Ne, anders geht's ja nicht, ne? In dem Fall war das jetzt hier der, also dann. Ich nenne keine Namen. Ich nenne keine Namen. Ich nenne keine Namen. So. Ah, da ist er. Ah, den mal anschreiben. Was ist da los ist? 22.13 war das, ne? Ja. So. So. 20.13 war das, ne? Ja. So. Ich frage ihn einfach mal. Ich schreibe ihn mal an. Neue Erwähnung bekommen. Ah, schau mal. Habe ich schon eine Nachricht bekommen. Die haben nämlich gesucht und er ist einfach geläftet. Aber sowas von heftig. Krass, krass. Aber dass die das noch, also ich finde es halt stark, dass die das so reportet haben an mich. Weil es ist auch nicht alle Tage, dass die eigenen Jungs, mit denen die gerade einen Überfall gemacht haben, dass du reporten, dass wir RP-Flucht begeht. Das hast du auch nicht alle Tage. Aber es ist halt, ne, man muss auch bedenken, es kommen Leute drauf, die... Hallo. Bin wieder da. Also, ich habe es dann nochmal getestet. Er hat auf jeden Fall selber gelieft. Er ist auf Disconnect gegangen. Da musst du wirklich auf Escape gehen und Disconnecten. Dann geht es uns gar nicht anders. Okay. Also, da müssen wir überlegen, weil das war ja ein Raub. Er hat es ja mit Absicht begangen. Wir müssen mal schauen, was er da machen. Ähm, ich möchte ja jetzt nicht geiern oder so, ne. Ähm, was ist dann dann jetzt mit seiner Hälfte? Sie dann jetzt weg? Oder... Die ist weg, aus dem Grund, weil ich jetzt gerade mitbekommen habe, dass die den gesucht haben. Und der anscheinend irgendwie... War das in den Filmstudios? Das war in den Filmstudios, ja. Genau. Da war der auf einmal weg. Genau, da war der weg, weil die Polizei wusste, dass er dort ist. Hat den dort verfolgt und hat den dort nicht aufgefunden. Die haben den dort gesucht. Ich habe gerade ein Ticket bekommen darüber. Okay. Und, ähm, mir hat jetzt einer geschrieben, dass es jetzt irgendwie Sinn ergibt, dass die den nicht gefunden haben. Aus dem Grund ist das alles weg, was der dabei hatte. Und, ähm, mal schauen, ob er sich noch meldet. Und dann schauen wir, ob wir das klären können. Aber es... Also, da kann er sich an sich nicht rausreden. Mit der RP-Flucht. Das ist offensichtlich, weil das... Das Disconnecten, das musst du selber machen. Weil wenn du einen Gamecrash hast oder dein Internet abspackt, kriegst du was anderes als die Meldung. Okay. Ja, weil es hat für mich gewundert, ne? Ich bin da am Fahren, auf einmal steht er oben auf meinem Auto, war weg. Mhm. Und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Weder im Funk noch am Telefon oder sonst so. Ist aber gut, dass ihr das reportet habt direkt. Das kriegt man auch nicht alle Tage so mit, dass das jemand macht, so zusammen. Weil ihr habt das jetzt gemeinsam gemacht und ihr reportet das, ne? Ja, weil es geht uns ja auch was an. Nicht, dass wir dann da als Mittäter beschuldigt werden oder sowas. Ja, natürlich, ja. Und dann halt noch wegen dem Anteil, ne? Nicht, dass er dann einfach nachher oder so wieder kommt und uns die Kacke dann da unterschiebt. Naja, natürlich. Auf sowas habe ich dann keine Lust. Aber ich vorhin das dann, schreibe ich ihn mal an. Das war um 22.13 Uhr, habe ich vorhin gesagt, gell? Genau. Ja, da ist ja immer irgendwas mit Chris oder so. Chris irgendwas. Das können wir mal gucken. Jawohl. Gut. Yo, sorry, dass wir dich deswegen aus dem AP geholt haben. Nö, ich war nicht im AP. Ich bin heute da, um zu gucken, was die Leute machen. Ich bin heute eigentlich genau deshalb hier. Achso. Und die Frage mit dem Entbannungsanträgen, die war jetzt nicht auf den Kollegen bezogen, sondern auf den Kollegen. Entbannungsanträgen haben wir gar nicht, weil wir haben unser Listensystem, da gehen wir von unten nach unten. Bei ganz schweren Fällen gibt es da einen Perma-Ausschluss wie Hacken oder sowas. Ist ja bei uns ein Permabann oder wenn man wirklich, wirklich was richtig krasses, egal was anstellt. Und sonst haben wir so ein Punktesystem. Das steht eben vor rum und es gibt eigentlich keine Entbannungsanträge bei uns. Achso, bei der Kollege. Man muss schon viel Scheiße bauen, dass man hier per Mal gebannt wird. Achso, ja, okay. Bei der Kollege, also das ist jetzt schon ein bisschen länger her, der wollte bei einem Gewährenraum, wollte er gerade eine Geise nehmen und dann haben ihn die Bullen festgehalten und dann hat er nicht das mitbekommen, dass sie gesagt haben, er hat Kabelbinder an. Und dann ist er weggegangen, also wollte er sich gerade einen Krankenwagen nehmen und dann hat er, glaube ich, eine Verwarnung gekriegt und dann ging das um die Beiträge und irgendwann hat er einen Perma gekriegt. Wir hatten einen, der hat die ganze Zeit Krankenwagen geklaut und das permanent, also der hat es wiederholt gemacht. Der hat nicht nur einmal Krankenwagen geklaut, sondern öfters und hat dann auch nicht den Anweisungen befolgt, hat dann RP-Flucht begangen und dann mal gesagt, das benützt sich nichts. Also wenn wir merken, dass jemand wiederholt, dasselbe macht, dann weißt du, dass dir nicht belehrbar ist und dann wird er per Mal gebannt. Und du immer wieder dasselbe machst, obwohl du weißt, das darfst du nicht. Das hundert mich halt nur, weil er hat mir dann auch Vorzeit geschrieben, jo, ich bin per Mal gebannt. Hat der Typ jetzt gerade vorne gelieft ist? Nein, 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 das ist schon das längere, es ist was längere. Achso. Deswegen wollte ich fragen, ob man da irgendwie was wegen Entbannung hat. Also wir haben keine Entbannungsanträge, haben wir gar nicht. Weil wir so denken, warum sollen wir Leute entbannen, die bei uns scheiße gebaut haben, weißt du? Mhm, logisch. Weil es gibt genug Leute, die keine Scheiße bauen und hier spielen wollen. Da habe ich lieber den Platz für die frei, als wenn ich Leute wieder drauflasse, die bei uns schon scheiße gebaut haben. Ist halt so. Das war sowas wert. Jo. Genau. Und eine Frage hätte ich denn da jetzt noch. Muss ich einen Besuch jetzt von Homeland erwarten, wegen der Flucht oder sowas? Nö. Weil ja nicht eure Schuld, war ja die Schuld von dem Typen. Nein, wegen einer anderen Sache. Und zwar sind die Cops mehrmals in mich reingefahren, außer sehen in der Kurve. Und das war ein bisschen sehr viel Blechkontakt, deswegen. Aus Versehen ist kein Problem, passiert ab und zu. Man kann man auch nicht ganz verhindern, weil manchmal hat man D-Sync. Mir ist es gestern passiert, ich bin drei Meter neben mir und vorbeigefahren und anscheinend habe ich ihn überfahren. Okay. Als Beispiel. Und ich sage so, Blechkontakt passiert, auch in der Verfolgung. Vor allem, wenn du in der Stadt fährst, fliegen die Kurven und öfters abbremst, da kannst du eigentlich nicht viel dafür. Weil sonst müssten die Cops 50 Meter hinter dir oder 100 Meter und dann verlieren sie dich. An sich ist aber das so, dass wir dazu geschrieben haben, so wenig wie möglich Blechkontakt. Und meistens ist es so, dass sich die Cops dann auch entschuldigen, wenn sie reinfahren und sagen sie, Entschuldigung wollte ich nicht oder so. Dann weiß man auch, dass es nicht beabsichtigt war oder so. Da muss man halt schauen. Aber an sich ist bei uns, so wenig Blechkontakte möglich, eine saubere Fahrt hinlegen und dann passt das. Aber man kann es halt nie ausschließen, dass prima wer reinfährt. Klar, das passiert einfach. Das ist logisch. Das kann man nie ganz verhindern. Nur das war halt ein bisschen sehr heftig, die sind alle drei nicht rein, deswegen. Inwiefern alle drei nicht rein? Alle drei volle Kanne in die Seite. Hast du davon einen Clip? Leider nicht, nein. Du musst fragen, ob davon vielleicht irgendwer, also wenn du das reportest, dann könnte vielleicht jemand, der bei der H5 gesagt dabei war, einen Clip zusenden. Weil ich sag mal, die ganzen Cops haben Bodycam-Aufnahmen im Lauf und dann kann man sich das anschauen. Aber ich sag so, meistens ist es halt echt nicht beabsichtigt oder wenn sie sich halt einbauen wollen, zu dritt, da machen die das eigentlich eher langsam und rasen das nicht komplett auf dich zu. Aber, ja. Kommt auch immer auf die Situation drauf an, was gerade passiert. Wenn du jetzt auf der Autobahn stehst, glaube ich, nicht oder mit 180 Sachen fährst, dann passiert das, glaube ich, nicht eher, wie wenn du jetzt mit 30, 60, 70 fährst in der Stadt. Ich bin halt so einer, ich stehe dazu, wenn ich Scheiße gebaut habe, sag ich auch ihm was Bescheid, sag ich ihm Bescheid, bevor ich da irgendwen erwarte oder so. Oder mich erwartet, eher gesagt. Okay, gut. Aber das fährst du dann so von unserer Seite aus. Jawohl. Alles klar, schönen Abend noch. Viel Erfolg. Alles klar, noch was. Ciao. 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 Gut, alles auch gemacht. Oh, mal meldet er sich vielleicht eben von selber. Okay. So. Du musst mal gucken jetzt, dass der auch ein Ticket aufmacht. Ich muss den Chat schreiben. So, den habe ich auch noch. Okay. So, habe ich das auch erledigt. Perfekt. Gut. Dann ist das erledigt, das erledigt, dies, das, ananas. Perfekt. Such mal den Wohnwagen. Den werde ich nie mehr finden, Leute. Der ist für immer weg. Der bleibt für immer verschollen. Na, das könnt ihr mir glauben, dass ich den nie mehr wieder finde. Der bleibt weg. So. Meta-Einsatz. Warum Meta-Einsatz? Auto fliegt wild herum, aber da wollte ich hin. Also, ich sehe ja kein wild rumfliegendes Auto. Seht ihr hier ein wild rumfliegendes Auto? Ja. Wobei, kann sein, dass schon wer da war und sich das angeguckt hat. Das kann sein. Ja, ja. Kann ich mir sagen, dass wir auf dem KI-Auto mal hochgegangen sind? Hallo? Thema. Thema. Ah, das ist richtig gut. Ist das das wild rumfliegende Auto gewesen? Oder? Ja, das war mein Auto vom Hauptplatz. Ne, ich habe irgendwo einen Report bekommen, wild rumfliegendes Auto. Ne, ne, ne. Ich habe aber vorhin auch eingestellt. Du hast doch den LKW am Hauptplatz weggemacht. Ja, ja. Ich war mit dem Auto da drunter, bin dann 20 Meter geflogen. Uff. Und jetzt sieht das noch relativ gut aus. Ich hatte vorhin, sah das viel, viel, viel schlimmer aus. Okay. Kommt drauf. Sag mal, hast du das Auto, das fliegende Auto, das wild herumfliegt, gefixt? Ne, sehe ich gerade nicht. Ich nehme ihn auch nicht, ich bin gerade hin und habe es nicht gesehen. Achso, ähm, Dingens, der ist da, gell? Ja. Der Typ, wo du markiert hast. Ah, wo ist er denn? Online. Okay, schau mal. Wie heißt der hier? So wie hier. Achso. Wo du markiert hast. Hallo, 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 hallo. Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Hallo? War eine Frage? Ja. War einer von euch heute beteiligt bei einem Raub? Äh, ja, der hinten sitzt. Fahr mal ganz kurz rechts ran, bitte. Ja. Ja, genau. Du bist ja, äh, du warst ja, äh, an dem Raub beteiligt, wo dann, bei dein Filmstudio ist, hast du dann weg, ne? Ne, ich bin, äh, ausgestiegen. Ich höre dich ganz schlecht. Äh, entschuldige, äh, ich war bei den, äh, bin ausgestiegen. Ja, aber du warst dann dort weg. Ne, ich bin eigentlich nur dann so lang, wenn wir da kurz hin, dann kann ich dir das zeigen. Okay, warte. Ich, ich, ich kann, warte mal, ich, äh, check das nur schnell ab. Äh, achso, willst du zu den Filmstudios ganz schnell? Ja, da wo du, wo ich, äh, wirklich war. Also kurz davor war ich ja irgendwo. Wenn, äh, ach, wo war ich denn jetzt? Warte mal. Oh Mann, ey, äh, wo sind die Filmstudios? Die sind da. Du wurdest ja verfolgt, oder? Ja, ich wurde verfolgt, ich wurde auch festgenommen. Du wirst festgenommen? Ja, ich wurde auch festgenommen. Ne, ich such, ich such jemanden, der wurde nicht festgenommen. Äh, darf ich mal ganz kurz... Äh, dann finde ich das nicht. Ja? Darf ich mal ganz kurz kurz? Äh, es geht dann wohl um den Herrn Muller. Warte, ich bin überhaupt komplett bescheuert oder ich weiß auch nicht. Also, der Herr hier, den haben wir gerade aus dem PD abgeholt. Ja, das ist auf jeden Fall so richtig. Okay. Der Herr Muller, äh, hatte mich vorhin angerufen. Der war, wenn ich... Äh, was hast du für eine Telefonnummer? Äh, ich? Ne, ne. Äh, er vorhin. Äh, 11, 09, 0. Also, 800, 11, 09, 0. Warte, das muss ich nochmal abchecken. Geh ich nochmal da. 800, 11, 09, 0. Genau. Hab ich jetzt einen falschen? Das war doch der Typ, wo sie gesagt haben, den haben sie ja nicht mehr gesehen. Das war doch der Typ, oder? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Tatsächlich hab ich ihn mir aufgeschrieben vorhin. Ne, das war der. Ich bin doch nicht blöd. Ne, weil die anderen, die haben dich da irgendwie angefunkt. Dann hast du keine Nachricht mehr hinterlassen bei denen. Meine Kollegen jetzt, oder? Also, die, die beim... Jaja, mit denen du das... Du hast ja das mit drei anderen gemacht, oder? Jaja, das ist ja richtig. Ja, und da hast du... Da haben die keine Antwort mehr bekommen, weil du auf einmal weg warst. Naja, weil ich halt festgenommen war und deswegen. Das Funkgerät abgenommen und fertig. Du wirst festgenommen, warte, dann checke ich das mit mir ab. Kann der auch zeigen, wo, deswegen. Ja, warte. Ich bin über die eine Brücke, da wo du gesagt hast... Hast ja eh den Gerichtssaktor. Über die Brücke, der mal fahren kann. Ja, ja, warte. Ey, stopp, 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 stelle. Ja, warte. Wir halten uns da sowieso mal, oder? Ja, ne, ich check das so schnell ab, ja. Ja, lass das. Ich schau jetzt nochmal. Ich kann ja genau nachvollziehen, was er genau gemacht hat. Also, er meinte, er wurde festgenommen. Und die Cops meinen, er wurde nicht festgenommen. Ich frage jetzt sonst mal im... Warte, hier. Hallo? Darf ich kurz was... Seid ihr gerade im Schlaf? Ja, ich bin über die eine Brücke. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, sagst du? Oh, Sekunde. Aha. Hi. Hallo. Hi. Du sagst, das kann nicht sein, dass er festgenommen wurde, ne? Also, ich bin in der Nähe gewesen. Ja. Hops hat einen Eingang blockiert. Und noch irgendjemand. Pass auf, ich check jetzt schnell ab, wo er sich disconnected hat. Dann seh ich genau, wo er war, wo er disconnected ist. Dann weiß ich, ob er mich jetzt anlügt oder nicht. Genau. Ähm. So. Das war um, äh, 22.13 Uhr war das, ne? Pi, Pi mal Daumen genau. Ich hab's ja... Es muss das gewesen sein, weil es gibt nur den Disconnect hier. So, ich schau jetzt auf die Karte. Und wenn ich jetzt sehe, dass das genau im Filmstudio war, das war aber 80-40. Da weiß ich, dass er mich grad hart anlügt. 30-40. Wo hab ich... Deswegen hab ich einen Timestamp in meinem... Und 30-40 sind... Warte, ich check das nochmal ab. Ob das... Ob... Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mach. Es gibt nämlich einen Abschnitt, wo er disconnected sein muss. Mhm. Ich such grad da, BodyCamp Nationalbank. Also die Koordinaten, die du siehst, das sind nicht die? Das sind andere, falls du die grad suchst. Ne, ich seh gar keine. Ich guck bloß grad so urzeitmäßig. Okay. Da waren wir dort. Dann bin ich... Dann hab ich andere weitergesmoot, weil wir waren ja noch in der Verfolgung. Sollts ihm doch auf den Keks hin, ist mir relativ... Ja, aber ich such grad genau den Spot. Ich bin grad zu blöd dafür, wo das ist. Ja, aber er sollte aufpassen, was er sagt. Dann hab ich ihn festgenommen. Ja, ne, nicht wegen Gunther. Da kommt doch einmal ne Stimme aus dem Nichts. Ja, ne. Wie ich grad kommt. Ich find das... Hier ist das doch hier. 30-40. Das ist... Das könnte aber sogar schon... Okay, folgendes. Der ist, ähm... Das Jägerboa weggegangen ist. 30-40 ist... Klatschen, ähm... Ja, so hat Gunther, was halt jetzt fehlt, ne? Ach so. Ach nee, warte. Ich laber grad nen Scheiß. Warte. Ich laber grad komplett nen Scheiß. Äh... 80-40, ich vollidiot. 80-40... Frag... Frag ihn mal bitte, ob er ne Teufelmaske auf hatte. Du, es ist er. Ich hab's ja. Die haben's ja gesagt, dass er das war. Hm. Er war das auf jeden Fall. Ich guck grad auf meiner Bodycam und seh da jemanden laufen zu einem Mercedes. Mhm. Der ist nämlich irgendwie ausgestiegen. Irgendwo. Und deswegen ist jetzt die Frage. Also Disconnect hab ich gesehen. 22-13. Sag mal ne Frage? 22-18. Hast du ne Teufelsmaske auf? Nö. Nicht? Okay. Ganz kurz, Homelange. Ja? Der andere Herr, der dabei war, hat mich grade angerufen und der fragt, ob er... Komplett weiß angezogen mit ner Teufelmaske. Ob er was? Ob er auch hier hinkommen soll, mit ihnen sprechen. Mhm. Gerade nicht. Ich frag später. Ja gut, alles klar. Okay. Achso, ist... Ist ja... Wenn er nicht auf derselben Position ist, dann soll er nochmal herkommen. Ist ja super, ja. Äh, ich ruf ihn mal jemanden. Ja, bitte. Wo ist 8040? Ich such grad derzeit die Postleitzahl 8040. Wo die hinten ist. Keine Rolle bescheuert. Ah, hier. 8041. Das kann ich gucken. Also ich glaube eher was nicht, wenn die... Hier ist 8041. Ah, hier 8040 ist im Krankenhaus. Der muss im Krankenhaus disconnected sein. Dann... Könnte es auch sein, dass er wirklich weggekommen ist. Also im Krankenhaus war auch einer. Und der war im Behandlungszimmer. Und der war dann kurz weg gewesen. Meine Frage. Wo bist du disconnected? Äh, ich bin nur noch gequashed kurz im Pillbox. Okay. Ansonsten bin ich nirgendwo gequashed. Genau. Das stimmt. Warte. Jaja, das stimmt. Der ist um 22.13 Uhr disconnected am Pillbox. Also er war es nicht. Muss wer anders gewesen sein. Okay. Der ist hier um 80... Ne, 8040 ist Pillbox. Das habe ich hier auf der Karte. Also genau dort hat er gelieft. Also er kann unmöglich weg... Und er hat es mir auch gerade gesagt. Also der ist unschuldig. Er kann nichts dafür. Weil die anderen wollten ihn gerade in die heiße Pfanne hauen und haben gesagt, der ist disconnected danach. Weil sie es nicht mehr von ihm gehört haben. Mhm. Aber es passt ja alles an sich. Da ist ja nichts passiert. Gut. Dann ist es ja alles dann so legitim. Anscheinend ja. Welcher, der wo... Der wo du markiert hast. Mhm. Der andere, den habe ich auf alle Fälle den ersten, der disconnected ist. Das weiß ich. Mhm. Das war ja 22.13 Uhr und 22.18 Uhr ist er wieder online gekommen. Mhm. Genau. Das war ein Pillbox. Jetzt geht es um den anderen. Das war um... Am 80.40 Uhr das Pillbox. Das heißt, er kann nichts dafür. Das muss für anders gewesen sein. Er hat gesagt, einer weiß angezogen. Teufelsmaske. Mit Teufelsmaske. Genau. Aber ich sehe gerade, der ist aus dem Auto irgendwie ausgestiegen. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Der ist aus einer Seitengasse ganz knüsslich angelaufen gekommen. Denke mal. Und dann zu seinem weißen Mercedes hin, der so aussieht wie den, den du gerade dort bei dir am Stream hast. Okay. Und glaubst du, dass das... Aber die sind nicht disconnected oder wie? Die sind nicht disconnected, ne. Achso. Und um was ging es dann? Ne, das ist, ähm... Es war jetzt die Wahrscheinlichkeit hoch, weil wir hatten das Gelände komplett umzingelt. Du meinst, dass das der Typ war, der da geflüchtet ist von euch? Genau. Er könnte jetzt sein, dass er erst geflüchtet ist. Dann ist er ja vollständig weggekommen. Er war es ja auch. Er war es ja auch. Weil ich die Information habe, dass er einen Raub gemacht hat von denen. Die haben sich ja... Die sind ja zu mir gekommen und haben das gefragt. Hallo. So, hallo. Ich hätte es nochmal nachgeschaut. Da passt alles. Er ist im Pillbox. Disconnected. Ja. Ich war gerade wegen dem anderen. Und, äh... Anscheinend passt das so. Dann ist er auch vollkommen... Aber ich frage mich halt, warum ihr dann keinen Kontakt mehr aufbauen konntet. Weil er dachte, du wärst jetzt schon komplett weg. Ne, ne. Äh... Wie gesagt, ich wurde da hinten halt festgenommen. Ich wollte kurz versuchen. Ja. Und dann kann ich ja... Mit Handstellen kann ich ja nicht mehr funken. Ich... Ah, ok. Aber von wem wurdest du festgenommen? Weißt du das noch? Äh, von... Von einem Rookie und... Und, äh... Oh, Mann. Ähm... Malzeit. Das hab ich jetzt auch so nicht gefragt. Äh... Also laut, äh... Dürf ich mal kurz eine Zwischenfrage stellen? Warte. Ganz kurz mal. Macht jetzt... Macht jetzt aber... Und James war das? Ok. Ihr macht jetzt den... Ne, aber weißt du... Ich bekomm reported hier von zwei Seiten. Einmal von der Polizei. Sie hat alles umstellt gehabt dort bei den Kinos. Hat... Also bei diesen Filmstudios hat... Hat den Täter nicht gefunden. Und... Dann nochmal der andere, der mir gesagt hat, er... Hat den nicht mehr gehört. Und nix mehr. Und dachte dann so... Disconnected so direkt. Dann seh ich in die Lok A disconnected. In der Uhrzeit. Das hab ich nochmal geguckt. Das war Pillbox. In dem Fall passt das ja. Naja. Also wenn dann... Ich hab aber auch... Weil kurz vorher kam erst einer von euch. Ja. Weil, äh... Ich momentan so irgendwie... Also seit zwei Tagen, äh... Extreme Kopfschmerzen habe. Mhm. Aber ich gucke da nochmal was daran liegt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nochmal... Was erweitern muss. Definitiv. Mhm. Ja. Aber es ist halt seit zwei Tagen so. Sonst hatte ich die ganze Zeit gar keine Probleme. Und jetzt auf einmal kommen die ersten. Ja, ich seh... Ich seh grad in, äh... In Ermittlungsakte. Er wurde festgenommen. Das passt. Okay, ne. Für uns hat sich das Wixach komplett geklärt. Äh... Also ist nichts passiert. Alles gut. Perfekt. Ich hätte noch eine Frage. Wenn es jemanden stört, machst du Streamer-Mode an. Ne, alles gut. Nur dadurch, dass wir auch nicht beleidigen durch die Gegend rennen dürfen. Ne? Ja, stimmt. Wollte ich mal fragen, ob das... Ja, du, das geht schon klar. Du kannst auch... So sacht in Eifer, der soll vielleicht ein bisschen die Lautstärke runterdrehen und hört uns nicht so weit. Ja, alles klar. Jawoll. Ich bin noch ganz schön nochmal drin. Ich bin noch ganz schön wieder weg. Perfekt. Jawoll. Gut. Danke. Ciao. 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 So, sorry. Ich war jetzt nur ganz kurz nochmal drin. Jetzt kann ich... Jetzt hör ich dich nochmal. Ich habe irgendwas gehört wegen deiner Fraktion oder sowas? Genau, genau. Wir wollten ja eine Fraktion aufmachen. Ich weiß halt gar nicht, wie das jetzt hier funktioniert. Also muss man da ein Konzept einreichen? Ja. Genau, Konzept einreichen. Sagen genau, was man haben möchte, was man sich vorstellt. Konzepte werden gespeichert und es kann relativ lang dauern, weil wir noch sehr viel auf der To-Do-List haben, aber alle Konzepte werden angenommen, werden angeschaut und dann kriegt man irgendwann eine Nachricht, wenn es umgesetzt wird. Wird es umgesetzt, nehme ich dir nicht, aber... Und die schicke ich dann über Discord ein oder was? Genau, ja. Einfach so übersenden. Alles klar. Einfach dann über ein Ticket nehme ich an, richtig? Ja, Ticket schreiben und wir tun es dann in Trello rein. Wir haben da so eine eigene Seite und dann wird das Ticket auch wieder geschlossen. Und dann haben wir es für uns, dann wissen wir alles. Boah, alles klar. Jawoll. Danke. Danke. Einen ruhigen Dienst noch. Gut. Dankeschön. Ciao. Ciao, ciao. Wird dich geklärt. Alter, das war jetzt ein großes Missverständnis, aber das ist das Geile, dass wir so viel loggen. Weil würden wir nicht so viel loggen, dann können wir nicht nachgucken, wo ist jemand... Wir sehen ja alles, wir sehen... Ist jemand disconnected? Ist jemand geexited? Ist jemand rausgecrashed? Hat jemand sein Internet-Cut verloren? Ähm... Oder ob jemand... Äh... Was ist denn hier los, Alter? Oder, äh... Ist jemand überfahren worden von jemandem? Das ist halt das Geile, ne? Du kannst halt direkt nachvollziehen, was ist passiert. Weil wenn dann so Anschuldigungen kommen und du loggst halt nichts, ne? Wem willst du glauben? Und den Log siehst du haargenau, wo hat er sich ausgeloggt. Das ist halt das Geile. Deshalb... Ich empfehle immer so den Leuten, wenn sie einen Server machen, also einen großen Server alles mitloggen. Alles. Jeden einzelnen Verlauf. Jede Chat-Nachricht. Alles mitloggen. Alles. Überall Einsicht. Weil dann... Dann kommt es nicht zu, äh... Unfairen Bands oder sowas. Ich stelle dir immer vor, der sagt, ja, der hat sich disconnected und dann sagt die Polizei so, ja, da hat man nichts gefunden. Und dann denkt man so, ja, dann, äh... Den Bandhammer schwingen... Ich dachte jetzt ziemlich ernsthaft, der ist, äh, gerade rausgegangen da drin. Jetzt jetzt... Das hat alles so gut zusammengepasst. Also hätte ich jetzt nicht die Lok gehabt, wo er sich disconnected hätte, der ist ganz schön blöd gewesen jetzt. Bisschen nachhaken, hilft immer. So. Das hilft immer. So, ich muss mal gucken, wer hat hier noch alles zu Nädeln, sag mal. Ihr seid ja komplett, äh, fertig hier. Äh... Das hab ich vorgelesen, das hab ich mal vorgelesen. Oh, da hab ich noch viel... Doch, das hab ich vorgelesen. Pizzabote. Äh, Luca Nuke. Äh, Hexion. Weißt du aus dem, wer Transporträder Chester geworden ist? Weiß ich leider nicht. Keine Ahnung. Kein Kontakt mehr. War auch nur, ich muss auch sagen, war auch nur eine, äh, äh, Charakter-Bekanntschaft. Zum Beispiel mit Freddy und so. Mit Freddy call ich auch privat so. Ich war letztes Mal mit Freddy, bin ich Auto gefahren und hab mir, äh, bei McDonalds ein Shake geholt. Da hab ich mit ihm, äh, getailt. Hahaha. In Discord. War ich im Auto, Freisprechanlage angemacht und zu McDonalds gefahren. Da haben wir auch schon mal, ich glaub, 10 Stunden getalkt oder so. Ein anderes Verhältnis. Weil bei Chester war nie so, äh, dass man so getalkt hat, ne. Das war immer so im RP halt alles. Also keine Ahnung, so wirklich. Äh, Hebex, danke für den Euro. Und, äh, Luca Gamer936. Bauen wir gerade selber einen Server auf. Und bei DP-Modes funktionieren die Partner-Modes nicht. Hilf. Bruder, ich weiß es nicht. Du hast das schon einmal donated bei mir. Ich kann dir leider nicht helfen. Ich weiß nicht. Bei mir hat das direkt funktioniert. Ich kann dir leider nicht helfen. I don't know. Keine Ahnung, Bruder. Cherso Reaper. Danke fürs Hip werden. Dann Turo. Bin immer da. Bist der Beste. Dankeschön. Turo. Echt im Stream dabei. Robin. Okay, reicht doch mal wieder mit dem ganzen Namen. Wollte schauen, wie du reagierst. Viel Spaß noch im Stream und bleib gesund. Kuss geht raus an Robin. Was für ein Namen? Was? Akame. Dankeschön fürs Resummen. So. Nordchilien haben wir ja vorgelesen. Die scharfe Schote. Die uns kannst du mal vorgelesen. Perfekt. So muss das. So. Äh, Leute. Ich würde aber sagen, heute macht mal keine 5, äh, 5 Stunden full. Stream ich eh schon wieder 4 Stunden. Äh, wir machen heute mal Schluss. Liegt auch daran, ich muss morgen früh aufstechen. Wieder 23 Uhr. Und morgen muss ich früh raus. Da habe ich sowas vor. Das habe ich auch heute gestreamt. Sonst mache ich ja immer 2-Tages-Rhythmus. Jetzt habe ich 3 Tage ineinander gestreamt. Das gab es ja auch schon lange nicht mehr. Äh. Ja. Ich bedanke mich für alle, die heute mit dabei waren. Mit am Stizzl waren. Ähm. Ja. Da darf ich mich echt bedanken. Und für alle, die neu abonniert haben. Wir haben ja jetzt hier die, äh, 991.000 Abonnenten erreicht. Kann sogar gucken, wie viele genau wir haben. Lass mal gucken, lass mal gucken. Livestream. Dashboard. Wir haben sage und schreibe. 991.249 Abonnenten. Also da erstmal richtig, richtig fetten Dank dafür, Leute. Dauert nicht mehr lang, äh, 9.000 Abonnenten circa noch. Dann haben wir es geschaffelt. So ist es. Gut. Äh. Auf jeden Fall, Leute. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein komplettes kostenloses Abo da. Würde mich sehr freuen. Lasst ein Furz, da was auch immer. Und. Ja. Sowas haut da doch mal raus hier. Ähm. Irgendwann hat hier noch was veredelt vorhin. Ah ne, doch. Äh. Talayit. Danke fürs, äh, 12 Monate Mitglied sein. Hat er sich jetzt ein Jahr gegönnt? Jetzt wird er goldig im Chat. Popo RBG. Ach, heute keine. Außer Andel ist das. Andel da? Ich schau mal ob Andel da ist. Wenn Andel da ist, dann gerne. Sonst nicht. Außer es noch in MAP, dann mach ich nicht. Oh, scheuer das da. Wenn es in MAP ist, kann ich es nicht machen. Na, es noch in MAP, kann ich nicht machen, Leute. Ich kann, ich kann, ich kann ein bisschen nerven. Okay. Mal außen. Gegenberange, blege den aus. Wo fahren wir denn hin? Wir sind mein frisch, repariertes Auto, du Sauh. Ja, wo fahr man hin? Wo fahr man hin? Ah. Fahr man eine. in die Stadt, denn zum Sommer so stark, fuhre mir eine ins Stotterl, es ist so wunderschön, ich will sie nackig sehen. Das ist wie Hilfe. Sie haben, glaube ich, irgendwas angefahren. Ja, ich glaube auch. Das war, glaube ich, ein Reh. Das war was ganz anderes. Gut, ich lasse den André jetzt alleine. Ja, aber ich habe jetzt extra vor sein Auto gerannt. Jetzt kann das reparieren gehen. Gut, Leute, ich bedanke mich für alle, die heute dabei waren. Ich kann, Leute, ich kann keine Popo-RPG machen, wenn er noch mehr PS ist. Das geht nicht. Das wäre jetzt irgendwo gestanden, so in seiner Musikbox hätte ich es auf jeden Fall gemacht, aber so leider nicht. Vor allem nicht im PD, Alter. Was denken die sich, wenn da auf einmal so ein Ding hochgeht? Talahi, danke nochmal für 5 Euro. Grüße gehen raus. Dankeschön, zurück. Und Joshua, Tobias, danke für den Euro. Danke auch an dich, lieber Joshua und Tobias. Ihr habt gerade fast haargenau gleich tonated, zur selben Zeit. Alter, schau mal, wie das aussieht. Voll nass. Ah, ja, wusstet ihr? Schau mal, wie cool das aussieht. Ja, was denn das? Hier was nicht? Äh, welches Gebäude war denn das? Das hier. Ne, das hier. Interior, so kleine. Kleine Räumchen. Das ist nicht geil, wenn man hier so reingucken kann? Und hier so ein Display ist. Schon cool, gell? Im Standard-GTA ist das nicht, Leute. Ist das nicht im Standard-GTA, falls ihr euch das denkt. Und sonst, warte, wo ist das noch? In dem Gebäude hier ist das auch noch. Guck. Kannst du auch so reingucken. So kleines Büroräumchen. Sieht schon geil aus. Sieht saumäßig viel Leistung. Ne, keine Ahnung, viel Leistung aus Ziel. Aber es sieht halt cool aus, ne? Ich meine, das weiß ich schon. Schon was sein. Also Leute, wenn es wirklich haut rein, wir sehen uns höchstwahrscheinlich dann übermorgen. Also morgen bin ich ja nicht da, also übermorgen.